Hallihallo mein lieben Leute und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen WeLiveOnline Livestream. Heute wieder mit Sven Rumpe unterwegs als LAPD Lieutenant 2, genauso ist es. Und wir von heute endlich seit langem wieder den Camaro. Der Camaro ist gefixt, der ist nicht mehr kugelsicher, das heißt wir dürfen damit jetzt rumgurken. Der war ja davor anscheinend komplett kugelsicher, man konnte nicht durchschießen, deshalb durfte er das LAPD damit nicht mehr rumgurken und jetzt dürfen wir wieder. Das heißt heute das erste Mal seit langem wieder mit dem Camaro unterwegs, ich freue mich drauf. Letztes Mal war der Tesla, den haben ja viele gesagt, es ist zu leise, da haben wir heute mal wieder was lautes unterwegs. Das heißt heute wieder als Highspeed Unit am Stissel. Ich freue mich drauf Leute und wenn ihr euch auch drauf freut, dann lasst ein Like auf jeden Fall droppen und lasst gern komplett kostenlos ein Abo da. Tut keinem weh, sagt eure Leute Bescheid, sie sollen hier frisch rein abonnieren, kostet ja nix und wir starten durch meine Lieder und Herren. So, endlich war wieder ein PD-Stream. Ich finde sowieso Polizei, RP immer am geilsten, weil es kommt halt alles auf dich zu. Du hast halt immer was zu tun. Und... Okay, der Kollege hat anscheinend einen Unfall gebaut. Okay, gut, dann gehe ich mal hoch und tue so, als hätte ich das niemals gesehen. Vielen Dank auch an die Leute, die hier wieder Forms-Internate haben, 1-2-7-Re-Life, Dankeschön. Erste Spende, Kurs geht raus und Menti, danke für den Euro. Vielen Dank. So, erstmal umziehen, eintragen, alles bipapo machen. Ähm, ach, Weste muss ich ja noch holen, genau. Weste brauchen wir ja noch anmelden. Zack, boom, ab zur Weste. Waffenabteil, brauche ich noch irgendwas? Taser habe ich dabei, ich habe alles eigentlich dabei. Ich habe noch immer meine Panzerfaust dabei, die muss ich noch immer loswerden. Noch immer, die habe ich noch immer dabei. Ich war jedes Mal zu blöd dafür. Dieses Mal werde ich sie direkt wegkauen. Aber da merkt man, ich habe nie Zeit gehabt, um die irgendwie wegzutun. Die ganze Zeit habe ich sie schon dabei. Ganze Zeitchen. So, dann muss ich nur ganz schnell noch in die... Wobei, die Kammer war ich schon anmelden. Das heißt, wir melden unsere PCRD an. PCRD hat sich irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Wie viele Einheiten sind wir heute? Lass uns mal gucken. Wir sind, sage und schreibe, 15 Einheiten. Perfekt. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte jetzt nichts treten. Ne, da wollte ich mich noch nicht eintragen. Ich wollte mich unten als Pirate Investigation Unit. 10... 10-19 Mission Rosemar. Wir gehen gleich 10-8. Wir gehen gleich in den Dienst, ja. King-4. Wir sind in einer High-Suit unterwegs. Oh, da werden wir gerade rausgeschnitten unten. Perfekt. So. Als Lieutenant 2 sind wir wieder unterwegs. Als Sven... Sven Rumpel... 05. Das ist es. Perfekt. Alles richtig eingetan, jawohl. Alles richtig eingetan, jawohl. So, ich mach das mal so schön. Sorry, ich bin zu spät. Mal verbinden. 19 David, wir gehen 19. Runter. Das... Ich hoffe, ich kann jetzt vorbeifahren, ne, weil der liegt da jetzt am Boden. 19 David? Äh, hast du schon einen Abschleffer geholt für das Auto? Das ist negativ. Hey, die 50 ist überfallen. King-Fortinate. Abend. Wie gesagt, da ist er. Ah, den ist der falsche. Abend. Wollt den Charger, äh, Challenger fahren. Äh, Camaro. Ach, jetzt. Challenger, Charger, nein. Den Camaro wollte ich fahren. So, da ist er. Blitzer 1, seit lange wieder am Start, das Ding. So ein geiles Kfz. Ich schaue doch, ob ich noch unten was drin habe. Im, äh, Kofferraum. Und dann geht's gleich los. Also, jetzt können wir gleich noch Westen und so einkaufen gehen. Sollten wir mal wieder Westen bauen, haben wir bis letztes Mal aufgefallen. Ich hatte im Kofferraum keine Westen. Wir haben ja 80er Platz. Perfekt. Dann fangen wir gleich mal Westen einkaufen. Und dann geht's los. Dann gehen wir gleich mal auf die Bahn. Und schauen, was heute so passiert. Wobei, ich sollte mir vielleicht auch ne, 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 ne... Ding kaufen, ne? Maske wäre nicht schlecht. Aufgrund dessen wegen, ihr wisst schon warum. Die letzten Male gab's ja ein bisschen Beef mit dem Kartell. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir... Vielleicht ne Maske tragen. Dann müssen wir mal gucken, wo es zum Maskenlanden geht. Darunter. Jawoll, dann fach ich eh vorbei. Perfekt, machen wir das so. Gut, fein mal. Los geht's, Leute. Ab in den Einsatz. Alles ready? Noch... Ah ja, meine, äh, Radar-Dings. Meine Radar-Box. Toggelt Display. Ja, ten vor, da mach ich. On, Play Trigger. Ja, ten vor, danke dir. Zack, dann Eximit. Eximit, Same Lane, Opposite Lane. Und dann noch im Menü einstellen, auf die 140 km haben wir immer eingestellt, ne? Perfekt. Jetzt ist man komplett ready für den Einsatz. Dauert immer ein bisschen, bis man alles vor eingestellt hat, wenn man als Cop unterwegs ist. Aber... Muss auch so. Ich werde dann gleich mal zum nächsten Mülleimer fahren, sobald ich, äh, beim Waffenladen vorbeigefahren bin. Fangen wir gleich zum nächsten Mülleimer. So ist es. So. Melina Hoffer, dank für 4,90€. Bist der beste YouTuber. Ju... Äh, was? EU-West. Dankeschön, Melina. Ähm, danke auch an, äh, DKO1. Kannst du mich und Flo grüßen? Das ist mal DKO und den Flo. So ein Doppas hier, Tocomoi. Mhm. Nehmen wir einen Unfall oder was? Sieht mal ganz nah aus. Oder Auto, einfach kein Benzin mehr. Ähm, Fresh Polka ist auch wieder am Start. Wie geht's, mein Lieblings-Youtuber? Viele Grüße. Dein Pole. 20€ mit Fies, der Ehrenbruder. Der Ehrenpole. Fresh Polka, dankeschön für 20€ mit Fies. Er haut einfach mit Fies raus. Muss man... Das muss man bedenken. Äh, Tigerente. Oh. Tigerenten-Club. Ähm, ja. Da bist du aber auf meinem falschen YouTube-Kanal, Tigerente. Musst du zum anderen rüber? Wie? Mit 180€ auch nicht schlecht. Clear, away. Ja, der fährt ein bisschen schnell hier, ne? Clear, away. Mhm. Mit über 100 durch 180er. Aber der muss auch weit fahren. Jetzt bin ich ja am Dings vorbei gefahren, ne? Ach egal, komm. Den nehm ich später nochmal mit. Erst mal ne Maske kaufen. Und erst dann schauen. Ja. Vielleicht hole ich mir so ne Maske, was die Cops-Offers anhaben. diese... Wo mein Gesicht aber ein bisschen durchbackt. Muss man mal gucken, ob die passt oder nicht. Schau mal. Ah, das Ding hat ja keinen Blinker. Ich will ja mal blinken mit dem Ding, aber es hat keinen Blinker. Dann nicht wundern, wenn ich heute mal nicht blinke. Ja, perfekt. Schon das Licht kaputt gemacht. Ah, perfekt. Ah, super. Das ist ein schöner Start. Jawoll. Das ist das, weil ich so keine Rube losgeholt hab. Ja. Perfekt. Wobei, hier darf ich ja eigentlich gar nicht lang fahren. Ups. Dafür sind die Poller da. Hat's keiner gesehen. Davon eigentlich nicht lang. So. Gut. Kann ich gleich mal zum Mechaniker fahren und meinen Scheinwerfer austauschen lassen. Geil. Geiler Start in die Woche. Jetzt sind wir hier ins Wochenende. Es ist Sonntag. So. Das ist das Ende der Woche. Das ist der Sound auf der Spende. Kein Start in die Woche. So. Ist denn hier ne Maske, die ich... Wie heißt denn diese Maske nochmal, die die Cops immer tragen, die nur am Mund ist? Äh, wo ist denn die hin? Die hätte ich nämlich gerne. Sowas in der Art, ne? Aber halt auf. Wobei, die könnten wir sogar tragen. Na gut. Sieht modeling aus wie nach dem Maulkorb. Das heißt aber auch nicht. Nee. Also. Wasommt das Ding? Nöööö!? Ach, da? Das war's, oder? Ne, das war's. Also da, hier. Das Ding hier. Aber das Ding in schwarz bräuchten. Ihr seht, die Backen, die sind ein bisschen durch. Merkt ihr das, die Backen? Wir müssen sonst einmal uns operieren lassen, dass die Backen richtig passen. Dann sieht das nicht so blöd aus. Aber da gibt es welche? In Polizeioptik. Da muss ich noch ein bisschen weiter runter scrollen, glaube ich. Dann finden wir die auch. In der Polizeioptik brauchen wir die. Ach, die waren sicher irgendwo ganz am Anfang. Und ich scrolle hier alles durch. In der Probe am Anfang irgendwo. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Wo sind die denn? Ich habe die doch mal gehabt, die Dinger. Ich möchte nicht mit so einer Vollmaske umgucken. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das Ding? Hä? Ist noch nicht weg, oder? Also, jetzt bin ich verwirrt. Wir hatten noch die... Also, wirklich jetzt. Wir hatten die Masken doch in dieser... Da gab es sogar... Ah, da waren sie. Das ist sie. Jetzt haben wir endlich. Nach Jahren. Das ist sie. Das ist die Maske. Ich muss mich nur jetzt wahrscheinlich dafür ein bisschen umoperieren lassen, dass das passt. Aber besser ist eine andere Maske. Ja, jetzt nehmen wir einfach dieses... Das hier sieht ganz gut aus. Das nehmen wir. So ist man noch maskiert, aber trotzdem noch leicht erkennbar. So, da muss ich zum Auto. Echte Polizisten suchen sich eine Maske. Ja! Ja, natürlich. Muss ja. Müssen wir doch. Axure 18, 10, 15, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Und mein Scheinwerf muss ich richten lassen, also ich habe ein... Ah, hab ich nicht dabei. Wisst ihr was, wir gehen gleich mal Werkzeugkästen einkaufen. Ich mach lieber die Vorbereitung im Dienst, bevor ich dann am Ende des Tages nichts dabei habe. Im Notfall. Das ist das Auto verschwindet. Das Auto verschwindet. Option habe ich. Postleitzahl 3200 mit dem Kennzeichen Adam. Mit einem Ford Raptor in schwarz. Ja, gehört ein James Adams. Zwei. Kaufen wir nochmal zwei Stück. Informativ, der Raptor mit dem Kennzeichen Adam wurde vor fünf Minuten bereits schon angehalten. Information, 2020 von mir ist ein Lamborghini Urus ohne Kennzeichen mit einem Berg. Wir suchen gerade das Gebiet nach möglichen Drohungen ab. Zwei. Ich bin drei Kilometer weggestandet und komme einmal dazu. Zwei. Danke. Zwei. Ähm, by the way, Fahrzeug hat wie gesagt kein Kransteig dran und ist flüber los. Ja, so ist er. Das war knapp. Ja, aber aktuell kann Rauch in der Nähe zu sehen. Wir schauen uns gerade um. Kann natürlich alles möglich sein. Geben Sie mir die Rechnung bitte. Wenn es geht, das ist Steffi White. Wir müssen uns beeilen, weil ich gleich Hochzeit habe. Das ist mir eigentlich egal. Sie sind zu schnell gefahren und ich würde gerne einen Führersamt von der Dame vorne haben. Und so geht es mir. Danke. King41086 mit dem Kennzeichen NERV Leerzeichen NUR. Sie kommt sofort. Alles klar, danke. Steffi White angemeldet und versichert. Das wird jetzt was. DWL wird aber eh nicht gesucht, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Hallo. Hallo. Warum steigen Sie einfach aus dem Auto aus? Ja, weil ich wollte. Ich musste ganz dringend was essen. Für mich sieht das so aus, als würden Sie fliehen wollen, wenn Sie einfach aussteigen müssen, dann gehen bei mir die Alarm. Nein, ich hatte ein Problem, sonst wäre ich jetzt gleich hier umgekippt. Achso. Ok. Deswegen muss ich mich beeilen. Alles klar, ich kann mal von Ihnen einen Führerschein bitte. Ja, gern. Vielen Dank. Danke. Kommen Sie zurück. Wenn der Fehler da ist, Sie können sich dabei ins Auto setzen. Ok. Ich warte. Ach komm, labernisch. Ich komme vom Westteil über dem Berg. Wollen wir zwei. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal, was hier richtig sein wird. Es sind da keine Einträge drin. Also zukünftig vergehen in Amerika den zweiten Tag. Ah, danke für die Notiz. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Am 1. April hat die Geburtstag. So ist das ein Blitz sein. Ok. Ich muss nicht bezahlen, weil die Personen nicht anwesend sind. Sie bitte vorerst ignorieren. Supreme Court am 20.8. Also kann die fünf untersten Rechnungen nicht bezahlen. Mhm. Ja, ich sehe trotzdem mein Oberfluss. Ich bin hier nicht. Das ist der Sound auf der Spende. Hallo. Hallo. Wir sind der Führerschein wieder. Danke. Mal ganz schnell nachgucken. Wissen Sie, wie es schnellste waren? Äh, leider nein. Ich hatte so Hunger. Ich musste ganz schnell was zu essen holen. Ich habe nicht drauf geachtet. Das tut mir leid. Ja, aber 140. Uff. Hm. Knapp, ey. Ziemlich knapp, ja. Das wäre schlecht gewesen. Das wäre richtig schlecht gewesen, wenn sie jetzt einen Führerschein hatten. Also sie hat keinen Führerschein gehabt, oder was? Ich habe einen Führerschein, aber sie ist mein Trauzeug und wir müssen gleich nach Katharina. Ja. Ja, dann machen wir das schnell. Machen wir das schnell. Das ist kein Problem. Muss ich nur schnell meinen... Ah, wo habe ich denn denn hingesteckt den, sag mal? Ah, jetzt ist es so gar nicht so unglaublich. Ja, hier ist er. Ich verstehe mal. Ich vergesse noch, ob ich den Notizblock in die Weste gesteckt habe. So, das sind nach neuem Strafkatalog die 3.000 Dollar mit 30 Kammer drüber. X-ray 18, 10, 15 ends. Mhm. Ja. Die können sie direkt bezahlen. Ich habe gesehen, die fünf Rechnungen, die sie offen haben, können sie nicht bezahlen, weil die ja nicht anwesend sind, die Person anscheinend, oder vom Supreme Court am 20. 8. Notiert. Ähm. Ich stecke mal das Geld zu. Dankeschön. Ja, das ist schon seit einem Monat oder so, kann ich nicht. Ich weiß, äh... Ja, sonst... Und jetzt war ich beim Supreme Court und die haben gesagt, ich soll es trotzdem weiter versuchen. Im schlimmsten Fall an den Start wenden. Okay. Und dann... Weil seit dem 15.05 versuche ich Rechnungen zu bezahlen, aber irgendwie kommt das nicht. Ja. Okay, ne. Alles, alles okay. Perfekt. Äh, ja. Sonst alles startwenden, wegen den Rechnungen, wenn die Personen nicht im Start sein sollten, dass man die, äh, entfernen könnte. Okay. Genau. Und dann der wird hört. Alles klar. Alles gut. Wiedersehen. Ich hab jetzt an ein anderes Ding gedacht, oder? Das ist aktuell unsere, äh, äh, 20. Fahrzeug steht immer noch vor Ort, aber nicht zu sehen. Ich seh dich genau von dir jetzt auf 9 Uhr. Ja, check. Eieieieiei. Eieieiei. Ich hab jetzt gedacht, bei der Anhaltung wäre ich gleich wieder geschossen. Aber nach wie vor nichts im Umkreis zu finden. Das ist das erste Mal, dass ich Steffi White normal, äh, kennenlernen durfte, ohne dass sie nett ist, weil sie sie anhalt. Ich hab jetzt eine Maske gekauft, eigentlich wollte ich eh zur Tankstelle. Naja, egal. Dann fahre ich zur nächsten. Äh, ah ne, ich wollte zum, zum Ding rauf. Stimmt, aber ich ja zum, zum Dingsen wollte ich hin. Zum, Mechaniker hat das richten lassen, die, äh, Front. Und dann fahre ich. Nein, ich bin David, 10, 7 bis später. Bis später. 11 David, äh, links? Ist das nicht wahr? 11 David? Könntest du mich eventuell am Pusselrohminn nehmen? Ja, positiv. 6 in 1086 sende die Ausfahrt auf den Highway mit einer BMW Kennzeichen 0811 Zurücklasse versichern, Andrew Johns Schauen wir mal, ob man den Ding austauschen kann oder nicht Soll wohl nur ein 530 sein oder so 20 Uhr reicht, oder? Ok Ja, dann schauen wir halt mal, dann komm ich dann auch runter Und dann schauen wir einfach mal Das war halt geil, ne, dass ich direkt einen Schrott-Ding gemacht habe K4, 106, Frau Jannecke Dann muss ich immer auf jemand warten, du weißt, wenn ich los muss Ja, also Ja, ciao, ciao Guten Tag Hallo Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte zum einen Werkzeugkästen Und vielleicht vorne mal das Licht zum Austauschen Das ist, ähm Da bin ich vorhin in den kleinen Pfosten reingefahren Und das ist der Scheinwerfer kaputt, der rechte Ok, hol ich zuerst mal die Werkzeugkästen Wie viele soll es denn sein? Ich kann zwei tragen, ne? Zwei kann ich mitnehmen Einen? Du kannst einen tragen Der Rest in den Kofferraum dann Ja, ich würde sonst zwei nehmen Einen packe ich in den Kofferraum Einen nehme ich so mit Ok, dann mach ich mal fix den Scheinwerfer Man weiß ja nicht, was wir heute noch so angehen, Leute Sondern es ist besser, wenn wir unseren Werkzeugkasten Aber ja, kostet zwar ein bisschen mehr, aber Joa, passt schon Hätte ich gesagt, das passt schon, oder? Kaka 3D, danke für zwei Euro Geiler Name So, dann kriegst du einen persönlich Mhm Danke So, bitteschön, den anderen lege ich den Kofferraum Ja, wo ich mach mal auf Gut, habe ich reingelegt Dann schaue ich noch nach dem Licht Das muss ich nicht offen lassen Ja, scheint mir etwas kaputt, ne? So möchte ich da nicht rumfahren Als High Speed Mülleimer, ja, ich muss den Mülleimer noch aufsuchen Da war auch noch was Haha, so viel zu tun als Cop Es ist unglaublich Wir haben so viel zu tun Truckerbaum, hey, wann kommt wieder Karl-Heinz? Ich weiß noch nicht PS, äh, kennst du mich noch? Kriege ich einen Dorscheib? Du kriegst einen Furz von mir Der ist noch lecker Ne, ähm, Truckerbaum sagt mir grad irgendwie nix, aber Kuss geht raus Und Karl-Heinz kommt immer dann, wenn ich halt Bock hab Die Leute fragen immer, wann kommt das, das, das Es ist egal, welchen Charakter ich spiele Sobald ich Karl-Heinz spiele, wird gefragt Dann spiele ich wieder mal Krumpe Äh, ich spiele einfach die Charaktere Auf die ich grad Bock hab Wenn ich jetzt sag, ich hab zwei, drei Jahre Kein Bock auf Karl-Heinz Spiele ich auch zwei, drei Jahre Kein Karl-Heinz mehr Ist so Und ich füge grad zum Beispiel Cop-RP Ziemlich viel Deshalb zog ich auch ziemlich gern Cop-RP in letzter Zeit Äh Cool Nein, alles klar bei dir? Ja, alles Cool, ich hoffe bei dir auch Nick, dank für 25 Euro mit Fieste Ihren Wubbler Vielen Dank Dayan, Flachwurz, Wissenschaftler haben herausgefunden Und sind wieder reingegangen Das ist aber auch schon alt Dayan, Luca, danke auch für 1,04 Cent Der Michael Kurt Gut Ayxtun, was sagt Andreas Buchani Bei einer Beerdigung Mein Herz fliegt schneller als teils Ach nee Das ist ja kein Flachwitz, weil es einfach nur schlechter Witz Tiki Tobi Tiki Tobi ist auch wieder am Start Dankeschön Schön, dass du hier bist Matthias, danke für deinen Doni Viel Erfolg heute bei der Verbrecherjagd Tja, erstmal sieht es schlecht aus für mich Ich fahr erstmal gegen eine Säule Musst du erstmal richten lassen Jan Luca Moin, was es geht Wuf Wuf Alles das Beine hat Kannst du meinen Freund Jeremy Du bist über Jeremy Jan Luca Moin Maistex Wuf Wuf, Alter Die wollen echt nur, dass ich Wuf Wuf sag oder was So, dann haben wir es Das ist eine Macht an mit den zwei Werkzeugkasten 5500 Dollar bitte Perfekt, jawohl Brauchen sie eine Rechnung? Ja bitte Ja knapp bei Kasse derzeit 5500 Dollar kommt jetzt einfach weg So, bitteschön Jawohl, danke Dankeschön Tag noch Gut, wünsche ich jedenfalls Danke Danke, ciao Ciao, ciao Einen ruhigen Dienst noch Danke So, PCAD sind wir wieder 1010 Äh, 108 natürlich King4, Back108 4 Commissioner 1076, Supreme Court 60, David 60, David 1013, Constantin 218, 1076, Supreme Court Lincoln 65, und 50, David Bilden, 50, David King9, 32 Perfekt, IH Commissioner for X218 Da sind die Mülleimer Jungs und Mädels Endlich habe ich einen gefunden, wo ich meine Sachen wegschmeißen kann Ich bin sehr zufrieden damit, so Äh, die muss ich nämlich echt mal loswerden Das war die Puppe-RPG, die ich vor Jahren mal reingewuppelt habe Und ich habe sie bis jetzt nicht entsorgt, Leute Ich habe sie einfach, bis jetzt habe ich noch irgendwas, was nicht mehr gehört Äh... Nö Das sind die Sachen, die müssen unten rein Ja gut Perfekt Gut Endlich sind wir die RPG weg Die Puppe-RPG Endlich losgeworden, Leute Endlich Nach Jahren, äh Polizei-RP ist sie weg Sind wir froh drüber, oder? Haben wir geschafft Jawohl Äh Florian Adam, oder soll ich sagen Florian Adam ist wieder da Jawohl, danke Florian Adam Tobias Heitwirt Danke, dass du, äh Grad so aktiv am Stream bist und mich ablenkst Die Grüße aus Graz, danke schön zurück Ja, noch ein Grazer doch Unglaublich Gibt also siebenhundebande auch als Pullover feiern das sehr stolzer Pole im Blut Äh, maybe Wir machen ja einen komplett neuen, äh Einen komplett neuen Shop auf Mal schauen, also Pullover als Produkte könnten wir da ja auch einbringen Das ist nicht das Problem an sich Und derzeit gab es ja nur, ähm, T-Shirts glaube ich 1 zu 7 Wobei 1 zu 7 gab es doch immer das Pullover auch schon im jetzigen Shop Doch, doch Das glaube ich auch schon das Pullover im jetzigen auch Nur Sip-Hoodies hatten wir nie Boah, hinter dir gleich einer mit 300 Das stimm ich nochmal irgendwo geil hin mit meiner Kiste und schau mal was heute los ist Was heute abgeht 141 Leute sind da, also da muss ganz schön was abgehen heute 141 Leute ist cool Ander hat gesagt Sonderkunden runter, komischerweise sind die meisten Leute da Ich habe ihn mit über 200 Ich habe ihn mit 300 geblitzt gehabt So lange ich dich dabei? So richtig Mal Backup Äh, King4, ich werde mich als Highspeed-Unit kurz hinten dranhängen zur Sicherheit Wenn er wegfahren sollte, kann ich direkt mit der Highspeed runterfahren Weil 300 ist Führerscheinabnahme eigentlich Die haben jetzt den Führerschein gezogen, Leute Da ist Führerschein weg Der kommt nichts wieder der Führerschein Der ist weg Der bluf, äh bluf Und der arme mit 300 geblitzt worden, alter noch hinter uns ist es nicht mehr? Fliegen 60 von dem Tragen, kann eine weitere Einheit zu meinem Standort kommen, Grundführerscheinabnahme? Entschuldigung! Ex-Ray in 10ZM für eine halbe Stunde. Ja, vor mir fährt den selben Wagen wie ich, also so wer es nicht weiß der Wagen hat auch eine Leitbar kann man drauf bauen sieht man da jetzt ganz geil so sieht er eigentlich mit einer Markt ist aus ich fand ja anmarkt aber anmarkt finde ich ihn trotzdem geiler den Wagen ist so oben ist noch eine Führerscheinabnahme geil zwei Führerscheinabnahmen gleichzeitig das gefällt mir sehr ja du bist ja aber mal hier ist ausgestiegen ich weiß nicht ob der noch Backup braucht aber ich glaube ey was macht der denn gerade was hat der denn gerade gemacht ist gerade gesehen ist ja einfach eingestiegen hinten mal gucken ob er das Backup braucht aber ist ausgestiegen da müssen wir nicht mal Backup geben ja ja das kriegen wir hin ähh kriegst du das allein hin jaja krieg ich hin perfekt alles klar ciao ciao so fast dann fahren wir weiter fast tanken muss ich langsam wieder fahren wir zur tanken Was ist denn los? Das ist die Sound-Durfe-Spende. King 4 responding Abfährt zum Juwelier auch. 100 Meter 14 bei Juwelier. Keine Geiselsicht vorgerade. 11 David für 10 David. Auch die Juwelier Geiselsicht. Übernimmst du Taktische? Warte wo? 10 V 15 David für 97 Ich habe 38 responding Aha Juwelier geht in Funk 2 2 Check Gibt es noch Sichtkontakt zu Porsche? Positiv weiter. Ist jetzt abgefahren Jetzt kein Sichtkontakt mehr Schlecht Schlecht Ja Vor du mal nach rechts Ich fahre nach links Link ist 64 2 Ah negativ Das Ding war jetzt mit zwei Einsätze auf einmal rein Informativ Es wird gesucht Ein grüner Porsche G2 Besitzer Lukas Frech Überhöhte Geschwindigkeit Und Führerscheinabnahme Hier abgefahren Positiv Habe den Führerschein So wie das Kennzeichen vom Fahrzeug Alles auf der Bodycam Ah Super Das ist der Sound Ich bin Dann bitte auf die Fahndung schreiben Das ist zu spät Dann fahre ich die Juve an Dann fahre ich die Juve an Dann fahre ich mal kurz Funk 2 Schon dabei King 4 hier wird noch eine King Unit benötigt beim Juwelier Ging gar nicht besser Eventuell bräuchte man ja Highspeed auf Reserve Sind vor, könntest du uns anfahren Ja dann vielleicht mal mit anfahren 12 12 Davids für dich Abgesinck der Schrotflinte Eine Bewaffnung Muss ich nochmal umschreiben Ich muss schon tanken gehen Und umschreiben Leute Dann fahren wir zum Juve raub Das ist jetzt alles ein bisschen viel Weil wir müssen jetzt schnell machen Das Ding Das ging Um Um Dingsen im CAD Das ich im Ach das muss jetzt schnell gehen Ach bitte aber Steller In der Handsteller Komm Ja, wir sehen uns einmal her, sonst mach ich das schon. Ach, geht doch. Negativ bisher noch nicht. Ich bin vor. Es fängt so harmlos an und dann wird's richtig stressig. Dann kriegst du 15 Einsätze auf einmal. Aber wie ich sag, zuerst ist immer ruhig und dann geht hier alles immer richtig ab um die Uhrzeit. Jetzt haben wir die ganze Geisel nach vorne. Wie viele Geisel? Ja. Check. Wir fahren schon hin, wir ändern, wenn wir am Juwe sind, ändern wir die ECD Abfrage. Ja, einfach. Schnell anfahren. Kannst du nicht mehr Highspeed brauchen? Das ist Backup, aber trotzdem, man weiß ja nicht, ich weiß jetzt nicht, was sich das für ein Auto vorstellt. Ich bitte alle Einheiten, die jetzt nicht am Juwelier stehen, beziehungsweise nicht direkt vor dem Juwelier. Ihr schließt euch dann zur Verfolge um einen Backup-Button. Ich bitte alle Einheiten, die beim Juwelier sind, einmal auf. Wenn ich den Juwelier auf in der Leitstelle umtragen sage. ... ... ... ... ... ... ... Klinat hier informativ, zwei Täter, eine geistere Forderung, feier Abzug ohne Nagelbänder. Sollte machbar sein, denke ich. Checktäter im Funkkontakt, wahrscheinlich eurer Funkkontakt. Das ist so geil, jawohl. Klinat hier mit Frage, wer hat gerade höchst, der petrol vor Ort? Hey, du hat das, was solltest du sein? 10-4, wie sieht die Verfolgung aus? Ich bin gerade angekommen, mache ich 10-4. Ich kriege den 11-4-T, darf sauber. 10-4, dann kannst du nach unten kommen und dich dann schon mal zu deinem Fahrzeug begeben. Du wärst dann einer von denen, der als Backup-Method verfolgt. 10-4. Kurze Frage, wer ist die höchstrangige Patroleinheit aktuell? 10-4, da übernimmst du bitte die Patroleinsatzführung. und als Versorgungseinzeilung. Check. Ich habe den Besuch in der Mecklinie auf dem Weg. Alles, was für ein Auto steht da? Ich seh's nicht. Ah, ein Porsche. Ja. Ist das ein Porsche? Ich seh's nicht. 10-4. Oho, hoher Besuch. Hallo. Ah, hallo. Und, schon aufgestiegen? Ah, nee. Noch nicht? Dauert noch? Ah, eineinhalb Wochen noch, Zeke. Ja, okay. Alles klar. Das wir Praktiker bei euch machen. Wurden soweit ich weiß keine gelegt. Ah, okay. Ja, genau. Gibt's Forderungen? Ja, wie gesagt, drei Abzug oder Nagelbänder. Was ist? Servus. Auf ganz entspannt. Also auf ganz entspannt, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bist du mit der Highspeed da, oder? Ich bin mit der Highspeed da, ja. Ähm, machen, teilen wir zwei und eins und zwei. Sprich, wenn, wenn am Highway geht, dass du fahrfährst in der Stadt, würde ich fahrfahren. Wem sind ich? Alles klar, mach mal so. Mach mal so. Fast. Ist noch ein Fahrzeug, der Porsche da hinten? Genau, ja. Der Taycan. Okay. Alles klar. Fast. Dann fährst du auch entweder auf drei mit dem Charger mit. Mach mal so. Fast. Ja, passt. Natürlich auch. So ein bisschen besser. Ich hab dann maximal noch verlieren. Ja, passt. Wie sieht's jetzt aus, also? Bist du Tahoe, oder? Ja, ja. Dann, äh, folgst du im Background mit, falls Fahrzeugwechsel kommt, oder? Ja. Okay. Perfekt. Passt. Alles klar. Ich glaub, die werden mit dem Wegfahren, die fahren mit dem Teilkant, die werden sich nicht umsteigen. Ja, das wird schon. Glaube ich, glaube ich jetzt kaum. Aber es wird geil. Endlich wie in einer Verfolgungsjagd. Ich freu mich drauf, Leute. Ich freu mich. Seit langem wieder Verfolgung. Wisst ihr, wie ich mich darauf gefreut hab, heute wieder in eine Verfolgungsjagd reinzugehen? Haha. So, erstmal was essen jetzt. Bevor's hier losgeht. Ich hab, ich hab ja, ach ich hab noch meine Sandwiches dabei. Ich hab auch mit Rupe los, nicht? Kann verlaufen. Erstmal einen, im Einsatz fressen und trinken. Ja, man weiß ja nicht, wie lange die Verfolgung geht, ne? Dann gucken wir mal, ich werd mich erstmal einsatzbereit halten hier an meiner Highspeed. Ich werd mich mal bereithalten zum Einsteigen, ne? Schön, dass die sehen die Highspeed von hier nicht. Die Frage gehört, die schwarze GE-Klasse zu uns? Welche GE-Klasse? Für den Abbackcharger? Gut hier. Ja, er hat das Wort. Okay. Die gehört zu uns, die GE-Klasse? Informativ, um 1931 geht's los. Da war ich mir mal bereit, stell ich mir mal ein, ja. Quasi in einer Minute. Verstanden. So, Leute, machen wir uns gefasst auf ne Verfolgungsjagd. Hab ich richtig Bock drauf. Oh, voila. Wolle ich nicht. Ich überleg mir, ob ich was abbauen oder anbauen soll. Ja, check. Entfer. Ach ja, lass mal so. Lass mal so die Kiste. Manuel Rost vorhin, gib mal ein kleines Minecraft-Update, die weiter mit dem Bauprojekt bist. War gestern auf nem Konzert. Am besten Stream-Nachschau. Dann weißt du, es gab so viele Sachen, wo wir was gemacht haben. Könnt ihr das gar nicht aufziehen gerade. Big Mac Money Rain. Gerade nicht, ist schwer. Gleich Verfolgungsjagd, Bruder. Big Mac Kuss geht raus. Tigerente. 222 Fahne. Dank für den Euro. Fresh Polka noch mal 20 Euro vor 34 Minuten. Kuss geht noch mal raus. Wie geht's, mein Lieber? Viel Grüße. Dein Polen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch, wie gesagt. Sag mal, wohnst du eigentlich auch in Polen, Fresh Polka? Ja. Erster Tether kommt raus. Oh, sie kommen. Jetzt müssen wir dann loslegen, Leute. Das wird ebenfalls. Jetzt geht's los. Fahner steckt ein. Mein Fahrer ebenfalls. Geht los. Ich lebe deinen Alten rein. Ich fahre eh viel lieber weiter hinten. Ist viel angenehmer. Weil so kann ich viel mehr als... Was hab ich denn da gerade rüberfahren? Das ist grad ne Ente. Da hab ich auch grad ne Ente rüberfahren oder so. Warte jetzt auf dem Hinter-City auf. Gehen im Verkehr. Oh Gott. EG 4 hab ich gerade rüberfahren. 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 Der Main fährt runter wieder. Oh hier. Wo ist er? Spielbox links Richtung Nationalbank. Noch mal scharf links Rockport Plaza. Wieder rechts hoch Nationalbank. Links Straße vom Apple Shop vorbei. Wieder rechts Richtung Nationalbank. Noch mal scharf rechts Seitengast. Links hoch Richtung Nationalbank. Waffenladen Nationalbank links. Wieder links runter. Straße vom Apple Shop rechts Richtung Nordfahr Plaza. Wieder rechts hoch Richtung Nationalbank. Der hat keine Fluchtwagen. Straße vom Waffenladen Nationalbank links weiter. Für der Post. Für der Post. Negativ geradeaus weiter. Jetzt rechts hoch Richtung Nationalbank. Links Richtung Tiki Lala. Wieder links runter Rockport Plaza. Man ist unterhalb von der Tiki Lala. Wieder links Richtung Mechaniker. Oberhalb Mechaniker rechts. Richtung Kirche. Vom Supreme Court. Vom Supreme Court. Seitengast. Fahrzeug hat Kopfschmerzen. Achtung. Der 20. Vom Supreme Court. Das ist der Sound. Ich bin hier. Seitenstraßen. Ihr Juwelier. Nach Seitenstraßen. Jetzt bei den Filmstudios. So. So. Vom Supreme Court ist wieder hinter zu den Juwelier. Okay. Nein. Das war perfekt. Auf Richtung Golfplatz. Boah. Fast ein Kopfloser hat mich gerade angefahren. Alter. Fast eingedreht. Fahre jetzt hoch in die Hills. Fahre jetzt hoch in die Hills. Fahre jetzt hoch in die Hills. Was ist oben? Uiuiuiuiuiui. Hast dich angeschnallt gewesen gerade. Da habe ich direkt zum Funk kommen. Das ist der Sound. Der Typ kann hier ganz schön schwer vorgehren. Umfallen der Typ. Positionsbreiter bitte? Die Hills ist wieder weiter runter. Kommt schätzungsweise irgendwo beim Meckis raus. Oh mein Gott. Wir fahren jetzt wieder hoch Richtung Dampf. Das Ding ist, du siehst die halt so schwer, ne? Tönen wir die? Komm in der Nationalbank raus. Negativ oberhalb der Nationalbank weiter Richtung Tankstelle der Nationalbank. Ja, das ist der Tor. Oh, der Civic ist gut. Bist du da was? Wir sind jetzt direkt hinter der Nationalbank. Seitengasse hinter der Nationalbank Richtung Parkplatz. Weiter Fahrt Richtung East Highway. Aus Bordi rechts Richtung... Alter! Waffenladen, Nationalbank links runter Richtung Appleshop. Appleshop passiert. Wieder rechts hoch Richtung Waffenladen. Wieder Seitengasse... Da fährt immer dieselbe Schlaufe. Weiter Fahrt Richtung Arcadius Tower. Oh ne. Oh ne, oh ne. Oh, du, das hättest schlecht ausgehen können. Bist du da Bord. Huch! Weiter Richtung Gebrauchswagenhändler. Habe ich einmal kurz nicht aufgepasst und war fast Überschlag, oder? Gebrauchswagenhändler vorbei, Weiter Richtung. Ich dachte jetzt überschlägt sich nämlich. Uh, da. Da muss ich echt aufpassen hier, wenn ich so schnell fahre mit der Kiste. Ist viel mehr aufpassen. Weiter Seitengassennähe Strip Club. Das Ding ist halt, der Fahrer vorne, der fährt echt nicht schlecht da. Der... Und... Umso mehr impress mich vom Civic-Fahrer, dass der das schafft. Da muss ich echt schwitzen auf der Tastatur. Jetzt wieder zurück Richtung Gebrauchswagenhändler. Gebrauchswagenhändler. Gebrauchswagenhändler passiert. Informativ, Fahrstuhl ist soweit sauber. Davor rechts Richtung Waffenland Hauptplatz. Wieder rechts schüppschuppen. Hört hören die? Wieder Fahrt Richtung Maceback Arena. Informativ, es spielt in der Nähe von euch ein schwarzer Raptor. Der funkt auch. Kollege, fahre vor. Kollege, fahre vor. Z4. Z4. Nach Hamburg. Bad Rickenhaven. War das ein schwarzer Raptor? Z4. Ja, hat Sondersignale drin. Warte. Oh, fehlte vor. Sieh, Kontakt verloren. Ja, der ist jetzt zurückgefahren. Er fällt gerade Richtung Grovebeat wieder. Den 20? Er fällt rechts Richtung Hafen. Leischerei. Rechts Richtung Container Hafen. Ich brauche einen Trainee. Ich brauche einen Trainee. Ein Sichtkontakt mehr gerade. Ein Sichtkontakt mehr gerade. Bitter Sichtkontakt Richtung Hafen. Komm wir schnell wieder in Funk 1. Ja, das passiert halt. Wenn einer einen Fehler macht, du bist direkt weg. Leider. Bitter Sichtkontakt. Negativ. Bitter Sichtkontakt vor jeder näher. Bitter Sichtkontakt vor jeder näher. Bitter Sichtkontakt. Bitter Sichtkontakt. 1020 bitte. Bitter Richtung Container Hafen. Bitt rechts ab. Bitt rechts ab. Bitt links 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 ab. Fotostudio vorbei An meiner Position wird steht zwei Fahrzeuge Wir haben auch in der Grove Seed eine KTM gefunden Jetzt wird die von der Folge Kommt sofort Bis dann Fertig 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 Ich bin schon. 10-20 von der Verfolgung. Aktuell jetzt wieder Richtung Fahrtenhaven. Wieder Container Terminal Fahrtrichtung. Also genau steht die Karte. Dürfen nicht mehr viel Spritz haben. Es war voll. Immer noch hier. Richtung East Highway. Jetzt fahrt er Richtung Brücke, Catalina. Ja, fahrt jetzt Richtung Brücke, Catalina. 10-4, wenn du hältst. 10-4. Ja, fahrt auf die Brücke auf. 10-4, aber... Eine Einheit gleich die Brücke dann sperren. Die Leute im Fahrrad. Liegt die Füße auf den Weg. Liegt sie, der vermuten ist, dass dann der Ort stehen wird. Die Moskul zündet. Und welche Einheit die Brücke sperrt? Ich habe 1 Kilometer. Ich fühle das. Auf welche Seite sind die aufgefahren? Die richtige Fahrtrichtung. Richtung Catalina. Richtung Catalina. Auf welche Seite sind die Fahrzeuge. Maiba? Ja, Maibars. Zwei goldene Maibars stehen auf Catalina Island. Am Flugfeld. Mal tief. Ich steige aus. Die haben ein Boot, die haben ein Boot, die haben ein Boot. Ja, flüchten mit dem Boot. Kollege im Charter, wo bist du? Da wird ein Kollege bei den Taikaner. Also, ich möchte dir den Arschpul nehmen. Kommen wir da oben? Informativ, es kommt noch eine blaue, der gelbe Backsteer ist auf die Insel. 1020 von dem Taikaner. 1020 von dem Taikaner. 1020 mit der Einheit. Eine Einheit haben wir. King4 nimmt Gott dir in Aschpul. Sorry. Alles gut, nichts passiert. So, ich habe welche sichergestellt. Ich muss ganz schnell rüberfahren. Ja, sehr schön. Perfekt. Perfekt. Welche Fahrt Richtung fährt denn das Boot? Er ist südlich und ist dann nach Westen weggekippt. Sprich runter Richtung Abfahrt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hätten wir eine Air One? 50 navet. Könnte eine besetzen. Okay, 50 david. Ich könnte zwei Fahrer mit fliegen. Und schnell machen. Ich muss die Probe, die DNA-Spur rüberbringen, Leute. Aber ich habe eine DNA-Spur im Fahrzeug gefunden. Jetzt müssen wir ganz schnell rüber. Informativ, wir sind schon zu 2.250 david. Ja. King 4. King 4. King 4. King 4. Ich bräuchte hier nochmal das Kennzeichen vom Fahrzeug. Ja. Krieg's zur Fahrt. King 4. Wollte den A-Spuren festzustellen. King 4. Konnte den A-Spuren festzustellen. A-Spuren festzustellen. Setzen Sie. Camp Zeichen. Ganz schön speedy rüber, sonst wird das nichts. Es war die Verfolgung aber, die war echt heftig, Bruder ich muss jetzt so ganz schnell tanken. Ging verhört. Könnten sie das nochmal wiederholen? Schief, Kennzeichen schief. Können sie das bitte buchstabieren? T-H-I-E-F. Alles klar, danke. Thief kill. David wechselt dann wieder in Funkanal 1. Ja, jetzt kommt sie schon daneben halt. Ach scheiße, wie macht das? Ich muss jetzt ganz schnell dorthin. Scheiß jetzt mal auf das CAD, ich muss so schnell wie möglich die Probe rüberbringen. Je länger wir warten, desto schneller ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Probe kaputt geht. Deswegen muss ich da jetzt schnelle Anfahrt machen. DNA Probe, da darf man nicht spaßen mit, das habe ich schon einmal gemacht. DNA Probe, aber ja, genau. Und ich fand die exenkte Sau dorthin. Aber ich muss sagen, die Verfolgungsjagd war heftig geil, also die hat Spaß gemacht. Aber ich habe nicht gedacht, also ich bin 100 pro sicher, dass die keinen zweiten Plan hatten. Und als sie gemerkt haben, dass sie nicht weggekommen sind, haben sie nur noch Zeit geschunden und uns haben Leute beauftragt. Ich glaube eh, dass das dann dieses, ich denke mal das Kartell, weil die überall da die Autos stehen hatten, dort einfach dann das Boting gestellt haben, dass sie dann flüchten können oder so. Ich weiß es halt nicht, aber hat sich so angefühlt, als haben sie probiert, noch Zeit zu schinden, weil sie keinen anderen Plan hatten. So kommt es mir ein bisschen vor. So, ganz schnell rein da. So. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht ausgemacht, ich bin ein Trottel. Mach doch das Licht aus, ne? Mach doch das Lampchen aus. So, ganz schnell zum Labor, auf geht es. Dafür sind wir da, die King-Units in der Highspeed. Ja. Schneller kann die, die in der Abrube nicht hergebracht werden, Leute. Schneller geht es nicht. Schauen wir mal, was rauskommt im Labor. Ich hoffe, wir haben eine Übereinstimmung. Ich hoffe es wirklich sehr, dass wir eine Laborübereinstimmung haben. So, den A zugreifen. Wir tun mal hochladen. Und dann, was glaube ich, äh, Upload erfolgreich. Abgleichen. Keine Probe vorhanden. Ich habe es jetzt so hochgeladen oder was. Da sagt nämlich keine Probe vorhanden. Aber ich habe es hochgeladen. Datenabruf. Vielleicht ist das das Ding. Dann sehe ich, was die letzte, äh, den Anspruch war, die ich hochgeladen habe. Da müsste es stehen. Date. Schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir den 21.8. haben wir, ne? 21.8. 21.8. Achter. Habe ich gesagt, hochladen erfolgreich. Ich glaube, der gibt mir direkt den Output. Muss ich ja nicht so heraussuchen. Den 21.8. Die DNA Probe. Oder gab es schon einen Abgleich? Oder hätte ich auf Abgleich gehen müssen? Ne. 21.8. 7.8. 21.8. 21.8. Wir müssen das so schlecht hier sortieren. Achso, das ist nach Namen sortiert oder was? Ne, nicht mal das. Also die Sortierung muss ich nicht verstehen, warum die so ist, ne? Keine Probe vorhanden. Ich habe die Probe hochgeladen, aber er will jetzt nicht einen Abgleich machen. Das ist super. Ah, nicht löschen. Na, ich, äh. Keine Probe. Ja, ich, Gott sei Dank, löschen. Abruf erfolgreich. So, danke. Wollte nichts löschen. 30.7. 6. Blablablub. 20.8. Warte. Das ist 21.8. Muss sein. Wo ist denn hier der 21.6. 21.8. 08. 05. 01. 04. 02. 06. 07. Ah, 08. Da haben wir den. Jesse Smith, 21.8. Da haben wir ihn. Das müsste er sein. 21.8. Eingetragen. Datenabruf. Das ist die letzte Daten, äh, die wir gemacht haben. Außer jemand hat heute schon Daten über, übergeben, ne. Aber das war, äh, wenn das Fahrzeug auf ihn zugelassen ist, wäre das ziemlich lustig. Und das war der letzte, der im Fahrzeug gesessen hat. Der Upload war ja erfolgreich, hat funktioniert, aber ich finde die Aufteilung ein bisschen blöd. Das ist echt blöd gemacht. Also das ist halt hier wirklich nicht gut gemacht. Mit der... Weil ich würd's nach Datum sortieren. Weil wie lange du da brauchst, bis du das endlich mal rausgefunden hast. Wo jetzt der richtige Dings ist. Erster vom 8. Nacht noch. Aber eins ist jetzt der 8. Da gut dann. Ich muss euch das Kennzeichen abfragen. Das war noch ne Möglichkeit. Ähm... Chief oder Thief war's. Eins von beiden. Chief. Oder Thief. Kennzeichen. Thief wird's nicht gewesen sein. Nein. Chief oder irgendwie so. Chief. Was hat er dann gesagt? T... S... C... H... I... Irgendwas mit Chief oder so. So vielleicht? Ach komm, was hat jetzt immer das Kennzeichen? King4, ich hab ne Probe feststellen können. Ach, jetzt ist ja... Falscher Funk. Das ist ja falscher Funk. Die sind ja schon alle Funk 1 drüben. Bruder. King4, ich konnte DNA-Spur feststellen. Ich bräuchte noch einmal das Kennzeichen von dem Fluchtfahrzeug. Kennzeichen schief. C-H-I-E-F. Ach, danke. Chief. Ich hab Thief gedacht. Und jetzt dachte ich vielleicht Chief. Wirklich? Ja, die DNA-Spur würde mit dem Fahrzeughalter übereinstimmen. Entfer. Oh mein Gott, Chief. Ich hab Thief gedacht. Thief sowas. Oder dann Chief mit T. Ich hab nicht gedacht, dass der Chief nimmt mit C-H. Oh mein Gott, wieder so ein Lost. Holt euch am besten direkt ein Haftbefehl. Ja. Ja. Soll ich denn schnell schreiben? Kannst du nicht selber schreiben? Dann muss ich zum Supreme Court gehen. Nein, aber auf die Fahndung schreiben. Sorry, das glaub ich auch jetzt mit Haftbefehl können, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja, stimmt. Das ist ja die Neuerung. Oppala. Entschuldigung. Ja. Den vorverstanden. Das ist ja die... Das ist ja die Neuerung. Wir haben da jetzt den Haftbefehl. Mit DNA-Spur musst du zum Supreme Court lagen. Ah, das mach ich schnell. Ich geh jetzt zum Supreme Court. Ich mach das. Ich mach das Ding. Äh, wir haben da eine neue Regelung für. Ja, King, vor. Ich würd mich sonst mal zum Supreme Court aufmachen. Hier hab ich geschrieben, die Regelung, dass du die A-Spur musst erst einreichen. Im Dings. Ich bin so ein Losti heute. Das ist ja unglaublich. So ein Loster-Boy mal wieder. Jetzt hab ich mein Auto da hinten geparkt. Jetzt find ich's nicht mehr. Weißt du? Die eigens geschriebenen Regelung mit dem, ähm, mit dem Ding. Ich hab das voll grad nicht gerallt, Alter. Ich war mir komplett wieder weg. Du musst echt aufpassen, du. Erstmal Regel-Bruch-Hurde. Erstmal wieder ein Klassenbuch-Eintrag. Für die selbst geschriebene Regelung für DNA-Spur. Dass man das beim, ähm, beim Supreme Court anfragen muss. Für einen Dings, ne? Ah, wir fahren da mal hin. Wir machen das schnell. Das Ding ist halt, wir sind High-Speed-Unit und King-Unit. Also es ist halt beiß auf einmal. PZL muss man nur noch umtragen. Wir sind jetzt King-Force-Feeder-Ten-Aid back. Genau. Im Dienst. High-Speed muss man noch nicht durchgeben. Perfekt. So. Ein Loster-Boy unterwegs in seiner High-Speed. Ist es nicht schön? So muss das Leben sein, oder? So muss es. So, nicht anders, Leute. Ein Loster-Boy im Auto. Da fühlt man sich wieder richtig beschissen. Gut. Ich hoffe, dass wer da ist vom Supreme Court. Wenn nicht, dann muss ich das eintragen lassen. Irgendwie. Oder schauen, dass die das... Na gut, beantragen. Also Fahrzeug-Chief würde übereinstimmen mit der DNA-Spur. DNA-Spur wurde frisch festgestellt. Für den Fahrersitz. Das war noch gelb. Das haben alle gesehen. Ich hab das so nie gemacht. Ich hab noch nie was eingereicht beim Court. Noch nie. Das ist das erste Mal, Leute. Das erste Mal, dass wir im Court was einreichen. Ja. Ich freu mich drauf. Galerie-Kaufhof. Ich freu mich drauf. Oder so ging die Werbung, oder? Keine Ahnung. Wir hatten sowas. Wir haben keinen Galerie-Kaufhof, oder wie das heißt. In Österreich gar nicht, glaube ich. Das ist Scheinwerf wieder repariert. Gott sei, ich hab einen Werkzeugkasten dabei. Mach ich gleich vorne am Ding hier. Okay. Müsste Scheinwerfer umbauen. Ist er da vorne ein Ding zum Court? Ja, müsste er da sein. Müsste wer da sein. Mal schauen. So. Mal ganz schön das Ding reparieren lassen vorne. Zack. Boom. Ein Werkzeugkasten. Für die Scheinwerfer und die Front. Sind wir froh. Einfach einmal hinflicken. Und dann passt das Ding wieder. Dann sieht das Ding aus wie neu. Oder auch nicht. Mal schauen. Ja. Ja, sieht wieder wie neu aus. Siehste. Waffe. Waffe schnell rein. Dann hoffen wir mal, dass er da ist. Wenn nicht, müssen wir gucken. Dann rufen wir auf ihn an. Guck mal. Bin ich da nicht? Ach doch, da ist er da. Gott sei Dank. Ich bin da nicht. Joi 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 joi. Sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Arbeiten Sie? Ja. Ja. Alles klar. Ich bräuchte ganz kurz ein Antrag auf einen Haftbefehl. fehl. Ja, um wen geht es? Das kann ich Ihnen gleich sagen, warten Sie ganz kurz. Um Jesse Smith. Okay, ja, um was geht das in diesem Fall? Jetzt gerade erst gab es einen Juwelenhaupt mit einer Flucht. Das Fahrzeug haben wir, da konnten wir DNA-Spur nehmen, DNA-Spur wurden genommen, wurden direkt auch zum PD rübergebracht. Ja, Auswertung wurde zurückzuführen an den Herrn Smith, genauso wie das Fahrzeug mit dem Kennzeichen. Das konnten wir ebenfalls an ihn zurückführen, also würde beides passen. Täter flüchtig. Okay, ja, dann kann ich Ihnen das ausstellen. Perfekt. Bräuchten Sie irgendwo noch Beweismittel, die ich Ihnen noch zusenden müsste? Ja, bitte. Einfach in unseren D-Funk-Beweismittel reinstellen, bitte. Alles klar. Gut, danke. Ich sende Ihnen das zu uns rein und Sie setzen den auf, direkt auf? Die Fahndung. Genau, also können wir das direkt auf die Fahndung ausstellen oder machen Sie das? Das mache dann ich gleich danach. Alles klar, perfekt. Gut. Gut, und Sie bekommen dann noch den Haftbefehl nachher. Alles klar. Kriege ich den von Ihnen jetzt hier dann ausgesteckt, wenn Sie noch mal zu Ihnen kommen oder? Genau, genau. Okay. Dass Sie denn auch haben. Perfekt. Dann gebe ich Ihnen mal am besten die Telefonnummer von mir, falls Sie brauchen. Ja. Warten Sie kurz. Jawohl. Das ist ja alles neu mit Haftbefehl und so. Gab es ja früher nicht. Ich muss mich da selber erst mal einfinden, wie wir das jetzt gemacht haben. So. Haben Sie das zu schreiben? Ja. Jawohl. 800. Ja. 718 22. Okay. Und Sie heißen? Sven Rumpe. Ähm. Okay. Sind Sie mit einem Markrumpe verwandt? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber da fragen Sie, glaube ich, schon mehrfach danach. Also sind Sie nicht der Erste, der danach gefragt hat. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So. Ich muss noch Bodycam anschauen. Wie immer einer. Gut. Ich werde jetzt jetzt einmal versuchen anzurufen. Jawohl. Ja. Funktioniert. Ja. Passt. Jawohl. Danke. Ach, Digga. Gut. Dann melde ich mich bei Ihnen, wenn ich den Haftbefehl ausgestellt habe. Alles klar. Danke. Peter. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Kollege. Könntest du vielleicht mal kurz kommen? Ich? Ich habe mal eine Frage. Ja, äh. Bitte. Weißt du, welche Person im P-Cat, äh, deinen Namen eintragen kann? Meinen Namen? Naja, also allgemein den Namen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich muss meinen Namen mal selber reinschreiben, weil meiner nicht eingespeichert ist. Ach so, äh, dann müssten Sie sich an den, ähm, entweder an den Chief oder einen Commissioner wenden, der kann das. Okay, äh. Weil Sie sind, der, der Commissioner steht ja, der Commissioner sind ja bei, bei Marsches, oder? Ich bin bei Marsches, aber mir wurde gesagt, meine, äh, meine Führung kann das nicht. Äh, trotzdem, der Commissioner steht ja trotzdem noch, äh, mit Ihnen drüber, oder? Über die Marsches. Äh, ja, richtig, aber der Commissioner ist, hat vorhin gesagt, er hat keine Zeit. Oder ist jetzt allgemein nicht da, glaube ich, meiner. Der Commissioner ist eigentlich da, also... Also eingetragen ist er nicht. Heute nicht, nee, heute nicht, aber der ist doch da, weil wenn Sie da eine Anfrage haben, können Sie die eigentlich stellen, aber... Ja, er war vorhin da, da hatte ich eine Anfrage gestellt und er sagte zu mir, äh, keine Zeit. Hat er zu Ihnen gesagt? Ja. Aber das kann er doch nicht machen, das ist doch seine Aufgabe, das ist doch als Commissioner das hier einzutragen, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich hab's jetzt da versucht und er hatte keine Zeit besetzt. Dann soll ich ihn mal fragen. Er sagte wann anders. Okay, eine Frage, ja. Noch, wie heißt der Tatverdächtige, die Tatverdächtige nochmal? Äh, Chessie Smith, J-E-S-S-E. Ich weiß nicht, ob's jetzt ein... Warten Sie mal, muss ich mal schnell gucken. Ja, bitte. Ja, ist ein Herr, also Chessie Smith ist ein Herr, äh, geboren am 6.02.2006. Okay, passt, danke. Ah, alles klar. Ich melde mich dann bei Ihnen. Danke. Äh, also sagst du, ab Schief können die das, oder wie? Ich, äh, ich werde einmal den... Eigentlich macht das der Commissioner, der ist für alles zuständig, was ganz oben ist. Also ich müsste sonst den Commissioner nochmal fragen, könnte ich machen? Ja. Äh, dass die... Den haben wir mal um... Also es werden höchstwahrscheinlich mehrere sein, wenn nicht nur sie sein, oder? Äh, also bei mir wüsste ich jetzt... Ich hab mich immer nur gesehen. Vielleicht die Neuen, die angestellt wurden, ja, das kann möglich sein. Ja, dann wird der das so oder so mal machen müssen. Aber kann sein, dass er vielleicht gerade heute nicht Zeit hat, aber wird das schon machen. Ist halt jetzt schon, äh, seit vier Wochen nichts passiert, ne? Okay, das ist das. Schlecht. Haben Sie schon vor vier Wochen gefragt? Äh, ne, ich hatte letztens mal angefragt, weil ich dachte, dass das automatisch schon irgendwann eingetragen wird. Dann hab ich mal nachgefragt, und dann... Achso, ne, ne. Wohnt halt immer bis jetzt gar keine Zeit, so, ne? Deswegen. Mhm. Alles klar, ja, wie gesagt, dann, ähm... Hallo? Ich werde das halt weitergeben. Ja, das wär lieb. Ja, perfekt, dann machen wir das so. Alles klar, ich danke Ihnen, ja. Alles klar, bitte. Ihr Name bräuchte ich vielleicht noch, dass ich das so wüsste. Achso, ja, mein Name ist Tom Stone. Tom Stone, wie der Stein? Genau. Tom Stone, werde ich mir merken. Alles klar, danke. Alles klar, danke schön. Jawohl. Ciao. Um was geht's überhaupt? So, ja, 2006 ist gleich 16 Jahre. Äh, man darf ja hier ab 16 spielen, und der Charakter darf auch 16 sein. Das heißt, ein 16-Jähriger hat hier gerade ein Jugo gemacht. Mit 16 darfst du ja auch in Amerika Auto fahren. In den USA kriegst du ab 16 Führerschein. Das einzige, was du ab 16 nicht haben darfst, steht auch so in den Serveringang. Und sind Waffen. Sind erst ab 18. Das heißt, wenn dein Charakter 16 ist, und du wirst mit einer Waffe erwischt, ähm, müsstest du theoretisch die Waffe abnehmen. Haben wir so geregelt im RP tatsächlich. Also, du kannst dir einen Charakter machen mit 16, hast du sogar einen Nachteil. Also, die, die hier einen 16-jährigen Charakter stellen wollen, ja, die können das machen. So, ich muss jetzt nochmal rüberfahren Richtung, äh, PD. Und muss dann nochmal meine Kollegen fragen, ob sie hier noch Beweismittel haben vom Fahrzeug. Gleich mal schnell dann gleich, weil ich muss schnell Beweismaterial einsammeln. Dann geht's aber auf die Bahn geht's dann gleich, Leute. Dann geht's wieder auf die Autobahn. King 4, hier hat jemand den Kofferraum von dem Fluchtfahrzeug, vom Porsche Taycan, gemacht. Positiv. Sechse der Weg. Könnten Sie das, äh, mir zukommen lassen? Ich bräuchte das für die Beweismittelakte, für das Kord. Ja, top 4. Ich stoße zu Supreme Kofferweiser. Tempo. Gut, dann werde ich das auch gleich mal in die Beweismittelakte legen. Das Ding ist, ich muss noch einmal zurück zum, äh, Dings, zum PD. Ich muss nochmal die DNA-Spur vorzeigen, dass das auch die richtige ist vom heutigen Tag. Und dann ist unsere Arbeit erledigt, dann wird der auf die Fahndung geschrieben, sobald's abgeklärt ist, ist der auf der Fahndung. Mal schnell gucken, dass wir da schnell die, ähm, das Labor ist oben, ne? Ne, Labor müsste oben sein, hier oder unten. Ne, oben. Gut, ich hab jedes Mal, denk ich mir, ist das oben das Labor oder unten, so eine Abfrage. Äh, da, ich vergesse immer, ich muss ja, ich muss ja die, äh, Daten abgleichen, muss dann ja, ne, das einsenden. Aufruf erfolgreich, das ist ja der 08, wo ist er denn? 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 8. Na, das ist er nicht. 08, 08, 08, 08, 12. Das ist er auch nicht. 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08. 08, 08 ist er auch nicht. 08, 08, 08, 08. Was ist das denn? Hä, der war doch viel weiter oben, ne? 05, 06, 05, 06, 3, 6, 7, 5. Boah, das ist auch echt viel, 08, 08. Was war denn da im 08, 08 los, dass da so viele Leute eingetragen sind? Ja, bist du deppert. Das ist der 20. Wir suchen den. Äh, ist jetzt weg? Ja, ist doch jetzt nicht der Zweck. Ach, bitte, so, dass du das weg hast. Bin ich blind schon wieder. Es kann sein, dass ich wieder kompletter Blindfisch bin. 05, 05, das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht so ein Blindfisch sein. Den hatte ich doch vorhin erst. Also suche ich nach dem Namen einfach. Ich weiß nicht, der Name Jesse, Jesse Smith. Ah, da ist er, 21.8. Wieder dran vorbei. Äh, einmal ein Screenie. Einmal ein Tweenie, genau. Jesse Smith. Und dann laden wir das Ganze beim Supreme Court hoch, dass die die ganzen Daten haben. Die werden jetzt übermittelt. Und so. Supreme Court. Supreme Court. Beweise. Gut. Da hat er jetzt hochgeladen. Und zwar folgendes. Das Kennzeichen. Und. Jesse Smith hat da auch hochgeladen. Da muss ich eigentlich nur noch die DNA-Abfrage machen. DNA-Abgenommen. Äh. Gefundene DNA-Spur. Jesse Smith. Das ist der Sound, auf die Spende. So, dann haben wir hier einmal Kennzeichen Chief. Da steht auch dabei. Das ist, äh, Jesse Smith ist. Und 21.8. DNA-Spur abgenommen. Perfekt. Haben wir alles eingetragen. Jawohl. Dann wird er mich anrufen, sobald es auf der Fahndung, sobald es auf der Fahndung steht, dann passt das. Haben wir gute Arbeit geleistet, immerhin. Seit langem mal wieder. Ein bisschen lost gewesen, aber ey, wir haben eine DNA-Spur nicht mal gefunden, nach Jahren. Upload erfolgreich. Geht sonst nicht immer. So. Und ab auf der Autobahn jetzt, wirklich. Und ein Rubbel loswählt man immer noch. Was stellen wir uns hier irgendwo hin? Wir wollen ja eigentlich Raser finden. Das ist ja unser, unser Job ist das ja eigentlich. Und tanken müssen wir auch. Wo sind die nächste Tankstelle her? Stay down. Na, fahr mal da hin. Ich fahr auf der Autobahn, auf der Tankstelle. Das ist immer gechillter. Kommen Sie mal an, dass ich entführt werde, wie Palito. Palito Tankstelle, ganz schlechtes Klima. So. Wir brauchen immer noch ein six-fahrenes Auto, dann kann ich hier auch raus-tappeln. Aha. 155, wir fährt mal so schnell. 156. 155, 50. Ach, ich muss rechts ranfahren. Hallo. Guten Tag, ich habe jetzt den Haftbefehl geschrieben. Sie können vorbeikommen. Alles klar, danke. Bist du unterwegs? Danke, tschüss. Dachte ich, dass das so schnell geht. Gut, dann muss ich jetzt den Haftbefehl nochmal abholen und dann geht's los. Nehmen wir ein Haftbefehlchen. So. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dann müssen wir den Haftbefehl direkt jetzt abholzen. Nice. Wäre ich gleich dort hingefahren oder wäre ich gleich dort geblieben, dann. Achso, ich habe ja die, ich habe die Beweismittelsamme, das ist ja ein guter Weih, aber was? Ja, das ist halt doch nicht dort bleiben. Aber gut, Haftbefehl können wir ausstellen, das ist nice. Das ist nice. Also ging doch schneller, als erwartet, das Ganze. Das ist ja noch nicht vorgelesen. Manuel Roster mal vorgelesen, Big Mac mal vorgelesen, die Tiger Ente mal vorgelesen. DK01, kannst du Flo grüße mit dem Flo, falls ich das noch nicht vorgelesen habe. Kuss und Liebe geht raus. Dankeschön. Keine Ahnung, war Schmach. Einen guten Stream, bis bei Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Abzübige Gamer, sechs Tage ineinander streamen. Nice. Also, bis auf einen Tag habe ich den mal ausgelassen, aber sonst waren es fast zehn Tage, glaube ich. Hätte ich den einen Tag nicht ausgelassen. Firebody, 18 lang, fünf Euro. Vielen Dank, Justin Mac von 44 Kennis. Was hat sein Bein und stinkt? Marius, der Witz. Das war vom Minecraft-Streamer, das. Richtig fies. Aber Marius, erst mal gemobbt hier. was geht raus? Marius, den allerbesten, lostesten Streamer, den ich kenne. Gut, dann machen wir die Sachen ab, ne? Machen wir sie ab. Da können wir auf die, wobei er hat den höchstwahrscheinlich schon auf die Fahndung gesetzt, ne? Bevor ich jetzt hier blöd rumgurke. Fahndung müsste er gesetzt haben, Smith. Ne, hat er noch nicht, müssen wir mal fragen. Er hat gemeint, er setzt ihn auf die Fahndung. Ich muss das nicht machen. im CRD sieht das noch anders aus. Oder mach das, wenn ich es abgeholt habe. Das kann auch sein. Ne, guck mal. Hallo. Hallo. Moin, Moin. So, dann gebe ich mal Ihnen das Dokument. Jawohl. Hier bitte. Dankeschön. So, es sollte soweit alles passen. Ich weiß, irgendwelche Fälle sind einfach bei mir melden. Warten Sie mal, ich gucke mal schon nach. Ja. Alles klar, jawohl. Perfekt, jawohl. Gut. Okay, passt. Das Ding ist jetzt noch, Sie haben gesagt, Sie schreiben noch ihn auf die Fahndung. Genau. Haben Sie es schon gemacht? das mache ich jetzt. Okay, kann ich das also durch den Funk durchgeben, das jetzt auf der Fahndung noch steht? Ja, können Sie. Perfekt, alles klar, Dankeschön. Bitte. Gut, schönen Tag noch. Wiedersehen. Gleichfalls, tschüss. Gucken wir mal. Gucken wir mal gleich. So, das ist Polizeiarbeit. Haben wir uns darum auch gekümmert. Wir haben sogar einen Haftbefehl bekommen, das Dokument haben wir vorgegeben. Kleine Einheit dichter dran, also ich aus der Stadt hier anfahren. Dispatch angenommen. Guts. Ja, dein Fahndung. Achso, na, sorry. Ich gehe da. Hallo. Grüße. Was machst du hier? Ähm, wir hatten gerade einen Pflanzensfund im County. Achso, ja. Und ich wollte einen Haftbefehl organisieren. Okay, habe ich auch gerade gemacht. Helfe mal Tief, FD, Lesser Disper, Großbrand, bei 1.7, Bräuch, dann auch Abfettwürz. Danke, jedenfalls. Absperrungen sind anscheinend staulustiger. Ja, Lenk 58 hat 2,6 km Responder. Edward 38 hat 2 km Responding. Schau mal nochmal. Fahndung, updaten, nehme ich schon mal hier. Äh, die Mechaniker haben ein Auto für dich auf dem PD-Hob abgeladen. Ja, 10-4, vielen Dank. Jesse Smith. Ich würde es in der Parkhof stellen, insofern wir einsteigen dürfen. Ja, ja, das passt so, das einsteigen. Ja, das passt. King 4 hier, Jesse Smith, bei der Verfolgung Richtung Catalina Island. Haftbefehl wurde ausgestellt und steht jetzt auch gleich auf der Fahndung. 10-4. Post. Jetzt also, ich meine nur schnell vorm Dokument war ich noch schnell. Ich frage, ich bin irgendwo, ähm, wo die Schlüsse über der Sicht. Und dem müssten wir eigentlich ein Abbild machen, was leistet, ist das so riesig. Wir können das, wir können das auch in die Länge ziehen, wenn wir das wollen. Aber es ist halt die Frage, wollen wir das? Machen wir ein paar Screenies. Es sollte irgendwann mal den Haftbefehl brauchen, kann ich ihn zusenden. So. Perfekt. Man weiß ja nie, ob irgendwer den Haftbefehl vorliegen haben möchte, deshalb ich mache da immer schön Screenshots. Dann passt das. Und jetzt muss ich wirklich tanken fahren, weil sonst mein Tank gleich leer. Jetzt muss ich wirklich mal zur Tankstelle, Leute. Das war jetzt ein bisschen, äh, Papierarbeit, aber mein Gott. Polizeichop geht nicht ohne Papierarbeit, sagt man. Und ich mache eh schon so wenig Papierkram. Aus dem Grund, ja. Was hat ihr gesagt? Das sind ganz schnell verstanden. Hat der King 4 gesagt? King 4 für 6-Nervis. Ah, King 4 hört. Können Sie den Haftbefehl der Ermittlungsaktor eintun, um bitte alle haben? Ja, 10-4. 10-4, dann rein. Genau deshalb machen wir das. Das ist Quatsch. Die Ermittlungsakte. Boah, das ist halt alles Papierkram hier. Aber Ermittlungsakte haben wir unter LAPD. Ermittlungsakte, da kommt der Dings rein. Der Haftbefehl, das ist ein, den muss ich jetzt leider in 15.000 Screenshots einbinden, weil der Haftbefehl halt länger ist. Was sieht denn aus? Die Cam hängt. Ja, wartet mal ganz kurz. Frage, vorletzter Dispatch mit Herrn Frech, schon abgearbeitet. So, wartet ganz kurz, Leute. Cam hängt. Kieferbruch, ja, sorry. Jetzt geht's aber wieder, ne? Das ist, weil ich gerade was aufgemacht hab. Sorry about that. So. So, jetzt wird's aber wieder alles klappen. Ja, ist halt nicht alles so einfach, wenn du hier mit Ermittlungsakten rumkacken musst. Das ist halt. Da hast du auch einen Stream offen. Dann hast du einen Kieferbruch mitten im Stream. Erkennt es nicht. Mit Kennzeichen? Hm, das ist halt ein Kennzeichen. Brauche ich echt mal, äh, ein Tank so langsam. Uiuiuiui. Immer Leben am Limit, Alter. Leben am Limit. Die letzten Wähler gehen noch mit dem Tempomat. Komm, die letzten zwei Wähler schaffen wir noch. Aha. Aha. Aha, wartet, warte, 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 ganz kurz. Der ist von hier gekommen gerade. Das Kennzeichen war HRS-791. Mit dem braunen Urus. Ach. Bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, sie wurden gerade entführt oder so, weil da hier einfach nur rumstand, der Wagen. Nee, ich fahr da drüben mal kurz. Ach so, weil da ist mir gerade so ein schwarzer Urus entgegengekommen. Ich hab schon fast gedacht, der hat sich mitgenommen, weil da stand keiner. Nee, alles gut. Okay, alles gut. Weil passiert ja öfter, dass das an der Tankstelle irgendwann mitgenommen wird. Ja, deswegen, äh, tu mir auch immer vorher Bescheid sagen. Ah, okay. Alles klar. Jawohl. Gut. Alter, ich dachte, jetzt wurde entführt, Bruder. Der war nur pissen. Der Bruder war nur pissen. Grüns, gar nicht mal. Ich kenne mich. Dich kenne ich noch. Jawohl. Bodenstangegrümel. Danke für 90 Cent. Ach so, da kommt der. Guck mal. Mal schon aufpassen hier. Firebody. Danke für 5 Euro. Firebody 18. Justin MC 44 knies oder was. Das haben wir ja vorgelesen. Kevin King. Dankeschön für 2 Euro. Schönen Abend. Robert, du musst abgleichen gehen, der Fahrzeugprobe. Hochladen, nur wenn die Probe der Person nimmst. Aber die Probe war ja entnommen und ich hab's hochgeladen. Die wurde eingetragen, die Probe. Also es war dann, doch, also du kannst entweder beides machen, weil er lädt entweder die Probe hoch oder er macht den Abzug. gleich nicht. Aber ich bin mir gerade selber unsinnig, muss da noch mal fragen, ich, das Script ist ja selbst geschrieben, muss fragen, wie das richtig funktioniert. Weil es ist schon teilweise verwirrend, wenn du einmal Probe hochladen hast und einmal abgleichen hast. Weil du musst jetzt erst ne Probe hochladen und die dann abgleicht oder nicht oder, ach, keine Ahnung, fragt mich nicht. Bin dafür zu blöd. Maybe bin ich dafür einfach zu blöd. Aber funktioniert hat's ja. Es war ja, der, der Fahrzeugtyp war drin, der, äh, war ja selbe, der da drin gesessen ist. Datum stand ja dabei, wann das war. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das, äh, so ungewollt ist, dass du die Probe auch hochladen kannst und das dann wirklich falsch ist. Das ist dann das Problem. Aber das ist das Problem mit einem Script irgendwo. Ich würde schnell mit der Frage, welcher Kollege hat den, ähm, grünen GT3 RS verfolgt, äh, von Kursrecht. Ja, King4, ich hab mich nur am Ende dran gehängt, aber ich hatte keinen Sichtkontakt. Ich war zwei Kilometer entfernt. Ja, King4, weil der Herr hat mich gerade angerufen, er würde sich halt gerne stellen, nur ich hab's da, überhaupt keine Ahnung. Mein Drumsjag, das glaube ich, der Bodycrap, das ich hier politisch melde. Ich hab da keinen Ahnung, welcher da drin war. Ich hab den nie gesehen. Was ist das da? Und welche Spende? Von Steffen. Ist meine erste Spende. Kauf dir und Schandl etwas Schönes. Danke. Danke, Steffen. Der Allerechte. Hauen wir mal ein Like-Hype raus, Leute. Aus die 5000. Wir sind über 7000 Leute. Augen mal raus auf die 5000 Likes. Da gibt's eine Überraschung, wenn ich mal nur Spaß halte. Hier gibt's keine Überraschung. Es ist immer dasselbe. Vielleicht mal neuen Like-Hype als Überraschung. Das wär mal was, ne? Das wär mal was. Einmal 5000 Likes zieh ich meine Hundenase aus. Ja. Ich stell mich jetzt irgendwo hin. Ich geh mich auf ganz gemütlich ähnlich blitzen. Jetzt komm ich endlich mal zu dem Job, den ich heute machen wollte. Auf ganz gemütlich blitzi blitzi machen. Frage ist, wo mach ich's am besten? Ah, ich weiß schon wo. An der Ding vorne. Ja, da würde ich machen. An der an der Säule hier. Wobei, äh, nee, warte, warte, ganz kurz. Das ist ja. Hier an der Säule war das, glaube ich, ja. Da wurde der Ding so. Ach komm, du bist selber schuld. Da bist du selber schuld, oder? Frage ist, blitze ich da noch den mit? Den Verkehr? Der von oben kommenden Verkehr? Also irgendwie ist der Spot doch nicht so geil, wie ich mit dem vorgestellt habe. Aber wo blitze ich denn am schönsten? Oder kommt Werner? 146, 150, 150, ja. Ich fette den mal an. Vor allem, da fährt ich die ganze Zeit so komisch, der Typ. Ah, Lincoln 58, würdest du den Scouting verlegen? Front, away. Front, away. Ah, ich halte den mal an. Oder 15, ja. Ich habe das gesehen, dass ich da gestanden habe. King4, 1086, mit dem Kennzeichen HRS, Leerzeichen 791. Seht ihr, der von vorhin. Ja, das ist doch der von Tim, das ist doch der, der auf das Ding gefahren ist. Was macht der denn? Der fährt hier komplett random rum? Führerscheinabnahme am 12.8. Verbrecherische Flucht. Also, ich glaube ich, wenn man das PCAD gucken, war das jetzt, glaube ich, unter, so kurz schauen, lass mich nicht lügen, Strafkatalog neu. Waren das, glaube ich, 1.500, oder? Jetzt, statt, wo waren das? Bin doch immer nicht mit dem, ganz, mit 30 km drüber, weiß ich, 3.000. Und mir geht das, also ich zahle halt meistens die 3.000, zahlen die Leute bei mir. Aber ich finde hier gerade nicht die, äh, wo ist das denn? Ah, hier. Geschwindigkeit überdreht und bis 29 km sind 2.000 Dollar. Das ist ja 130, er ist, äh, 20 drüber gefahren. Ich finde ein Informativ, der Gespräch kommt jetzt mit mir schon, wo ich arbeite, hier in der Nacht. Guten Tag. Guten Tag. Ist doch ein bisschen zu schnell. Das ist das auch, ich habe einen Spendee. 150 hat das Informat, statt 130. Ich kriege mal Führerschein, bitte, von Ihnen. Jawohl. Haben Sie? Dankeschön, ja, kriegen Sie zurück. Danke. So, mal kurz gucken, haben Sie noch offene Strafen oder irgendwas? Ich weiß noch nicht. Ganz viele Blitzzeichnungen sehe ich gerade. Das kann sein. Was ist mit der Strafe, äh, Flucht und Schadenersatz? Ja, ich hatte eine Woche Zeit. Heute bis, keine Ahnung, 23 Uhr, so muss ich die bezahlen. Mhm. Ja, 23 Uhr. Ja, muss man nur schauen, ob das sortiert ist, bis 23 Uhr haben Sie Zeit. Mhm. Haben Sie Zeit, auch die anderen Rechnungen noch zu begleichen, Radarfallen? Da sind ein paar Radarfallen offen. Ich wollte die 50 knappen. Ja, das sollten Sie aber nicht machen. Okay, ich zahl die dann. Je mehr Sie offen haben, desto still leichter ist es für uns. Jawohl. Gehen Sie schon eingenommen werden oder werden Sie ihn noch offen lassen? Stell ich ihn da in der Zwischenzeit erst mal aus. Nein, ich würde noch offen lassen. So. X36, Z50. Sicher ist? Ach, das war später. Ja, alles gut. Noch Hilfe? Oh, nein, ich danke. Oh. 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 Haben Sie alles bezahlt? Ist alles bezahlt. Alles. Von vorne bis hinten. Perfekt. Von vorne bis hinten alles bezahlt. Super. Perfekt. Gut. Dann, äh, langsamer fahren, Tempomat wechseln. 130 statt 150, dann passt das auch, ja? Ja, mache ich. Alles klar. wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Ihnen auch. Tschüss. Wiedersehen. Wie viel Kilometer hast du? Das ist der Sound auf der Spende. Oh. Wie viel Kilometer hat der Kollege in der Zwischenzeit? 200 Meter. Dann steige ich mal aus. Fog an. Das ist noch eingetragen. Du streichst das aus. Ähm. Normativ letzter Dispatch betrifft sich. Ganz ruhig. Steht gleich dabei, dass er das bis 23 Uhr zahlen muss. Das hat ihn nicht eingetragen. Gut. Schön für ihn, dass ich nochmal darauf hingewiesen habe. Also schön für mich eigentlich, dass er alles bezahlt hat. So. So. War nur ein bisschen zu schnell das Beste. Ja. So, Mila. Hey Xyl, wie geht's dir? Sehr gut. Ich hoffe dir auch, Mila. Vielen Dank für Fünfer. King. Kann man auf 3.0 alles mit Controller machen. Man kann auch auf 2.0 fast alles auf Controller machen. Außer die Menüs und so. Ähm. Das ist aber auch deshalb. Du hast auf dem Controller unmöglich so viele Keybinds wie auf der Tastatur. Geht unmöglich. Das ist also unmöglich um alles mit Menü auf, zu und so und das Menü öffnen auf dem Controller. Einfach zu wenig tasten. Aber du kannst trotzdem mit Controller fahren, mit Controller rumgehen, mit Controller schießen. Das geht alles. Das ist alles möglich. So. Game over. 89 YouTube. Danke für 2 Euro und nochmal 2 Euro. Bist der beste YouTuber. Ist meine erste Spende. Vielen Dank. Warum? Squid. Ey das Geld verdienen sie dir. Komm mein Geld. Kuss geht raus Squid. Dankeschön. Echten äh. Squid World. Squid World. Ich überlege. Also soll ich hier mich einparken? Ist ja eigentlich auch ganz nice hier. Hier. Hier stehe ich immer. Das war der Spot wo ich immer gestanden habe. Ja. Da ist er. Das war der Spot wo ich immer so gestanden habe. Wisst ihr noch? Muss ich zwar mal diese Pusteln da weg machen. Aber das funktioniert. Der war richtig fies hier der Spot. Das funktioniert irgendwie nicht. Perfekt. Genauso wie das war der Schmerz. Warum geht denn der nicht? Da geht meine Radarfalle nicht. Hallo? Wenn die Radarfalle geht hier nicht. Das ist schlecht. Ähm. Das ist aber beides auf. Same lane. Opposite lane. Also irgendwas mache ich falsch. Ah jetzt funktioniert er. Da muss ich auf Opposite lane vielleicht stellen. Aber das macht ja keinen Sinn irgendwie. Ich bin ja hier auf der Set. Ach ja. Weil ich wieder auf der, die er geht. Nevermind. Ich weiß warum. Ja ich muss anders stehen Leute. Ich muss äh. Hupsi pupsi. Ich muss in. Ja tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Ist in die Richtung blitzen. Dann gehts. Oder? 11 David 10 7. Schönen Abend euch. Passt auf euch auf. Tschüss. Schönen Abend. Oder auch nicht. Also muss ich nicht verstehen. Warum das hier auf der Spur nicht so funktionieren möchte. Wie ich es mir eigentlich vorstelle. Dann leck mich. Dann stehe ich halt hier. Ja. Matario. Matario ist äh. Telefoniert gerade. Eine Freie. Eine extra 21. Das geht perfekt. Dann stehe ich so. Stehe ich ein bisschen quer. Aber siehst du mehr. Ich bräuchte bis jemanden aus dem Auto rausholt. Das LFD hat mich gerade verständigt. Dass sie keine Despatches annehmen. Ich bin so wie du den Gegenverkehr hat. Hm. 115 Wh.. invade ich an. 175. Wenn ich mich nochpanisieren muss. Aha. Und noch mal die Dinge überqueren. Das ist dem mit dem los. 1 2 Trüss. 3. Nein. turn right. Du bräuchten Wiss dressedin. Habe ich doch schon vorhin gesehen an der Tankstelle. King41086 mit dem Kennzeichen TB, Leerzeichen GT86. Hallo? King41086 mit dem Kennzeichen TB, Leerzeichen GT86. Hallo? Guten Tag. Haben Sie mich nicht gehört vorhin? Nö, wieso? Ich bin hinterher gefahren, dann sind sie hier weiter, sind hier einmal durch. In den Gegenverkehr rein und dann hier auf die Tankstelle. Ja, ich hatte eilig, mein Tank war fast leer, tut mir leid. Mit 175 trotzdem. Oh. Da müssen wir einen Notizblock raus haben, kannst du doch mit? Gerne. Gib mal einen Führerschein bitte. Jo, kleinen Minuten. Danke schön. Danke schön, kriegen Sie wieder. So, ähm. 175 habe ich Sie geblitzt vorhin. Aha. Ich schaue jetzt über das hinweg, dass Sie hier mal durchgefahren sind. Mhm. Machen viele so, sollte man aber nicht machen, ne? Durch die Poller durchfahren oder nach dem Gegenverkehr. Ja, mein Tank war halt wirklich am Ende. Und Sie haben noch zwei Bildzeichnungen offen, wäre auch gut, wenn Sie hier vielleicht begleichen können. Ja, echt. Kein Mensch. Gut. So, was wird hier schon? Legen wir durchgefahren. Guck, guck, guck. Das macht einmal bitte 3000 Dollar, dann fahren Sie bitte langsamer, dann sehen Sie den Pomat an. Sie kommen auch, wenn Sie langsamer fahren, Spritsparender an. Also macht das Geld, sieht man Sie hier so mit Vollgas durchrasen, bis Sie ja da sind. Aha, ja. Okay. Jetzt tun wir leid. Ja, alles gut. Einmal bezahlen und haben Sie schon bezahlt. Perfekt. Ja, hab ich bezahlt. Gut. Dann gehen Sie mal in Ihr Handy ran. Ja, werde ich tun. Alles klar. Hallöchen. Schönen Tag. Hallo. Ich will einmal Rookie 9 mitnehmen in Mission Robin. Äh, ja, check ich hätte aber eine längere Anfahrt. Was Handy hast du durchgehört? Durch dein... Durch sein Headset. Dann geht es immer an Ihr Handy ran. Das ist ja wirklich so, oder? So. Ja, bis zum Beispiel gerade angehalten wurde, ist alles gut. So. Oh. Aber guter Spot dort. Bleibe mir Cayle deathhow, bis heute nicht mehr entfernt beater fois. Guter Spot dort. Hä 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 was Handy. Tüt 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 tüt. Ja, muss auch, ne? Möchten sie mich auch mal hierhin parken? Ist das vielleicht egal für uns? Das fährt aber völlig zu schnell durch, denn was ich jetzt schon muss? King 4är ein viel zu schneller. P1 fährt gerade auf dem East-East-Highway, brauche ich mal bitte Unterstützung? Ja, würde Edward Fortin direkt mal den Civic auspacken, wenn er schon in der Marge steht. Mein 10-20 habe ich durchgegeben. 15-David-Macken-Punkt. Fahrzeug ohne Kennzeichen, weiterhin East-East-Highway, jetzt an der Tankstelle vorbei. Der P1 ist gleich an der Mautstelle vorbei. East-East-Highway. Fahrzeug verunfallt, fährt ab, fährt jetzt auf dem innerstädtischen Highway. Links an die Freie ist mit der Frage, soll die KTM nicht angemeldet ist und nur eine Kenntnisentfuhr auf dem Aktebus gemacht werden? Ja. Ja, ja. Fährt jetzt auf der Gegenseite im innerstädtischen Highway, dreht um. Was fährt er mir rein? Fährt jetzt wieder... Fährt jetzt Richtung... Ah, dreht jetzt um. Wieder verunfallt. Fährt weiter im Gegenverkehr. Weiter zum Maze-Bank-Arena. Auf der Autobahn oder... Ah, der fährt die ganze Zeit... Äh, jetzt fährt er wieder ab. Fährt ab. Fährt gerade unter der Autobahnbrücke. Wieder Richtung Stadteinwärts. Fährt Richtung West Highway, innerstädtische Highway. Weg jetzt wieder rechts ab. Wie viele Fahrzeuge sind jetzt knapp? Drei. Haben Sie noch unterstützigen Kettenfahrer ausgesetzt? Ja, ich habe einen Civic, ich bin hinten dran. Ja, das war perfekt. Ich denke, dann können wir Fahrzeugen unterstützen. Bei Fahrzeugen? Highspeed ist da. Alles gut. Super. Fährt runter Richtung chinesisches Denkmal. Das hat heute mal mit dem Backup richtig gut geklappt. Oh, da springt ja was zusammen. Bist du da gerade zuspring ich nicht? Klackenbell. Eine Straße unterhalb jetzt Richtung Arbeitsamt weiter. Am Arbeitsamt vor zwei Richtung Hauptplatz. Liesabek auf Platz vorbei. PD vorbei. PD zurück Richtung ehemalige Mechaniker. Richtung Casino. Am Taxi vorbei. Der Mustang gibt es gut, oder warum? Der Mustang gibt es gut, oder warum? Der Mustang gibt es gut. Oder warum? Ah, ich habe gerade Harte Kopfflöten. Ah, okay. Das ist gut. Fahrzeug schwer für Unfall. Fährt weiter. Fahrzeug schwer für Unfall. Fährt weiter. Fährt. Fährt. Ein fahrzeug schwer für Unfall. Ein fahrzeug. Da gibt es noch. Ein fahrzeuges ist nicht. Falker. Hoch Tequila Lala Bar. Ab in die Hills. Scheiße. Ein verunfall die ganze Zeit. Alles gut. Der Train wird von den Hills runter zu Richtung Tequila Lala. Na, negativ. Der Train wird in die Hills. Er baute dauerhaft Unfälle vor uns. Müssen wir echt aufpassen, dass wir den nicht irgendwann richtig hart rein fahren. Wenn der jeden zweiten vorne mitnimmt, weil er so schnell fahren muss. Guck mal, der nimmt ja jeden mit hier. Also wenn er so weiter fährt, dann weiß nicht. Der ist ja selbstwortgefährdender Typ. Jetzt an der Hauptbank vorbei. Fährt wieder Richtung Stadt einwärts. Links ab Apple Store. Apple Store rechts. Richtung Arcadius Oberhalb. Links ab Richtung Killbox. Richtung Hauptplatz weiter. Händler. Der wurde grad wieder fast getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Richtung Gebrauchtwagenhändler. Fährt jetzt Richtung Grove. Nein, der fährt jetzt doch wieder Richtung A. Richtung Containerviertel. Biegt rechts ab. Biegt rechts ab. Fährt jetzt wieder zurück Richtung Grove. Vom Containerviertel. Biegt rechts ab. Richtung Casino. Biegt rechts ab. Wieder links ab. Statt einwärts. gleich an der tankstelle hauptplatz fährt richtung hauptplatz fahrzeug wieder schwer verunfall fährt weiter der einsam autohaus bitte einmal kurz der einsatzleitung dort vor ort übernehmen informativ zwei teta und eine geisel teta hat eine glock eine king unit unterwegs fliege schon die pfeil per kurzen auf vorher tanken vorder nationalbank in der blackseries lecker schicksal wechseln vor kollege pass auf hier so fliege ich würde sagen nationalbank wechselt king for high speed unit am p1 hinten dran mein tank ist bald leer bräuchte wirklich noch mal backup aufpassen er fährt einmal schnell dann bremst sie wieder ab wird langsam also wir sind echt der fährte wirk singt das lauter typ der springt über alles drüber bist du dappert also so eine verfolgung ist echt das ist high speed alter sein fahrzeug raucht kopfschmerzen und sein fahrzeug raucht jetzt am hauptplatz am hauptplatz aufpassen fahrzeug kaputt weiter verweiter 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 ich mach nur ich mach nur schnell den a spur kopfschmerzen kopfschmerzen das ding hier auftanken geht nicht anders muss es jetzt ich hätte so oder so anhalten müssen der muss kurz ein powernap machen ja p1 kurz powernap alter bruder aber dann steigen die noch mal auf ein p1 also das ist echt das ist das ist echt das machen nur leute das machen echte leute die keine skills haben in p1 oder in p1 umsteigen also das ist echt ekelhaft weil p1 ist das opste auto was es gibt und wenn du dann schon denn auto ist schon so schrott ist wenn du selber so kacke fährst und dann noch mal ein p1 umsteigst dann muss ich echt sagen traurig an dieser stelle ist halt echt traurig warum ist mein auto nicht aufgetankt was ist das anders ich habe doch tanken gedrückt ich werde sowieso stehen wie mir ja genau kannst ja gucken dass du damit fährst wie es überhaupt geht aber ja sobald er losfährt tanke ich voll und dann kannst du weiter ran 500 meter hinter dir ich fahr mal nach hinten das ding steht da ich habe keine spur festgestellt zu sagen still muss ich eh fahren haben wir noch die zweite high speed unit king v glaube ich war es ja mein das problem ist mein tank wäre leer gewesen und ich wollte noch schnell die dna spur nehmen aber keine festgestellt im fahrzeug king 20 wäre hinten dran alles gut und los ekelhaft nee aber das ist halt echt so wenn ich mir schon denke du flüchtest mit einem p1 weißt du ohne kennzeichen ohne irgendwas und dann steigst du den zweiten p1 um das ist halt ich weiß nicht also nächstes mal erst mal p1 als polizei auto ja ohne witz mal ein p1 das cop auto und dann steigen wir wenn unser p1 dann kaputt ist von der polizei wo man zweiten cop dann steigen wir auch oben in den zweiten p1 ah aber der ist so einen scheiß zusammengefahren alter ist der schlecht also wirklich der ist schnell gefahren aber unsicher der ist überall rein gerast überall und das ding war ich konnte hinten halt nichts mehr machen ich bin dann eben immer hinten mit rein weil der wasser aber weil der die ganze zeit reingerastet ist ne der ist ganze zeit irgendwo reingerast 24 27 reinrasselt irgendwo dann fährst du natürlich dem hinten immer drauf ganz schlimm gewesen ganz schlimm ganz schlimm let's go ne der ist vom p1 in p1 umgestiegen auf die brücke obwohl er schon so oft guck dir das an das ding ist komplett verunfallt weil er 50.000 wo reingemettelt ist mit dem ding ja das ist gar nicht so ein Barschum das ist mit dem Boot das ist mit dem Boot ja ja das ist sicherlich da dabei ja ja natürlich aber natürlich einfach bodenlos sowas bodenloses verhalten sollten wir eigentlich aber sowas sollten wir eigentlich in die Regel reinschreiben ne dass die sowas nicht mehr fahren dürfen und so ein Ding aber somit jetzt mal unterstützen mit dem zweiten p1 das wir könnten machen das geht ja weiter ne ich will jetzt halt tanken wenn die halt Kopfschmerzen hatten ich wollte mich jetzt deshalb nicht einmischen aber ein Kopf p1 ja das wärs das ist der mit dem p1 der grüne p1 da fahren sie da fahren sie da fahren wir mal mit auch fahren wir mal mit da bin ich jetzt mit Absicht halt noch mal dran gehängt wo die halt waren weil da hat er Kopfschmerzen gehabt jetzt ich spiele dann auch tanken dass ich später dazukommen in real life hätte ich halt auch später dann braucht es halt das ding ich muss ganz kurz hier an der tankstelle tanken dann bin ich gleich hinter dir auf die fangstelle gerät wieder ist die east richtung ist der rheinl 10 20 ja gut ich stehe in die finger krieg mit seinem p1 ich stehe in die finger krieg dann schneide ich ihm seine finger ab dass er nie wieder p1 fahren kann es ist der mit dem grünen p1 ich muss sich voll wieder drehen der richtige fahrbahn abfahrt weiter schritt einwärts blitzer vorbei fährt ab in der städtischen drauf also zwei kilometer ja klingt vor ich brauche noch über zwei kilometer dorthin wird ein bisschen dauern wird ein bisschen dauern auf dem westheim auf 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 gleich wie ist denn der hier fährt an der tankstelle rechts ab richten r r r r r r r r Wir fahren jetzt Richtung Autos runter die Straße Links Platz 2 Jetzt auf der Straße Richtung Videomarker An dem Marker vorbei Richtung Videomarker Jawoll, wir sind wieder dran Jetzt kommt sicher der dritte P1, passt auf, jetzt kommt nur noch der dritte P1 noch dazu Wenn die schon zwei P1 um den Ding haben Umso mehr will ich die kriegen, weil die mit dem P1 fahren Oh, der fährt gut, wie ist das der Bad? Ja, vorne ist ja ein 1 zu 7er auch, glaube ich Glaub ich nicht, weiß ich Der ohne Licht fährt Links unter Ambershop die Gasse Fährt jetzt unter Fliegerbank die Gasse Die fahren alle gut Er fährt jetzt besser, der kann mehr fahren als der andere Merkt man schon Der fährt nicht mehr so unsicher Der andere ist ja übelst, der ist ja in Gefühlt jeden Briefkasten gefahren Ein bisschen mehr Skill, hoffe ich halt Was war das denn jetzt? Wir sind jetzt einmal einen Druckler gehabt, oder war er weg? Hat er aus dem Lichtkontakt? Ja, muss. Schwerverunfall, hat sich überschlagen. Ja. Oh. Ah. Ah, ja, was ist denn da los? Was ist denn da passiert innerlich? Ich freue mich gerade so sehr. Ich freue mich gerade so sehr, Jungs. Ja. Überschlagen. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich regelrecht verdient. Das, ich freue mich gerade. Ehre. 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 Zwei Aufwuchszeiten, P1 umgestiegen und überschlagen. Das ist... Ja, moin. Mein Tag ist gerettet, Leute. Ich bin happy. Karma des Todes. Wir stoppen, bitte umsteigen in einen P1, Alter. Das ist Karma. Das, Leute, nennt man Karma, oder? Hat er sich... Das haben sie sich reglich verdient jetzt. Jetzt erst mal 50 Stunden Krankenhaus AP und dann ab in den Knast. So sieht's aus, Leute. Einzelnen Chat, wer sich jetzt hier mitfreut. Oh, das tut so gut, das zu sehen. Das tut so gut. Es ist so fies, wenn ich mich rüber los... Aber es ist, ey, es ist einfach... Es ist einfach der Respekt, wenn du den zweiten P1 einsteckst, weißt du, wenn du vor dir hast, Alter. Da ist jeder Respekt weg. Diese Schadenfreude. Ja, also, ich war noch nie so schadenfreudig wie jetzt. Ich hab ein richtig großes Grinsen gerade im Gesicht. Man sieht's auch. Ah, ist das schön. Ah, das ist immer mal. Hat schon mal die Rettung kontaktiert? FD hab ich angeruere Dispatch geschrieben. Feuerwehr auch schon? Beide? FD ist ja Feuerwehr. Ob ich, hab ich gerade Feuerwehr... Ich dachte, ich hab gerade Medik gesagt. Ach nee, ich wär komplett bescheuert. Ja. So, erst mal erste Hilfe geben, oder? Erst mal erste Hilfe. Oh, mein Kopf. Bleiben Sie da drüben, die Rettung, die wir hier sind. Danke. Oh Gott. Der schon wieder? Hallo? Was heißt hier, der schon wieder? Nicht sie. Ach so, jemand anderes. Ich weiß ja nicht mehr, wer sie sind. Was habt ihr gesagt? Was heißt hier, der schon wieder? Sind sie schon, sind sie schon bekannt, oder was? Das werden sie gleich in meiner Akte definitiv sehen. Wie, oder das AMR? Ach, ne. Geht's insoweit gut da drin? Nee, mein Kopf tut übel weh. Am besten nicht bewegen, so drin sitzen bleiben, dass sie sich am besten am wenigsten bewegen. Je weniger sie sich bewegen, desto besser ist es. Okay. Wenn wir sie jetzt da rausholen würden, dann könnten wir sie weiter verletzen. Am besten einfach drin bleiben. Die Sache ist, wir haben Informationen bekommen vom FD, dass wir so gut wie möglich die rausholen sollen, weil die, was, wegen was? Nochmal? Vor allem in der Rohschadenslager haben die doch gerade da gespielt. Aber ich würd' sagen, wir warten bis AMR vielleicht kommt die Rettung, dann können wir sie rausholen. Das Ding ist, wenn ich den jetzt hier anfasse und irgendwas sollte dann... Das Ding ist, sobald AMR da ist, dann können wir helfen, vielleicht die Tür aufzubrechen oder so. Ne, weil wenn wir den jetzt anfassen und dann machen wir was falsch, dann verklagt der uns bis aufs Letzte. Warten bis AMR kommt. Wenn AMR jetzt auch nicht kommen kann, dann keine Ahnung. Ja, da müssen wir... Mal gucken. Keine Sorge, ich verklag schon niemanden. Gucken dann, ob wir einen Erste-Hilfe-Kasten, irgendwas in dem Erste-Hilfe-Kasten haben. Ich kann mal gucken, haben sie auch eine Wunde irgendwo? Ich merke gerade nicht viel. Und ich könnte nur probieren, die Scheibe einzuschlagen unten. Aber das ist dann wegen Splitter-GV nicht gut. Wissen Sie, also ich weiß nicht, wie wir sie da rauskriegen sollen ohne Feuerwehr. Ich möchte jetzt auch nicht hier... Ah, vorne ist offen. Vorne ist offen. Und hier... Kriegen Sie die Scheibe noch runter, geht das? Kleinen Moment, hallo? Hallo? Hallo, ja, ich hab einen Verkehrsunfall gerade. Und bin jetzt gleich auch in Output des LAPDs. Sie können ja mal gucken, ob ich hier einen Stiftnick hinterher habe. Legen Sie mal das Handy weg, ist nicht gut für Sie. Legen Sie das mal weg. Ja, ich muss wieder auflegen. Tschüss. Können Sie... Jetzt hören Sie mir mal zu, kriegen Sie das... Sie können doch nicht einfach telefonieren, Sie liegen hier kopfüber drin. Haben Sie... Können Sie irgendwie den Fensterheber runterziehen? Sonst müsste ich mit der Ding rein hier und ich will... Ich will nicht, dass es splittert hier drin gleich. Ne, ich komm nicht dran. Das ist schlecht. Auf meiner Seite bewegt er sich nicht. Ja, ich hätte hier einen Stiftnick, warte ich... Legs ihn an. Müssen Sie erst die Scheibe kaputt machen, die bewegt sich nicht. Funktioniert sie gar nicht? Nein, ich krieg's nicht runter. Vorne wäre auch von vorne ist ausgesplittert, die Degen, aber... Ja, warte. Wir können... Sitz sind es noch rechts, neben Ihnen jemand? Ne, ne? Nein, ich bin allein drin. Wir könnten sonst probieren, die Seitenscheibe hier rechts einzuschlagen. Kommt man vielleicht ran, aber... Warte, ich guck mal, ob ich reinkriechen kann. Warte. So, das geht... Wie hat denn vor? Okay, danke. So, warte ich... Ich schütze die Unlinkung wieder auf den Bereich. So, ist so angenehm? Nee, absolut nicht, aber muss so. Ja, okay. Die Dinger sollen ja nicht angenehm sein. So. Ich meine nur, wenn wir jetzt die Tür aufreißen oder so, dass... Ich wette, es könnte Herr Chessis Rift sein. Das wär's jetzt. Ihr könnt ja mal Kennzeichen gleich abfragen. Ehre, vielen Dank! Geh mal gleich Kennzeichen durch. Ich riege sonst mal ab hier. Ja. Stadtwerke brauchen wir da eh nicht, ne? Äh, glaub ich nicht. Komm mir mal zu, die Straßen. Bevor jetzt irgendwer noch lang fährt. Komm ich dann wieder zurück im Funk. Komm ich dann mit kurzer Nachfrage. Hat irgendeine Einheit gerade was mit einem Herrn Laurens zu tun hat? Kommt hier jetzt gerade, aktuell, ja. Er hat den vor, ist der Angeklagte beim Supreme Court. Der hat gerade Termine im Supreme Court eigentlich. Ja, der hatte gerade, glaube ich, schon mit dem Supreme Court telefoniert. Und rief der nach dem Funk ein. Ja, perfekt, aber dann ist der eben Polizeigewahrsam. Also noch liegt er auf dem Dach. Gucken, dass wir ihn da gerade rausholen. Weil das FD ja gerade nicht da ist. Ja, den vor. Aber ich gebe dem Supreme Court Bescheid, dass er sich einfindet, sobald er herzlich versorgt worden ist. Ist das in Ordnung? Geht das? Äh, ja, man kann ja das, was wir ihm gegeben hätten, mit oben drauf tun, irgendwie. Genau, das könnte er dann im Supreme Court ausmachen. Aber dann gebe ich denen Bescheid, dass die nicht umsonst warten, sondern dass er noch kommt. Das ist der Sound, aber ich bin nicht. Ja, genau, mach mal so. Den vorverstanden, danke. Äh, King4, ein Commissioner. Hört sie? Könnte ich kurz sie privat per Telefon erreichen? Sicher. Tom Stone hieß der. Ah, ich habe mal meinen Namen gemerkt. Tom Stone, gut. Gucken wir mal ein Commissioner an, das ist, äh... Was er denn, äh... Sag doch nicht Peter Edwards, äh, das heißt, der Charakter will ich Peter Edwards. Ist er dir einer, äh, einer Anhaltung entzogen, oder? Ja, äh, ich wollte ihn anhalten, weil er mit sehr übertiger Geschwindigkeit über den East Tyrell gefahren ist und hat sich dann entzogen, ist geflüchtet und, äh... Also Entziehung aneinander entzogen. Genau. Und Flucht, ne? Ja. Ich wusste, äh, er heißt doch nicht ernsthaft hier Dinge, oder? Lava nicht. Kommissioner 1070. Peter Edwards. Ist doch nicht sein Name. Ich weiß nicht. Heißt der wirklich Peter Edwards? Ja. Also ich guck das jetzt im P... Ich glaub das nicht, der heißt doch nicht Edwards, der heißt doch nicht Peter. Alpha heißt doch nicht Peter. Nein! Ich guck das jetzt nach, wenn er da drin ist. Wo ist er denn, äh, Commissioner? Doch, er heißt Peter Edwards. Das wusste ich nicht. Ich hab mit ihm, ein bisschen vor, ich hab mit dem Commissioner im RP fast nie was zu tun. Und ich wusste legit nicht, dass er Peter Edwards heißt. Ich wusste das nicht. Komm, ich hab eine Nachfrage, welche eine hat, wollte gerade über Draht kommen? Äh, King 4, ich ruf sie jetzt gleich an. Ah, 10-4. Peter Edwards. Ich wusste das nicht. Äh, sorry Alpha, ich wusste das echt nicht, dass du Peter Edwards heißt. Gut, ähm, das, äh, war mir neu. Ciao, Rumpe. Sven Rumpe, im Telefonlisten. Edward's LAPD. Guten Tag, hier ist Sven Rumpe, King 4. Guten Tag. Äh, ich hätte ein Anliegen an Sie und zwar folgendes Problem. Ähm, er ist vorhin jemand von den US Marshals, äh, begegnet. Und zwar der Herr Tom Stone, sagt Ihnen der Name mal was? Ich habe den Namen heute schon in irgendeinem Zusammenhang mal gehört, ja? Ja, der Herr meinte, er bräuchte nämlich im MDT, hätte er gerne den Namen drin stehen. Jetzt habe ich gesagt, das müsste ich an den Commissioner weiterleiten. Ähm, das Ding ist, seiner Aussage lang wartet er schon seit vier Wochen drauf und er weiß jetzt nicht, ob das noch gemacht wird. Er hat da noch keine Bestätigung bekommen, ob da irgendwie was noch umgebaut wird oder nicht. Ja. Hätten Sie diese Informationen? Ja, ich kann es eintragen, das ist kein Problem. Genau das war auch der Grund, warum heute schon mal jemand bei mir angeht. Ich weiß nicht. Äh, wir kriegen von den Marshals immer die Namen genannt und dann tragen wir es ein. Ich kann mich nicht erinnern, dass er beim Netz dabei war, aber tragen wir es dann auch. Ja, genau, also der Name Tom Stone war das, wieder Stein. Ich bin schon ein, die Intenta hat einen schönen Namen. Der hat die Anfrage gemacht bei mir. Genau, der wird noch eingetragen. Wie gesagt, bei den Marshals müssen wir halt, die sagen uns was, welche Namen sie drin haben müssen. Jawohl, okay. Perfekt. Gut, alles klar, wollte ich nur sagen. Danke. Kein Problem, danke. Wiederhören. Wiederhören, ciao. Haben wir das auch erledigt mit dem Tom Stone? Das war so ein einfacher Name, den konnte ich selbst mir mal merken. So müssen wir nur schauen, dass wir jetzt bald gucken können, was wir mit dem machen. Das ist doch das Einzige, was mich noch umsitzelt. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, die kommen jetzt schon. Ah, mehr kommt, glaube ich. Mhm. 15, David, bitte mal eine Reihe, Paddle-Einheit an folgende Position. Ein Position durchgekommen. Phil, es heißt... Äh, es sagt, hier wird es nicht frei. Ja, ich würde mit Kopfschmerzen schmerzen, was schwarz worden wird wegen dem Blut, weil er noch überkommt ist. Jo. Genau. Äh, wir kümmern uns. Das haben sie neu gemacht. Perfekt. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht... Schauen wir mal den Fokal, sag ich euch. So. Muss ein bisschen warten. Aber es war jetzt besser als jeder Bankraub. Ich schwöre, weil es war gerade der Bankraub. Ich bin sehr froh drüber. Ich könnte es mal fragen, aber ich könnte jetzt freie Einheit machen, aber... Link wird dir ja wieder zurück ein. Kann man sich gleich im Link. Eine Frage, äh, hast du gesehen, wer umgestiegen ist? Ja, ich war nicht über den Kommen. Ja, irgendwann mit der Nachfrage wurde vorhin. Der war jetzt am... Du warst am Hauptplatz. Äh, ich war auch da, ja. Ja, äh, ich glaub, das war nur einer drin. Es war nur... Weil, die sind ja umgestiegen, oder? Einer ist aus, weil es eingestiegen ist. Ja, einer, von der Fahrerseite ausgestiegen ist, da eingestiegen. Auf der Straße. Also, ich hab nur einen gesehen, der ausgestiegen ist. Weiß nicht, ob da ein Abschlepper für gerufen wird. Äh, ich hatte jetzt mal eine Pfeffel. Ich weiß, es ging so schnell und ich hab dazu noch, äh, probiert, noch die DNA probieren zu nehmen vom anderen Auto. Ich hab halt am Hauptplatz sind sie nicht umgestiegen, oder? Am Hauptplatz sind sie, ist der ausgestiegen und wir sind dem blauen, jetzt eigentlich, oder den lehlen, dann eingestiegen. Ja, aber der war... Achso, der stand nur da, der Wagen. Der stand nur da, ohne Person. Ah, okay, ich dachte, jemand hat den hingefahren und die sind umgestiegen, okay. Ja, ne, aber die, genau den P1 hab ich einmal da an der Tankstelle gesehen. Und genau der müsste ich gewesen sein, wo der... Ja, vom, vom anderen P1 hab ich Kennzeichen aufnehmen können am Hauptplatz, äh, Kennzeichen Vince. Mal gucken, wer der zugeschrieben wird. Ja. Wir passen vom... Nauerstau, Pulse. Wahrscheinlich Win... Vince Lawrence. Ja, das passt. Das ist auch der, der... Hast du von dem auch den Wagen schon geguckt, Kennzeichen? Ne, ich komm noch... Liam Beckett. Echt 1.7er? 16.02.2022. Sie haben ein herrenloser Engine gesehen? Äh, 16.02.2022. Das ist kein Zeichen. Das ist wie im Rücken. 16.02.2022. Hier im Beckett. So, Blutdroge ist ein bisschen niedrig, ne? Das kommt jetzt davon, dass alles auch in den Kopf fließt. Das könnte... Broke 9 bricht wieder mit Verwühlen. Ich bist du deppert. Ah, nee, schau, ich wollte kein Interesse mit. 15.02.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.20 die crash rettung da es nicht so gut geht sprich rausziehen nach behandlung kommt er direkt zu blumenkort jetzt kommt die feuerwehr ich mache schon weg der frage mit der frage der p1 der am hauptplatz raucht ich bin da vor ort hier schon aber war schon was da noch passiert und dann geht es los also ich habe nicht gedacht dass es so dass ich wieder reparieren lassen guck mal ist wieder komplett voll kaputt das ding also ich bin heute dauerhaft im einsatz mit einem kaputten auto weil ich immer noch verfolgt bin aber ich habe mich so gefreut wie der auf dem dach gelegen ist also das ist das ist so schön das ist einfach so schön und der wagen also ich muss sagen der camaro fährt sich schmackhaft geiles auto ist wirklich sehr geil zum fahren also echt geiles auto noch mal finanziert ich war das mit der idee für den 1 zu 7 aufkleber von elke und vorher hieß sich saron 390 jetzt sagt mir was was geht viel spaß und habe ich auf jeden fall oliver komme nicht mit dem druck auf discord das ist nicht so schlecht gebannt oder so wenn man blinkt nicht auf dem discord kommt ist man nicht so schlecht weggebannt vielleicht ein alter account gebannt gewesen oder so ja wie viele leute waren jetzt in dem urbus und sind die leute erkennbar drei markierte personen im urbus wurde bereits durchbeginn kann man meinen mann pascal grüßen und wieder mal gut dass du ihm dank vor zwei stunden leonie kremer ich grüße mal den pascal sorry dass das so lange gedauert hat ich lese dann vor ich grad zeit habe jetzt gerade nick brode hier eine kleine spende und fahr vorsichtig sonst gibt es krankenhauser bis jetzt noch nichts passiert toi 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 oliver dank für zwei euro nach tobias halbwert welche pizzeria empfiehlst du in graz im grüß aus graz ich wüsste jetzt gar nicht was ich empfehlen könnte i dont know ich esse immer woanders pizza von dem wäre ich kein geist wirklich empfehlen i dont know wie ist das wegen dem autogramm das ich bekommen habe damals von ich sende sonst alles weg also wenn du irgendwas nicht bekommen hast schreib mir am besten eine mail ich habe eine mail bei mir in meiner kanalinfo send mir am besten deine mail also eine mail zu mit adresse allem drum und dran und dann sende ich sie weg zu dir weil wenn du das formular ausgefüllt hast kann ich das abgleichen mit alten formularen dann gleiche ich das ab dann sehe ich das ja wenn du das damalige formular ausgefüllt hast das ding ist wenn du teilweise 30 autogrammkarten auf einmal versendest es gibt immer leute wo was nicht ankommt was ich sehr schade finde aber ich habe auch das gefühl dass die irgendwie bei uns in der post ich habe auch keine rücksendadresse drauf dass er das informativ für die kollegen unten einer müsste ihn zum haus sein der hat täterstatus oder der wird auch später gleich ins court gebracht so wie es aussieht weil der hat heute einen termin dort ist nicht erschienen und ja der ist so voll fertig wie bist du mich verarscht so stone man oben bin auch wieder dabei kuss an stone man auch ist bekannt wem der amggt gehörtert black series gehörtert von bangkok soweit ich weiß wo ein dna spuren genommen ähm ist so ein king unit war ja auswertung auch schon fertig warte ja wo siehst du noch was am standing parkplatz negativ schon wieder die rechte kante ne ich war immer recht so rein das gibt es doch gar nicht so ich fähre hier das ding und dann jawoll wieder aus wie neu das ding gott sein gibt es werkzeugkästen aber jetzt habe ich keine mehr das waren meine letzten das heißt nächstes mal gibt es wieder Richtung Ding Mechaniker leider Claudio kannst du mich grüßen und wollte mal fragen was du zu minecraft rp sagst wäre das was für dich ich glaube nicht dass das was für mich wäre minecraft ist eher für mich zum chillen und runterkommen als dass ich da drauf rp spiele Joellen Gede Moin grüße dich in den letzten zwei streams war ich nicht mit dabei mag kein minecraft wie Spaß kann nicht verstehen es gibt Leute die mögen kein minecraft ich liebe es zum runterkommen ist nice kann man nicht fahren ne ich habe das glaube ich jetzt richtig verstanden der wird später zum court gebracht ne genau sofort zum court und dann muss man ihnen halt das nochmal dem court das sagen das er nochmal bekommen und ok habt ihr schon durchgegeben dass du ihn abholt oder ich habe gesagt ich habe zu denen gesagt das Täterstatus ist es wird wahrscheinlich dann bescheid gegeben wenn der fertig ist alles klar perfekt durchsucht habe ich ihn der hatte nur einen golfschläger und eine taschenlampe und Funkgeräte und Handy alt 14 Funkgeräte und 21 Handys oder so alles klar auch nicht schlecht wie man das braucht das ich auch nicht ich habe auch jetzt irgendwie 39 und 58 Handys weiß auch nicht wie die sammeln sich ich bin jetzt heute endlich mal ein rpg losgeworden er hat auch meine rpg dabei er hat auch meine rpg dabei ein mechaniker ist jetzt auch alles klar ich warte jetzt mal eben auf meinen kollegen der da sehr spannend hinter der wand steht ich weiß auch nicht was er da macht ich glaube er hat Durst ja stimmt er hat irgendwas mit trinken gesagt ja vom Regenwasser wahrscheinlich das ist der Sounddorf der Spende das ist der Sounddorf der Spende was macht er denn da Regenwasser trinken das ist der Sounddorf der Spende ok dann lassen wir ihn mal dabei passt jawohl bis gleich jetzt sind die Mechaniker auch auf dem weg alles klar braucht ihr uns noch irgendwie hier Äh, ne, ihr könnt dann sich abziehen. Okay, sollen wir die Absperrung dann... Ja, die will ich wegmachen. Die können wir auch wegmachen. Ich mach die weg. Weiter geht's, Leute. Abgemeldet. Brian Gun. Einmal Backup, bitte. Adam 54 is running. Mal ne Frage? Ja, bitte. Äh, ich würd hier die Tempozone aufheben. Könnten Sie eine neu machen? Ja, klar. Perfekt. Weil nicht, dass sich das dann irgendwie kreuzt oder so. Ja, ja, ne, alles gut. Mach ich die mal weg. Dann müssen sie halt durchmachen. So, ist weg. Äh, dann müssen die noch da. Okay, ja, sehen Sie. Dann lassen wir's einfach so, wie's grad ist. Perfekt. Jawohl, ciao. So. Auf geht's, Leute. Also, die Verfolgungsjagd hat echt Fun gemacht, ey, Bruder. Ist halt lange wieder ne geile Verfolgung. Aber das mit den 2P1 unehrenhaft. Wart aber 1 zu 7. Habt ihr gesehen, wer das war? War ein 1 zu 7er. Ich war so lustig. Ähm, wenn du als 1 zu 7er... Ihr müsst euch vorstellen, wir... Ich bin der 1 zu 7 Boss eigentlich. Ich glaub, Ryan ist jetzt auch noch bei, bei, äh, Polizei. Wir, wir zwei haben jetzt... Zwei... Den 1 zu 7er festgenommen. Eigentlich war's grade, wenn du so, so bedenkst. Wenn du den Charakter nicht mit eindenkst. 1 zu 7 gegen 1 zu 7, so. Aber wir sind halt... Man muss halt trotzdem, ne? Denken, man ist halt ein anderer Charakter. Aber im Inneren weißt du, es ist ein 1 zu 7er, der vor dir fährt. Und ich bin auch ein 1 zu 7er. Und da ist auch Ryan ein 1 zu 7er. Ist irgendwie lustig, wenn man sich das so denkt. Beide so bei der Polizei. Ist halt schon nice, so. Wenn du denkst, du kannst im 1 zu 7er zusammen spielen. Aber als Polizist auch zusammen spielen. Das ist schon... Finde ich cool. Habt ihr gesehen, wie er grad gefahren ist? Wie ein Gott mit dem Auto, Alter. Das ist echt krank. Echt krank, wie man so gut fahren kann. So. Auftanken die Kiste und ab auf die Autobahn. Janik Statur. Danke für 90 Cent. Marcel Schüßler. Guten Abend. Habe einen schönen Abend. Schöne Grüße aus der Eifel. RLP. Jawoll. Die Eule. Damit kannst du dir einen Werkzeugkasten kaufen. Danke. Wird gemacht. Wird gemacht. 15 David mit der Nachfrage. Wer war alles bei der Verfolgung von dem roten P1 dabei? King 4. Ja, ähm. Konntet ihr den Täter stellen? Bzw. ähm. Positiv. Ja, ähm. Konntet ihr den Täter stellen? Bzw. ähm. Positiv. Ach, der Bernd. Ach, der Bernd. Muss immer mal zur Tank stellen, dann kannst du es auch holen. Nirgendwo steht die Informativen. Du kannst helfen, was zu klären. Wollt ihr mit ein bisschen lauter 40? Nirgendwo steht die Informativen. Fahren, falls es auch sauber. So. So. Elias Plörer. Kennst du dich noch? Gesenktes saugeiler Typ. Natürlich kenne ich dich noch. Kuss an Elias Plörer. Den käme auch noch. Speedwrave-Fan. Ich wette, äh. Es könnte ja Jesse Smith sein. Aber es war er nicht. Ne. War er nicht. Jesse Smith war wer anderes. Also, ich habe auch gedacht, vielleicht ist er es. Aber, ne. War ein 1 zu 7er. Ah, zu weit weg leider. Zu weit weg. Sorry. Können wir nicht anfangen. Ein Pounder wird geklaut. Aber ich schätze, die wollen ihn wegstellen. Weil der ist halt. Front. Closing. Rear. Perfekt. Kollege mit 147 unterwegs. Wer kennt ihr nicht? So. Janik Stute. Danke für den 90 Cent. Der Bomb-Deck. Danke auch für die Einigung. Sie sind da Fredl. Was ist das denn? Fredl, ne. Was ist das Name? Danke für den 90. Mibu. Haben wir meine jetzige Frau kennengelernt. Was? Wie geht das denn? Was? Habt ihr euch mal hingestellt und gesagt? Ich schau gerne Xyren. Ich schau gerne Xyren. Ich schau gerne Xyren. Ich schau gerne Xyren. Ja, komm, lass heiraten. Ich schau gerne Xyren. So ist das abgelaufen. Genau so. Nicht anders. So. Ich stelle mich wieder an meinen Spot, wo ich sonst immer Blitze, Blitzi mache. Hier hin. Am besten aber. Extra 21. 10. 6 Oceans. Informativ. Fahrzeug. Keep sure. So. Passt. Jana. D235. Nee. D23. Warum bekomme ich auf die 5? Also wegen 5 Euro hinten dran. Genau. Leid zu viel Geld. Aber wollte Danke sagen für die Streams. Sie muntern mich jedes Mal auf. Ich wünsche dir nur das Beste. Kussgeld raus an dich, Jana. Freut mich. Jeder Support zählt. Auch wenn ihr ein Like da lässt. Oder kostenlos ein Abo, Leute. Das kostet euch nichts. Keinen Cent. Und damit supportet ihr mich kostenlos. Ihr müsst kein Geld hier spenden oder donaten. Es ist alles auch so möglich natürlich. Ich liebe ein Kussgeld raus an die, die es hier machen. Die schon abonniert haben. Die schon geliked haben. Ich würde sagen, wir hauen noch mal ein Herzring an die Community raus. Und lasst mal ein Like da, Leute. Lasst den Like-Button pushen, bis er blau wird heute. Hau mal raus hier. Einer geht mal rein hier. Einer geht. Einmal ein Herzring. In den Chat, Leute. Lassen wir den Herzring im Chat heute wieder komplett ausrasten. Auf die 50.000 Herzring im Chat. Bis der Nightbird wieder reinschallert mit zu vielen Zeichen. Genau. So, äh. Floribori. Also sieben Dank für 5 Euro. Grüße aus Sachsen zurück. Süden Forever. Dank für den Euro. Steffen mit 7 Euro. Ist meine erste Spende. Kauf dir und Schande was schönes. Vielen Dank. Golden Sky. Dank für den Euro. Mit kenne ich auch noch. Die Bodenstange. Grümel haben wir vorgelesen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt doppelt und dreifach gelesen habe. So, das habe ich jetzt nicht alles vorgelesen, ne? Ja, habe es jetzt. Noch ein Partyalarm. Von wem denn? Der haut dann zum Partyalarm aus. Speedway fällt 50 Euro. Mist, Wettschulden sind Ehrenschulden. Kuss geht raus. Vielen Dank. Speedway. Kuss geht auf die Nuss. Wann soll ich wieder auf Locked gedrückt? Na super. Pfuhi! Danke! Da geht mal einer ab. Hoppala. 50, 26 mit dem Motorradkasten SMCR Abstand 96. Jetzt kriegst du wieder komplett full. Dein iPod hat wieder zu arbeiten. So, lass mich nun warten. Ach. Kyla zu schnell unterwegs ist jetzt auf der Runde, ne? Alle auf gechillt gerade. Der läuft aufgrund von Verletzungen. 107 bis die Tage. Ich glaube so. Oh, der Arme. 1, 1076 Mission Road, PD. Mal eine kleine Pff. Na komm, jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller hier auf der Autobahn, oder? Gibt's doch gar nicht, dass ich hier jetzt stehe und es fährt jeder langsam. Auf ne Verfolgungsjagd, hätte ich gesagt, ne? Auf ne Verfolgungsjagd. Kürzlichen Prägler. Da haben wir jetzt eure vielen Grüße aus Niederbayern. Da hauke ich jetzt zurück nach Niederbayern. Schau. Yannick Stute nochmal mit 90 Cent. Danke dafür. Und nochmal 90 Cent. Zweimal von Yannick Stute. Der wird jetzt 107 euch noch einen schönen Abend gepasst. Okay, ciao. 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 Guten Abend. Netter Junge. Schönen Abend euch noch. Schönen Abend. Schönen Abend. Leonie hat sich mitgegönnen. Dankeschön, Leonie, fürs Mitglied gönnen. Danke, danke. Wird das bei mir hier nicht eingeblendet, wenn sich mal ein Mitglied holt? Und irgendwie sehe ich das hier nicht mehr. Komisch. Für euch hat es gesehen, wenn sich mal ein Mitglied geholt hat. Rechts unten. I don't know, warum das jetzt so ist. Ah, ich weiß es nicht. Ja gut, dann heißt es hier ein bisschen warten und schauen. Neues Auto bitte. Warum? Der Wagen ist geil. Der Wagen ist mega, Leute. Ich habe Bock auf eine Führerscheinabnahme. Wow, deshalb klingt gerade das klein von Kamero. Jetzt gucken wir's. Schub, 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 schub. Das ist der Sound auf der Spende. Edward 14, wieder 1019 Mission Row. Ja. Zurücklegen und warten. Eine herzliche Spende für dich. Feier dich so sehr. Danke schön, Leon. Danke. Leon Köster, vielen Dank. 5 Euro, super Chat. Danke. Danke, Robert, in den Chat. Wie wäre es mit einem P1, ja, wenn ich das Geld für hätte? Dann würde ich mir jetzt einen P1 holen. Aber schau mal, der ist jetzt auch ganz normal gefahren. Die fahren ja alle mit. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich hätte einen Tag erwischt, wo jeder normal fährt jetzt. Um die Uhrzeit. Hey, die Trifky ist überfallen. Ein Überfalli von der Benni. Alter, komm. Leck, komm. Jetzt gibt er Gas. Guck, jetzt gibt er 100 pro Gas. Ich fahre im Hinterher. Passt auf. Ich wette, was mit euch. Der gibt jetzt hinten Gas. Und vorhin ist er schön langsam gefahren, wetten wir? Er fährt weiter um da, 30 abkommen. Er wird 146 mit dem 1096, Bossgleichzahl 2312 gegenüber vom Planis mit einem Ramp, mit dem Kennzeichen Ramp Doge. Du lassen, Sprat Hacks. Anfurt. Okay. Kommissioner, 107 für heute. Schönen Abend. Schönen Abend, Herr Commissioner. Schönen Feierabend. Schönen Abend. Schönen Abend, Herr Commissioner. Schönen Abend. Schönen Abend. Ich gehe da vorne mal um. Informativ, letzter Desperage, Führungszeugnis am PD. Ich bin noch nicht gerade ein bisschen. Ja, Elberflation. Eine VfC 86 Hauptplatzgarage mit dem Kennzeichen DLG 509. Baby, I love you so, I'll never let you go. Vielleicht können wir tranken. Vor allem, ich brauche eh einen Panister, weil ich mir eh holen muss. Und Rubbelohr soll ich mir. So sieht es aus. So, jetzt kann ich das von Benni vorlesen. Spannend, wie immer. Würde gerne weiterschauen, aber denke nicht, dass die Nacht heute ruhig wird. New York City. Was warst du eigentlich in New York? Hast du Urlaub oder bist du dort komplett? Also komplett komplett in New York. Dankeschön Freestyler für kleines Trinkgeldchen. Danke. Mit Leon Köste auch nochmal. Vielen, vielen Dank. Da geht nochmal kurz raus. Und Fortnite-Verbot. Wie lange streamst du noch? Solange ich Bock hab. Bei mir gehen die Streams, solange ich Bock hab. Das ist, äh... Kann auch ein 8 Stunden Stream sein. So, jetzt schauen wir mal, was das rubellos ist. Was heute sagt, das rubellos sagt. Glück! Ja! Rubellos hat Glück heute. Perfekt. Ja! Doppelt... Ja, nochmal Glück. Nochmal 800 Dollar gewonnen. Ja! Das sind 10.000, wenn das schon gewesen ist. Zweifach hast Glück heute. Geil. Da freue ich mich drüber. So, hab ich jetzt schon Kanister mitgenommen? Ich glaube nicht. Nein, das füllen wir mal auf. Und dann geht's los. Aber laut rubellos werden wir heute nur gute Sachen machen. Ohne, dass wir ins Krankenhaus kommen. Also laut rubellos. Hoffen wir, dass es so passt. Wir könnten auch mal die ganze Autobahn abfahren. Hätte ich gesagt. Fahr mal Palito hoch. Wir fahren mal Palito. Und Palito geht eh mal die Lucia ab. Palito ist für mich der zweite Hauptplatz geworden. Ich glaube, in 3.0 kann ich euch schon mal so viel sagen. Palito wird auf 3.0 wirklich belebt sein. Also das wird richtig hart belebt sein, Palito. Da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir schon viele Sachen geplant für Palito, für 3.0. Dass wir halt einmal oben den Teil haben und unten die Stadt. Und da musst du halt immer pendeln. Und da haben wir viel geplant für 3.0, für Palito. Das ist auf jeden Fall geplant. Und Palito ist jetzt schon sehr belebt, muss ich sagen. Also Palito ist immer was los. Sieht man ja, wie oft ich da schön führt worden bin. Und da steht halt immer wer am Parkplatz. Also da siehst du immer die Leute herumpendeln. Ist schon so ein kleiner Ankerpunkt, kann man sagen. Doch, doch. Lukas Müller, soll ich heute wieder mal übertreiben, wo der Passt ist? Mit was willst du denn übertreiben? Meinst du, mit der Doi übertreiben? Bitte nicht. Spar es dir, wirklich. Spar es dir. Ich sage immer so, Lukas, du hast schon so viel donated. Das ist wirklich nicht mehr ohne gewesen, was du schon donated hast. Du kommst dann in die Toilette in Minecraft rein. Da sage ich wirklich, ich lasse es einfach. Ich will dann auch nicht zu viel. Das ist dann too much von einer Person. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar für alles. Es ist egal, welche Donation ihr raushaut, ob ihr abonniert, liked, Leute. Ich bin für alles dankbar einfach. Es ist komplett egal. Ich bin auch deshalb für jede 99 Cent Doni sage ich danke, weil ich einfach für alles dankbar bin. Egal, ob es jetzt 500 Euro oder 99 Cent sind. Ich bin einfach dankbar für alles. Oder einfach nur ein Like oder ein Abo, Leute. Ihr müsst da keine 500 Euro reindreschen. Da kommt so eine schöne Einblende und so. Ist das schön. Man freut sich natürlich drüber sehr. Ich bin kein Streamer, der sich drüber nicht freut. Natürlich freut man sich auch drüber. Aber man muss sagen, ich bin ein Streamer. Ich freue mich über alles. Es ist egal, ob es 500 Euro, 90 Cent ist. Ein Like, ein Abo, was auch immer. Hauptsache Support ist da. Ich freue mich über jeden Support von euch. Da geht nämlich Kurs out my community raus. So ist es. Aber vielen Dank nochmal, Lukas Müller. Danke für 10,31 Euro. Ich kurs geht raus. So, fuhren wir mal Richtung Balito. Wir haben mal Grenzkontrolle. Wäre auch nicht schlecht, ne? Aber Grenzkontrolle müsstest du mit dem ganzen Team machen. So, und Balito ist derzeit... Ja, einer ist am tanken, sehe ich gerade. Da tankt jemand. Das war doch der von vorhin, ne? Der Wagen. Hang auch nochmal auf. So tanken wir mal. Jetzt sieht es so aus, als würde ich ihn verfolgen wollen, oder so. Ist ja so eine Kacke. Edward, 32, 10,18, in der Wischung. An Mission. Klappen. So. Soll ich noch nicht gekippt werden, ja bitte nicht. Ich glaube, ich stelle mich in Palito mal hin und blitze mein Palito raus. Und zwar könnten wir uns... Aber beim Palito fährst du eh meistens hier in die Richtung rein, ne? Richtung... Ja, 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 wahrscheinlich stelle ich hier wohin. Stelle mich, ähm... Ich habe keine Idee, was ich mache. Ich stelle mich hier rein, in den internen Parkplatz. Das ist der Sound, auf der Spendung. Und willst du von hier raus, das sollte funktionieren eigentlich. Hören wir, ob es geht, oder nicht. Ich bin gleich der Informativ, letzter Dispatch für mich. Klappt nicht, perfekt. Genauso ist es sich nicht vorgestellt. Ähm... Ich blitze mal so. Ich würde viel schneller wieder zu mir durchschreiben. Wir fahren ein paar NPCs ganz schön schnell, ne? JH, danke für 5 Euro mit nette Geste für nette Menschen. Danke. Liebe und Kuss an JH. Whitey Razor, danke für Sippler. Vielen, vielen Dank. Und MKPTS, danke für 1.90. Super Typ, macht Laune und richtig klasse Server. Danke, freut mich. Freut mich sehr. Danke für die Props. Palito scheint auch komplett los zu sein. Keiner möchte hier vorbei wubbeln. Niemand. Aber es sind doch sehr viele Leute da, ne? Was machen 159 Leute? Und Palito ist jetzt... Also bei 159 Leuten ist in Palito meistens was los. Und auf der Autobahn rasen sie hin und her. Bis zum geht nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ich schätze mal, die meisten müssen gerade irgendwas Illegales machen. Anbauen? Oder vielleicht irgendwo, eben nirgendwo gerade kochen? Das kann es doch nicht sein, dass hier so leer ist. Also die Straßen bei so vielen Spielern sind sonst voll. Da fährt hier alle 10 Sekunden gefühlt wieder vorbei, wenn so viele Leute sind. Vor allem Palito. Aber ich schätze, ich bleibe lieber in Palito, weil ich habe so das Gefühl, wenn hier so viele nicht da sind, heißt das nichts Gutes. Also hier ist eher das Brautschloss gerade zusammen. Entweder das. Oder die Leute sind gerade am Anbauen. Und das heißt, die werden eh höchstwahrscheinlich hier Palito hochfahren. Weil hier meistens die Leute ihre Autos auspacken. Vor allem die Kocher werden hier öfters ausgepackt. Ja, was haben wir gerade vor. Deshalb ich check mal schon ein bisschen Palito ab. Ach, schau mal, da ist schon wer. Oh, ich weiß gar nicht, ob das andere war. Oh mein Gott. Clucking Bell. Hallo, ich bin der Herr Clucking Bell und ich fahre einfach mal raus aus der Ausfahrt. Genauso, nicht anders. Gehen wir mit R5 Sock. Genau. Schau mal, ob da irgendwo wer anbordet Palito. Schau, da sind wir auch an. Oh mein Gott. Robert. Das ist ja... Jetzt geht es aber alle aus hier. Der Robert. Weil du es bist. Danke Robert. Das ist ja unglaublich. Der echte Lucas mit 15,50 Euro. 46 Cent. Und ich sage doch, er sollst du übertreiben. Das ist genau das Ding. Lucas, bitte. 500 Scheiße Frankies. Das ist aber wieder... Das ist das Alter Komplett, Alter. Lucas schallert 515 Schweizer... Also, nicht Schweizer Franken. 515 Euro. Das sind 500 Scheiße Franken. Und schreibt wirklich dazu. Komm, weil du es bist mit Danke Robert. Das schreibt einfach Danke Robert dazu. Leute, lasst mal alle ein Herz für Lucas da. Und schreibt mal alle Danke Robert in den Chat mit einem Herzchen, Alter. Ohne Robert wäre das nicht möglich gewesen. Lukas, ich küsse den Nacken. Oder ich habe dir gesagt, mit übertreib es heute nicht. Du hast schon so viel donated, Lukas. Du hast schon... Ich hoffe... Ich hoffe wirklich vom ganzen Herz, du kannst dir sowas leisten. Das ist wirklich viel zu viel Geld. Ich habe dir gesagt, jeder Support ist... Es ist egal, ob es 500 Cent sind. Es ist egal, ob es 99 Cent sind oder ein Like oder ein Abo. Was auch immer. Man muss ja auch nicht mal Geld für zahlen, um hier Support dazulassen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Lukas, wirklich... Ich hoffe es vom Herzen, du kannst dir das einfach leisten. Es ist unglaublich viel. Ich habe vorhin gesagt, er soll es nicht machen. Lukas habe ich vorhin gesagt, er soll es lieber nicht machen. Er soll es lieber wegsparen. Was macht er? Er haut rein. Lukas, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du dich allzu serviert hast. Du hast den TÜV oder Scheißer Franken. Alter, vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank. Oder wie Monte sagen würde... Kuss, Digi. Und dann geht es nochmal weiter. Alter, vielen, vielen Dank. Alter, Lukas, wirklich... Hat er einen denn reingeschaltet hier? Lang ist her, hat er nochmal reingeschaltet. Die letzte war im Minecraft-Stream im ersten. Die letzte war im ersten Minecraft-Stream. Check, hattest du gleich kurz Zeit für ein... Alter, ist ja komplett tot, der da. Bei Lito, gar nichts gerade. Das wundert... Ah, da fahren ein paar blaue Scheinwerfer. Ja, auch da fährt wer. Da fahren Leute lang. Ein Taxi. Ah, Lukas, wirklich, das ist zu viel. Das ist too much, Lukas. Aber jetzt, jetzt lassen wir es mal für Zeitl. Jetzt, jetzt lassen wir es mal für Zeitl, Lukas. So, Taxi 114. Ich gehe das mal schon durch. So. Das ist ja unglaublich, Alter. Also Taxi 114, so ist das. Igor Krischenko. Oh, das ist ja offene Bewerbung, offene Bewerbung vor 30 Monaten bis einschließlich 11.8. Lärmbelästigung. Ich lasse ihm mal die Freude an seiner Hupe haben. Ich lasse ihm mal die Freude. Dann fahren wir nochmal Richtung East Highway. Wobei, weißt du was, ich schau mal, ob er zu schnell fährt, er will jetzt auch zu schnell fahren, oder? Ach, nee, jetzt red er nochmal oben. Das gibt es doch nicht. Jetzt red er nochmal oben. Das gibt es doch gar nicht. Ein Stück kackig jetzt aber hinterher. Vielleicht 100% schneller Taxi fahr. Ich sage eigentlich, wie es ist. Ich sage es eigentlich, wie es ist, Leute. Was ist, Schüßler? Kannst du auf Heli umsteigen? Ich bin nicht dazu fähig, um Heli einzusteigen. Ich habe keinen Heli-Führerschein. Als wenn. Ich habe keinen Heli-Führerschein. Als Marktgruppe habe ich einen Heli-Führerschein, als wenn nicht. Aus dem Grund auch nicht möglich. Ich würde da vorne fährdern, ne? Falls ich jetzt eine 103. Ja, guck, guck, der ist eine Fertigung. Genau 130 da vorne. Äh, oder? 126. Ja, 126 fährt er, oder? Ach, das ist er gar nicht. Das ist er auch gar nicht. Ich dachte, dass das wäre er. Ey, dann rast er aber ganz schön. Doch, nee, warte. Dann rast er da irgendwo. Ja, da schauen wir mal, wo der ist. Der kann auch nicht. Da muss er doch rasten, der Taxifahrer. Mal gleich mal, wo der ist. Kann ja nicht so weit sein, oder? Ist aber abgebogen. Okay, also entweder er ist irgendwo abgebogen, oder der rast mit seinem Taxi 300 kmh, äh, Richtung Stadt einwärts. Wäre gut zu wissen, ob er mit seinen 300 kmh fährt, oder ob das, äh, aber immer abgebogen ist. Also, ich hoffe es für ihn, dass er immer abgebogen ist. Alter, der muss ja richtig schnell weg sein. Bist du deppert. Ich glaube, der ist mal abgebogen. Das kann ja nicht so schnell sein, das Ding. Hoff ich halt. Also, Autobahn gerade relativ lasche Ausbeute, muss ich sagen. Bis auf die eine Verfolgung, die wir ganz am Anfang hatten, war geil, aber jetzt gerade lasche Ausbeute auf der Autobahn. Aber ist ja schön, die Leute fahren ja, äh, vorschriftlich mit 130. Ist ja schön, ne? Kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Felix in der Welt von Minecraft. Danke für 1,49 Euro. Dankeschön. Gamer Niko, danke für 1,04 Euro. Jetzt wird dieses Danke, Robert, so schön im Chat. Das Danke, Robert, ist so schön. Gerade ziemlich ruhig, meiner Meinung nach, so ruhig, gell? Ja, ich, du, aber das ist aber so. Meistens ist es ruhig. Und dann passiert irgendwas. Habt ihr das ja auch gesehen da rechts? Da ist ja ein Auto komisch gefahren gerade. Das schaue ich mir mal an. Das ist auch gesehen. Ich roll da mal ganz langsam runter. Informativ. Die Entführung von Jenny Müller ist anscheinend negativ. Ist die Frau White kurz zu mir hergekommen. Die ist aber gerade wieder gleich weggekommen. Das hat auch gesehen. Ja, deswegen Hochzeit. Da fährt er rum. Guck mal. Ach, das ist ein Feuerwehrauto. Ah, okay. Das klaut denn eh, ne? Okay, ja, dann. Feuerwehrauto. Fährt ein bisschen komisch für Feuerwehr. Nein, 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 nein. Nicht abhauen. Ja? Hallo? Gut, ja. Ähm. Wenn sie eine Engine finden, könnten sie uns Bescheid sagen. Fehlt ihnen eine? Ja. Ganz normale. Eine ganz normale Straßenengine. Okay, bei uns wurde gesagt, eine kopflose Engine steht irgendwo rum. Ja, dann. Ich höre sie ganz schlecht. Sie haben bei mir Stimmbänderprobleme irgendwie. Jetzt. Willst du mal reden? Hallo, hallo? Ja. Ah, hallo? Ja, hör sie besser, ja? Geht? Ja, jetzt geht's. Ja, wo denn? Uns fehlt eine. Ich könnte es uns mal schnell fragen. Ich habe irgendwas im Funk vor circa, das war vor einer Stunde circa mitbekommen. Ja, die fehlt uns auch vor einer Stunde. Okay, ich frage mal schnell nach. Ich frage mal schnell nach. King4 hier. Ich hätte mal eine Frage. Vor circa einer Stunde wurde im Funk irgendwas durchgegeben wegen einer kopflosen Engine von der Feuerwehr. Positiv. Äh, ist die wirklich kopflos gewesen oder war die angemeldet? Also ich weiß, du hast nur eine Engine vermisst. Ja, weil deshalb frage ich gerade nach. Wurde hier nochmal gefragt wegen der Engine, die vermisst wird. Ja, Link8 hat, äh, gefragt. Gefragt im Funk wegen der Engine. Aber soweit ich weiß, hatte keiner gewassert, dass er eine gefunden hätte. Ten 4. Okay, nee, also das wurde schon im Funk durchgegeben mit der Engine. Ähm, das war dann anscheinend wirklich eine kopflose. Wir können nur die Augen weiter offen halten. Das war eine normale, die die immer, okay, verstehe. Jetzt nicht so eine alte, sondern eine neuere mit solchen Rolltouren. Und Flaggen hinten drauf? Ja, genau. Okay, mit Flaggen. Gut, äh, werde ich die Augen offen halten, alles klar. Nee, weil ich habe vorher nur irgendwas halt mitbekommen, da war im Funk irgendwas über eine kopflose Engine, da habe ich gedacht, ich frage jetzt sie mal. Okay, 15, 10, 8. Aber nicht im Funk, aber dann ist das eh schon auch bei den anderen Kollegen angekommen. Gut, alles klar. Okay, super. Jawohl. Gerrit. Ich soll was essen. So, äh, ja. Ich habe gerade... Er hat aber gesagt, dich abhauen. Ja, weil er dachte, weil ich vielleicht wegfahre. Er wollte mich was fragen. Ja, aber er hat gesagt, dich abhauen, Kollege. Bring dich in deine Sheriff-Outfit. Wiederholen welche Einheit? Bring das Geld. 10 vor. Und dann habe ich das doch richtig gesehen mit der Engine da. Ich dachte mir, so was fährt da komisches rum am Ding, ne? Die suchen gerade die Engine, das ist das Ding. Aber wer weiß, ob die Engine überhaupt noch irgendwie da ist. Vielleicht sind wir nicht verschrottet oder so. Einfach abgeschleppt worden zum Abschlepphof. Das wäre es doch gewesen. Die Engine zum Abschlepphof abschleppen lassen. Na gut, dann schaue ich mich hier nochmal hin. Aber ich glaube, es braut sich hier irgendwie was zusammen. Das kann ja nicht sein, dass die so wenig auf der Autobahn los ist. Also entweder die schmieden gerade alle ein Plänchen. Oder, was ich gerade vermute, die sind gerade alle im Anbau. Also es sollte mal vielleicht eine R1 hochgehen. Oh, der ist aber schnell unterwegs. Ich habe den, weil ich geblitzt gerade bin. 261 Führerscheinabnahme. 261 Führerscheinabnahme. KINGFOR1086 mit dem Kennzeichen FK-88H. Hallo, bleiben Sie beim Auto sitzen. Einfach sitzen bleiben. KINGFOR1086 mit dem Kennzeichen FK-88H. Ich habe es aber schon durchgegeben. auch roten. Rodney. Führerscheinabnahme. 261 gefahren. Das ist die Führerscheinabnahme, Leute. guten tag ich habe den führerschein können sie sich vorstellen warum sie angehalten habe sind wir etwas zu schnell unterwegs noch eine information sie wenn sie bei der verkehrsdrunde aussteigen das ist immer in alarmbereitschaftsproblematik am besten immer sitzen bleiben weil wenn sie aussteigen müssen wir damit rechnen dass sie auf einmal eine waffe ziehen oder irgendetwas machen aus dem grund immer bei einer verkehrsdrunde im auto sitzen bleiben ja ich war sehr lange im urlaub wenn du heute erst mit dem flieger wieder zurückgekommen ja aber das ist immer so das ist bei jeder kontrolle so weil wenn sie dann aussteigen kann sein dass wir etwas denken dass wir am liebsten nicht denken würden ja weil wenn wir aussteigen jederzeit jemand eine waffe ziehen und dann haben wir eine problematik aus dem grund immer am besten im auto sitzen bleiben sie angehalten werden wir kommen dann ja zu ihnen nach vor führerschein abnahme ich bin im kennzeichen alter wird nie hält er hat nichts keine vergehen und so was trotzdem geführerschein abnahme wäre sein erster eintrag hier im mdt king vor bräuchte bitte mal backup am walmart geht um eine führerschein abnahme so haben sie nicht zurück ganz schön was abchecken bei ihnen und bin ich gleich wieder bei ihnen ja so ein radarfall ist mit offen in höhe von 672 dollarn die müssen sie bitte nochmal bezahlen und ein problem hätten wir doch noch sie müssten hier bleiben das auto ist abschleppen lassen sie sind mit 261 geblitzt worden das ist über das doppelte jetzt 130 von edward 46 ging vorhört bereits eingetroffen da hat sich schon jemand bereit erklärt ist schon eingetroffen da haben sie gerade verstanden ja habe ich habe ich genau also führerschein müssten wir abnehmen lassen dann können sie bitte mal aussteigen fahrzeug müssen wir abschleppen lassen müssen sie den abschlepper rufen das können sie gerne machen oder sie können auch einen freund herholen der das sie abholt mit dem fahrzeug das ist auch kein problem wir sie also aussuchen wie sie das wollen so lassen wir nur ganz schön gucken wegen den wenn wir nicht neue anordnungen dann scheinen mehrere personen drin vielleicht kann die motorrad unit einmal hier bleiben also 5.000 dollar strafe sind das so dass wir einmal 5.000 dollar strafe zum direkt zahlen 10.8 im county genau die müssen sie bitte direkt zahlen vor ort und führerschein nehme ich ihnen gleich noch ab ich werde ihnen keine sperre geben auch aus dem grunde noch keinen eintrag bei uns im mdt damit einmal von ihnen die verkehrsregeln entzogen und der normale pkw führerschein auch den akw führerschein müssen sie erneut beantragen ich werde das eintragen wie gesagt sperre musikal sie können also wenn sie schlafen gehen einmal können sie dann am nächsten teil der führerschein wieder nachmachen sperre glaube ich immer sie nicht wollen sie das fahrzeug hier abschleppen lassen oder wollen sie dass sie ihren freund abholt alles klar kümmern sie sich um den abschlepper ja perfekt aber ich bin gleich wieder bei ihnen alles klar kollege hat sich erledigt war einsichtig kein problem alles klar alles klar haben wir wieder danke ja tschau tschüss wissen sie bei einer führerscheinabnahme nehme ich immer backup mit dass wenn einer abhauen sollte dann ja ok das ist immer so gut haben sie schon gerufen ähm ich habe kein handy sie haben kein handy soll ich für sie rufen ist kein problem mach ich gerne mein abschlepper warum haben sie denn kein handy wie gesagt ich bin heute erst auf den urlaub gekommen vorhin vor paar minuten ah ok alles klar verstehe verstehe jawohl dann rufe ich für sie ist kein problem ich habe glaube mein handy in der alten arbeit liegen gelassen das habe ich so weiter gegeben wir können sich dabei irgendwo hinsetzen oder so dabei und hat sich das Rechnung haben sie bezahlt alle jawohl dann mache ich mal einen eintrag für sie fertig und dann warten wir auf den abschlepper ja ok am besten setzen sie sich da vorne hin oder so dass ich sehe dass sie nicht zum fahrzeug gehen führerschön abnahme hatte ich auch noch schon lange nicht mehr dann machen wir einen eintrag äh notiz hinzufügen ohne sperre wir haben jetzt den äh was haben wir denn jetzt den 21.8 haben wir jetzt ne ja 21.8 08 22 angehalten von achso ähm mit 200 also jetzt schau ich noch hinzu mit 261 in 130er zone so king vor was speichern wir das mal führerschein abnahme abnahme ohne sperre 261 in 130er zone 21.8 22 king vor führerschein abnahme perfekt haben wir eingetragen wobei erstellung des tatum steht eh dabei jawohl ab gut dag hallo hallöschön linda von dem mechaniker was kann man für sie tun ja lapd hier sven rumpe und zwar folgendes da ist jemand an der autobahn am walmart angehalten worden äh führerschein entzug aufgrund überhörter geschwindigkeit fahrzeug wird abgeschleppt und äh muss halt zum abschlimmer gebracht werden ok dann mach ich mich auf den weg alles klar danke jo wiederhören tschö ich nehme mal bescheid dass er das Fahrzeug hier stehen lassen soll und der Abschlepper da unterwegs ist ach ich brauche vielleicht noch ein taxi für ihn wie kommen sie von da dann weg hallo ja wissen sie wie sie von hier weg kommen ja äh laufen im notfall jetzt äh ja ich könnte euch auch ein taxi rufen wenn sie wollen übergucken ja ich könnte euch auch ein taxi rufen auch nicht das problem brauchen sie ein taxi kommt der abschlepper nicht doch der kommt klar aber ich glaube der darf sie nicht mitnehmen wie also ich glaube nicht dass ein abschlepper sie mitnehmen wird du musst doch so meine garage bringen das für eine auto ja dann müsste ich das mit einem abschlepper sonst besprechen warten sie ganz kurz ich verachte mal wie das ist warten sie ganz kurz mal gleich gut guten tag hallo ähm ich hätte noch mal eine frage beim abschlepp service da nehmen sie keine person mit ne äh adam 53 mit dem 96 dankeschön alles klar danke digga ja die nehmen keine leute mit da müssen ein taxi rufen ach ok ich kann ihnen auch ein taxi rufen das ist glaube ich auch schneller da ist der abschlepper wenn sie das wollen ja dann dann rufe ich auch noch ein taxi für sie perfekt die gebühren für die anrufe welchen auch noch mal nicht mal nur spaß ja ist ja schon teuer genug so fahren wir mal aufs taxi und dann geht es weiter sie haben wirklich kein handy also da müssen sie echt mal zum apple store fahren in der stadt da kriegen sie eins ja ich weiß ich dachte ich hab mein handy aber habe es doch vergessen haben sie noch so ein altes handy das nicht mehr funktioniert ja ich habe noch so ein altes iphone 8 das funktioniert nicht mehr das kann ich wegschmeißen oh ich bin aber noch ach sie waren dann so lange schon im urlaub dass ihr handy kaputt gegangen ist ne ja ja ich bin leider ja ja die frau hat sich getrennt und dann habe ich war asobi im krankenhaus und dann musste ich in den urlaub weil die frau getrennt hat und dann habe ich gesagt erstmal urlaub und urlaub genießen ja klar verstehe ich in der zeit habe ich meinen beruf verloren und bin heute wieder gekommen guten tag hallo hallo ja hallo taxiunternehmen ähm bräuchten sie noch ein taxi oder ja wir bräuchten ein taxi eine abholung da ist eine person die ist zu schnell gefahren und der darf jetzt nicht mehr weiter fahren er braucht ein taxi aber der herr hat kein handy deshalb habe ich jetzt hier angerufen alles klar wir sind unterwegs alles klar danke wiederhören ja bis gleich so taxi ist gerufen ja das ist nicht schön zu hören aber jetzt weiß ich warum sie auch kein handy haben ich war gerade verwirrt weil eigentlich hat jeder hier ein handy in der Stadt der erste die ich jetzt hier kennengelernt habe der kein handy dabei hatte das einzige was man sonst noch hört ist dass irgendwer sein handy geklaut wurde und deshalb keins dabei hatte aber gut ja da waren sie echt schon gleich mit da das heißt heute ist erst mal wieder eingeflogen ja war schön war fast ja über ein halbes halbes jahr war es im urlaub war bei den eltern von mir und ja aber schön dass sie wieder da sind schön ja leider habe ich nur meinen beruf verloren finde es schade aber passiert das ist jetzt hier beim 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 amr oder was ja genau warum bewerben sie sich nochmal neu das geht ja naja erstmal warten jetzt ich sag mal amr und fd braucht viel nachwuchs das ist ja ich weiß das war früher ja auch sonst ja ja deswegen haben wurde es ja auch innerhalb von drei tagen befördert das weiß mhm 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 aber ich hab dann ohne irgendwas zu sagen musste ich damit ja ja also wie gesagt äh wenn also wenn sie sich dafür noch interessieren können sie sich da sicher nochmal bewerben ist sicher kein problem hat auf jeden fall spaß gemacht hat der beruf war lustig immer was zu tun ich sag ihm das äh ich mein es gehört halt mehr einsatzkraft her das ding ist wenn mal mehr einsatzkräfte da sind dann läuft es ja auch ne das ist ja das ding wenn zu wenig da sind dann läuft es auch nicht aber sobald mehr da sind dann ist das ja kein problem weil da haben wir auch wieder gewartet fd war nicht da die haben auch ein bisschen länger gebraucht hatten wir einen verkehrsunfall mit jemanden der auf dem dach gelegen hat haben wir auch länger warten müssen das ding ist halt wenn da mehr leute einfach da sind dann ist es auch schöner wenn man sich da bewirbt ja ich weiß noch wo ich angefangen habe waren wir drei leute insgesamt die gearbeitet haben und die auch immer da waren ja ist aber ein halbes jahr her das ding wird abgeschleppt hier vorne kaputt ist anscheinend ja nichts ich könnte keine kratzer reinmachen nein sie können es auch zum passen zum parkplatz bringen das wäre auch ne möglichkeit ne ich glaube das wäre ihnen am liebsten zum parkplatz rüber oder wäre nett ja ja müssen sie ja dann bezahlen den aufwand ja ich würde mich klar denken gut ja dann müssen sie sich ausmachen ist halt sein auto ne müssen sie sich ausmachen wie sie das wollen ist nicht mein ding ja das mein dir ich glaube sie sehen aber auch sehr schön aus hier das ist das erste nach einem halben Jahr wieder da Corona-Mai-Wache-Kennzeichen 10,90 schauen wir mal ob das Taxi kommt auf der Gegenfahrbahn Stadt einwärts über die Brücke da linken NM-58 ist mehr oder minder 500m von NM-1050 äh 10-20 einmal 10-20 vom Maiba dreht fährt jetzt wieder Richtung Sandy weiterhin auf der Gegenfahrbahn ja 10-20 wunderschönen guten Tag guten Tag da ist der Herr nach vorne ne ja 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 da kriegt gerade ein Helikopter sehr nah über Israel alter Freddy fährt jetzt wieder auf die richtige Fahrbahn weiter Richtung Sandy vielen Dank Freddy habe ich was verpasst das ist gut da hier steht in Weihnachten danke zurück obalas was jetzt ist weiter Richtung Lexizitätswerk ich muss nämlich aufpassen jetzt gerade äh King4 hier mit einer Highspeed braucht ihr Unterstützung zu dem ähm Mercedes ja ich bin derzeit noch alleine dran ja sonst ja ja sonst ruhig dazukommen ruhig dazustoßen mit der Schmerz mit der Schmerz ja wir sind ja bestimmt mit einem Offroader da dann wir werden perfekt jetzt ist lecker das hat voll multitasken fähig sein das ist immer mit Tönen Funk was die Mindergund sprechen das ist ein äh Mutter aus Mutter aus Mutter aus Mutter aus Mutter aus 1020 bitte voll gewaffnet voll gewaffnet Waffen 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 Schusswaffe scheiße 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 ok Leute jetzt gehts ab hier ein Täter down ein Täter down wie viele Täter noch einer ein Officer down Officer down wo genau steht das Fahrzeug ah ich seh schon sich Kontakt Abfahrt ja einmal Tempozone errichten Jungs die Schmerz immer so frech muss man dann den Kofferraum Fertig Fertig Fahrzeug Meibach Fertig Fertig Kraftwerk King Cannon Fertig ähm Bleibt einer hier wegen den Tätern das ist die Sandor Herr Schell, die Sheriff-Unit. Gingt der in den Funk, wo wurde Unterstützung benötigt? Leute, es wurde gefragt, wo Unterstützung benötigt wird. Wir haben gerade eine Verfolgung mit Maybach, Richtung Fendi. Diese harten Waffen an dort. Ein dieser wurde schon bereits ausgeschaltet. Herzlich willkommen. Ist der Maybach? Bei meiner Position ist der Maybach, Fertfett am Ball-Mart vorbei. Informativ an die Einheiten, die beim Officer sind und bei den Täter, wo niedergeschossen wurde. Da kommt ein Raptor zu euch. Ich bin da alleine. Ja, mit der mehrere Einheiten dahin fahren. Nicht, dass die irgendwie so fallen. Gib mal eine Position. King4, wir bräuchten noch Backup bei Maybach. Da sind noch immer Personen drin. Wir wissen, wo Backup benötigt wird. Wir haben einen 10-20 zu Maybach. Wir sind hinter euch mit einem Tahu und einem Porsche. Ihr sagt doch, wenn es ruhig ist, geht es immer danach ab, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Jedes Mal. 10-20 von Maybach. Beim Deiner im Palito gleich. Und jetzt ist gerade durch Palito durch. Wir sind jetzt auf den West-Tirane rauf. Weiter ist dann auch West. Das ist Höherseegewerk. Wir müssen aufpassen gar nicht, dass wir hier einen Hinterhaltsplan haben. Da haben wir erst den Kollegen niedergeschossen haben. Da drummellos hat heute nichts passieren. Wir werden jetzt langsamer fahren, äh... Jetzt fahren sie wieder schneller, ist gut. Position gerne. Fahr weiter West-Tirane statt einwärts. Zumachen. Fahr wieder Richtung Palito. Durch Palito? Wo seid ihr? Ja. Fahr in West-Tirane Richtung Palito wieder. Jetzt Höhebrücke. Nagelbänder oder zu schnell? Nagelbänder könnt ihr Palito einfahrt machen. Ja, Palito einfahrt, rechts gegen Nagelbänder. Ferrari kommt in der Nähe. AdWords von der 610-15. Außer vom Geburtsschutz. Ein Einheit für den Ferrari anhalten. Ja, Adam 58 übernimmt die Ferrari. Gefährleinformativen liegen Nagelbänder auf der Spur. Richtung Palito. So, genau. Die halten an, die halten an, halten an. Aufpassen, weg, 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 weg. Der 20, der 20. Steigt um in den Ferrari, steigt um in den Ferrari. So, ist ungestiegen, Ferrari. Schießt, schießt, schießt auf die Reifen. Wir haben Schussbeigabe auf die. Auf die Reifen. Fahren wieder, fahren wieder West-Tirane. auf die Reifen. Fahrt immer noch Richtung Palito. Negativ fahren jetzt wieder West-Tirane. Dann nehme ich den Nagelbänder weg und wird uns durch aufzuschließen. Alle Flugkollege im Flugforsche. Ja, mir geht's durch. Ja, hab ich dich erwischt? Vielleicht für die Klingung ist, wenn du Richtung Military Base stellst. Da steht ein Maibach draußen. Stattstreifen gleich, ja, kann man sehen. Fahren weiter Richtung Military Base. Sind jetzt für Tunnel Military Base. Fahren auch durch. Lichtkontakt wird schwächer, da wir nur mit Taro hinterher kommen. Sind jetzt Mautstelle. Wir fahren auf Richtung Route 68, fahren links auf einer Tankstelle. Ich bin Route 68, komme hingegen. Ich fände vor, wir sind aktuell auf der normalen Fahrbahn. Fahrzeug zu gelassen auf Mark Benaco. Ist Kartell, soweit ich weiß. Es wird zwischen deinem Verunfall. Geht's dir gut? Ja. Ferrari weiterhin flüchtig auf der Route 68. Wie bitte? Ich sehe ihn, ich sehe ihn, der kommt. Ist ne King Unit gerade frei? King Ten wäre frei. Könnten Sie sonst Richtung Palito hochfahren, DNA-Spur von dem goldenen Maibach nehmen? Schon passiert. Zugelassen auf Mark Benaco, Kofferraum leer. Keine DNA-Spur im Fahrzeug. Abschleppen. Pass auf, gell. Aufpassen, Schüsse, 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 Schüsse. Das waren wir, das waren wir, das waren wir, das waren wir. War ein Kollege, war ein Kollege, Jungs. Seid ihr? Wir sind jetzt Richtung... Der Fendi bitte. Schwarzmarkt, äh, Schwarzgeldbach. Route 68, Harmony. So. Richtung SG, jetzt unterm SG. King Ten informativ. Schüsse im Palito negativ. Ich zerschieße die Reifen vom Maibach, bis der Mechaniker hat. Flughafen Friedhoch durch. Wir fahren jetzt Richtung... An East Highway auf. Fahrt Richtung Stadt auswärts. Für die Sendi-Abfahrt. Löse das. Tankstelle. Ist das? Sir, Walmart. Äh, King Four, meine H-Speed Unit, hat bald kein Tank mehr. Tank nach, ich bin noch in der Innenrand. Dann vor. Guck mal zur Tankstelle hoch. Ich fange jetzt Richtung Palito wieder. Dann bleibe ich mit Palito am Tank, an der Tankstelle ganz schnell. Gibt es vielleicht eine Todeskurve? Dann geht es in die Todeskurve rein. BMW, du kannst überholen. Da ist ein Diner vorbei. Das muss man schnell machen, Leute. Das muss man richtig schnell machen. Schnell, 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 schnell. Tanken, 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 tanken. Komm, 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 komm. Mach schnell voll die Kiste. Mach schnell voll die Kiste. Mach schnell voll die Kiste. Ich bin noch in der Innenrande. Wir fahren weiter auf dem Westerway. Einwärts. Adam, 58, tanken einmal kurz Palito. Schnell rein. direkt waffe raus dass wenn was sein sollte das gedacht dass jetzt so schnell hier so eine dinge entsteht das ist so schnell gegangen gerade P1 in eure richtung jetzt kurz vor military in einer kleinen bar welche farbe der p1 das frau und 1050 wir sind im militär grenzstelle militär b Der Tankstelle ist jetzt vorbei Der Tankstelle auch Der Tankstelle ist vorbei Der Tankstelle auch Der Unfall Der Tankstelle ist weiter Wenn hier eine Form fällt Der HF58 Würde sich schon mal Die HF58 Ich kann nicht Moment Weiter in Route68 Ach, die Hütchen Route68 wieder an den beiden Tankstelle Mit Abrichtung Pokaillen Flam 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 Direkt Bremsen betätigt, auf Ehrenburger Bremsenbasis. Ich habe ja nicht versucht, über einen E-Servet zu kommen und den Tandy wieder auszuschließen. Also ich bin erstmal kurz Offroad. Der 20 der Verfolgung? Oh, das ist gut. King 8 hatte einen Code Zero. Und der Täter? Wissen wir nicht. Ja, dann mal nachfragen, oder? Wo sie sind? Ich habe sie gefunden. 10-20. King 10-2 Kilometer. King 8 wieder 10-8 nach Code Zero. Keine Person im Fahrzeug. Nehmen Sie DNA-Spuren. Ich hatte einen Code Zero. Können wir das nochmal verneuern? Ja, das wäre ich auch. Ich war eigentlich hinter dem dran die ganze Zeit. Wäre ich auch dafür, ja. Aber die stehen da. Ich glaube, die sind jetzt einfach ausgestiegen und weggerannt. Wir kamen Panamera ins Gegend und da waren vier Personen drin. Ich glaube, da waren die drin. Ja, dann einmal Homeland. Aber ich würde sagen, dass wir das dann mit Homeland tun. Ja, ich war die ganze Zeit drin dran und dann hatte ich Code Zero. Ja, dann kümmerst du dich bitte? Ja. Ja. Das ist schlecht. Dann Code Zero hatte. Schauen wir mal, ob die jetzt an von Homeland oder ob sie es nicht hinbekommen mit dem Anfahren. Kann mal jemand ein Kennzeichen für mich überprüfen? Hast du gehört? 10-9, aber ausgeschrieben mit einer Trennung zwischen beiden Buchstaben. Steffi-White. Steffi-White. Ja, 10-4. Ja. Weil die Fährt gerade mit dem Eibach durch Sandy. Wurde Homeland schon kontaktiert? Ja, hab ich gemacht. Gegen 8 wollte sich drum kümmern? Ja, hab's gemacht. Ja, sicherlich. Danke. 10-4. 10-4. Wunderschön. Hallo. Wie, was war los? Ja, weiß ich nicht. Der ist da vorbei geballert und dann bin ich auch in die Eisen gegangen und auf einmal hab ich Code Zero gehabt. Verdammt, Mann. Ein kompletter Code Zero? Ja, ja. Okay. Ja, dann müssen wir schon schauen, was wir da machen. Ja, also wie gesagt, ich war direkt am Arsch. Bin die ganze Zeit am Arsch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, das ist jetzt wer da von Homeland, sollte ich mal gucken. Das war jetzt nämlich kein Homeland-Fall, ich hätte jetzt keine eigene Regie machen. Ja, ja. Ja, ja. Schau mal. Schau mal. Schau mal schnell. Ich fahr mal schnell. Ich fahr mal schnell. Ich fahr mal Homeland, so. Ich fahr mal schnell. So, ich geh mal zum Walker zurück. Jo, mach dat. Vor allem, die haben ja gesehen, dass er dann Code Zero hatte. Die sind dann hier ausgestiegen. Das macht keinen Sinn. Der hat ja hier vorne in Code Zero gehabt. Das heißt, die haben doch gesehen, dass da was war. Und die haben hier ja angehalten. Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt ist er da. Wir sind da vorne in der Verfolgungsjagd. Und dann ist er wieder hier gefahren so. Und dann hab ich... Was? Ich hab den jemanden verfolgt. Den Ferrari da. Da haben wir hier Palito, äh Sandy durchgeballert. Bis am Ende hier. Hab ich hier gebremst. Dann zweimal Ruckler bekommen. Und dann Kopfschmerzen. Code Zero komplett. Und ja, er ist halt weiter gefahren. Bis hier und die sind jetzt weg halt. Obwohl ich direkt am Arsch war. Also die hätten gar nicht abhauen können. Okay. Und die sind jetzt komplett abgehauen? Ja, keine Ahnung wo die hin sind. Auf jeden Fall Auto steht hier. Seien da die mit einem anderen Auto weg sind. Oder ob die auch ein Code Zero haben. Keine Ahnung. Nee, Schwarzer Panamera sind sie weggefahren anscheinend. Da hatte jemand einen Crash mit denen. Und die sind dann weiter gefahren. Ja. Ja, klingt fällig auch. Auf Position. Soviel zu. Wir fahren jetzt mit Homeland Autos an bei Fällen. Was ist denn da los? Warte, wir wollen wir nehmen es auch nicht. Ist sicher ein Ding. Ah nee, Speed. Ah, komm. Ich dachte, es wäre ein anderes. Schade. Ja, aber es ist ein Homeland Fall. Weil es ist so, wenn... Sagen wir mal, wenn jemand... Nachweislich ein Code Zero hat bei einer Verfolgungsjagd. Hält die Gegenpartei eigentlich an. Und dann geht es weiter. Ist bei den Crimes auch so. Wenn den Crime... Ihr habt ja auch mal bei mir gesehen, wie ich damals im Casino diesen Game Crash hatte. Wo es mich rausgewuppelt hat. Da haben die auch gewartet. Dann ging es weiter. Und Gegenseite müsste das eigentlich auch machen. Das Ding, was ich nur gerade nicht verstehe ist. Die haben ihn ja halt gesehen. Und die sind ja genau hier angehalten. Also eigentlich müssten die warten auf ihn. Weil es war eine Verfolgungsjagd. Es hat einen Code Zero gegeben. Er war nämlich der einzige, der hinten dran war. Jetzt müssen wir warten, bis es hier weiter geht. Aber das Ding ist halt, als Crime hast du es halt nicht so einfach festzustellen, ob du den jetzt los geworden bist. Oder ob da jetzt ein Code Zero hinterher kommt. Weil ich kann jetzt ja nachgucken, ob er wirklich einen hatte. In dem Fall... Ich gehe das mal... Wer war denn das mit Code Zero? Daher... Chewabchichi war das, ne? Kann ich schon mal gucken, ob der wirklich einen Code Zero hatte. Ähm... So... Schauen wir mal. Ist ja auch wichtig, das auch mal zu gucken. Aber warum sollte der da mit in der Verfolgungsjagd rausgehen? Das ist halt das erste Ding. Und zur Sicherheit zum Gucken. Echibabchichi. Ah... Was connecten, disconnecten so viele? Ah, hier. Und der, der hat nachweislich einen Gamecrash. 0x316 hat er. Nachweislich einen Gamecrash. An dem Ort hier, ja. Also... Legit, Leute. Für alle, die sich gerade fragen. Weil man kann sich ja auch einfach mit F8 rausfinden. Das geht bei uns nicht so easy. So, äh... Chur. Alphadier. Danke für 5€. Äh... Bragontro... Ne, TR01TV. Warum sind Ikea-Pfeile auf dem Boden? Weil es ein Einrichtungshaus ist. So, genau so sagen. Robert! Dankeschön an Bagon. Vielen Dank, Diego. Hexion. Mh... Oh, ne. Das ist nicht schön. Ähm... Seit... 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 Drei Wochen im KH. Dann wünsche ich auf jeden Fall alles, alles, alles Gute. Dass die... Dass die da durchkommt. Diego, Kuss, Kuss geht raus. Und... Ich halte die Daumen. In Corona. Also, ich dachte jetzt... Ist jetzt Corona gar nicht mehr so schlimm. Aber das ist... Man hört doch noch ab und zu mal so ein Fall, ne? Ja. Was ist hier los? Schau mal mal. Ähm... Meinst du wegen dem... Den wir auch schon hatten, Leute? Äh... Der wollte ja ins Spital nicht machen. Ja, ja. Weißt du, was ich komisch finde? Die haben doch gesehen, dass du ein Konziger oder was hattest. Ja. Keine Ahnung. Das Auto einfach so rum auf einmal. Und da sind sie ausgestiegen. Die haben doch das Auto gesehen. Keine Ahnung. Das fragt mich nicht. Also, ich bin den ganzen am Arsch geklebt und dann auf einmal bei mir stehen. Da muss man sich schon was fragen, ja. Hm. Ja. Ich frag mich nicht bei dir, Gigi. Okay. Ja, das Ding ist, die können ja auch nicht wissen, ob jetzt direkt hinter dir auch nur einer fährt. Aber trotzdem hätte man schauen können. Ja, trotzdem. Bisschen, ja. Aber so viel zu Homeland fährt jetzt mit Autos an. Ich dachte, die fahren jetzt immer mit Autos an und der war auch einfach auf einmal da. Gute Frage, warum? Hm. Naja, ist halt schon stylisch so halt auch zu tauchen, wa? Magier oder so Batman. Ja, ja. Aber ich fühle Autos mehr auf jeden Fall. Ich will lieber Batman. Ich find das immer schön, wenn die mit Autos anfahren und dann... Ja, das stimmt. Geil ist, Batman hat dann auch einfach eine geile Karre, weißt du? Panzer. Ja, das passiert, Alter. Ja, ich hoffe, die kommen jetzt bald nochmal. Ja. Dann warten wir mal hier. Ja. 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 Und ich weiß. Ja. 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 Willi sein Vater ist. Müsste er eigentlich wissen ja, muss er wissen wer sein Vater ist. Wie das schon wissen, also wenn wir mal auf Willi stoßen, aber er weiß nicht, dass er hier in der Stadt ist. Das Ding ist ja, wir kommen ja aus New York City eigentlich und, ah jetzt kommt endlich mal ein Homeland Auto, ah guck, ja das ist doch mal eine Anfahrt oder? So muss das aussehen. Schau, da kommt es. Jetzt geht es weiter. Ah geil. Das ist so schön zu sehen. Das ist halt immer kacke. Also ich finde, so ein Game Crash macht das schon so irgendwie kaputt, aber es ist irgendwie lustig so zu sehen, so hinter der Kulisse, so was passiert jetzt? Was passiert? Gibt es schon irgendwas Neues? Ja. Ja, Homeland Sound klärt das gerade. Wartet vor. Sieht mega aus, wenn der Homeland so reinkommt. Ich finde das immer so blöd, weil ich habe letztes Mal gesagt, nämlich, habe ich zu Andel gesagt, dieses Aufploppen ist immer so blöd. Wenn viel los ist und wirklich so ein Fall ist wie hier, immer schön eine Anfahrt machen, sieht einfach besser aus im RP. Also nur einfach so plopp und du bist da. Gut, dann müssen wir alle noch Positionen und dann geht es weiter, ne? Dann gehe ich schon mal auf meine Position, wo ich circa war. Ich fahr mal dort zurück, wo ich circa war mit meiner Karre, als der den verloren hat. Ich fahr ein bisschen leider vorne und dann... Ich fahr... ein bisschen leider vorne und dann... Ich fahr... ein bisschen leider vorne und dann... King 4, ich gehe auf die Position zurück, wo ich vorhin war, bitte dann einmal durch den Funk durchgehen, wenn es wieder losgeht. King 20, save traffic. Los. Jeder steigen um in Taikan. Taikan. Ich stehe fünf Meter hinter meinem Ten 20. Gegen den Responding. Taikan flüchtet Richtung... ähm... Ja, weiß ich auch nicht. Ist ja in die Tankstelle, auswärts. Mit Bahnschienen drüber jetzt. Tankstelle, alte Bikerbar. Fahre in die Richtung neue Bikerbar. Alte Bikerbar. Ui, in der Bikerbar. E-S-Highway. E-S-Highway. Fährt E-S-Highway auf, stadteinwärts. Fahrzeug hat schon welches Lenkfall von mir. Der 2S-G weiterhin stadteinwärts. Gibt's da einer, die in der Nähe vom Stadteingang geht für Nagelbänder? Ja. Front, away. King 20, 10, 1050, alles gut. Brauchst du Hilfe, gib mal ein Tenney. Bautstelle jetzt. Ja. Bautstelle ab. Fahr nicht ab, weiter auf dem E-S-A-Welt. Nee, hinter mir ist der Camaro. Wir blitzen jetzt, Höhe Casino. Fahr ab, stadteinwärts, Richtung Grillbox. Wir stellen jetzt ein Autor ab. Grillbox dabei. Auf dem Hauptplatz. Auf dem Blitzvergast. Mein Kollege, du musst übernehmen, mein Fahrzeug geht nicht mehr benötig. Ja, von weiter an Richtung Grove Street. Jetzt links Tankstelle Hauptplatz. Am Krankenhaus vorbei, bei der Tankstelle vom Hauptplatz. Fährt Richtung Grove Street, rechts ein. Wieder zurück Richtung Altes Feuerwehrhaus. Jetzt wieder Richtung Grove Street. Jetzt gleich bei der Mall in der Grove Street. Fährt zurück. Fahrt rein vorbei. Okay, ich komm. Hände. Was ist denn hier? Containerviertel. Gleich an der neuen Feuerwehr vorbei. Feuerwehrstation. Ja, jetzt am Schwarzmarkt. Widerstatt einwärts. Widerstatt einwärts. Widerstatt einwärts. Okay, das ist gut. Jetzt am Krankenhaus. Am Hospital. Jetzt Richtung Tankstelle Hauptplatz. Fährt Richtung Hauptplatz rein. Wie links ab Richtung Cluckingbell. Jetzt wieder rechts Richtung Transporter. bremst ab fährt in ein rotes parkhaus da liegt am boden fährt wieder die richtung hauptplatz ein ein gebrauchter nennen da rein vorbei ich kümmere mich drum weiter oder schnellere auto alter habe ich gerade ein glück gehabt ich dachte das war es jetzt da lag am boden vorhin scheiße der unfall wird weiter da 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 Das war's für heute. Die im Kreis sind gerade die ganze Zeit ein Hauptplatz. Ich würde aufpassen, dass sie sich nochmal umsteigen. Ich muss echt aufpassen, ey. Ruhn, ey. Ich kriege ne Eisbiet. Bin noch dran? Ja, alles gut. Bin noch dran, aber... Kurzer Überschlag gewesen, mal wieder. Aber mein Rubbel los hilft mir. Da hat schon die eine Rampe da wo ich vorbei... Ich dachte, ich überschläge mich jetzt hier gleich. Bleib hier. Alte Fahrschule. Ja, ich bleib mal hier am Hauptplatz. Fällt jetzt wieder Richtung Killboxhausenplatz. Hauptplatz, Schraubstraße wieder vorne hoch. Nagelbänder! Nagelbänder! Schön! Nagelbänder! Sie sind über Nagelbänder gefangen. Perfekt! Zwei Platten! Ja, das hat er gut gemacht. Das war gut! Das ist so gute Arbeit. Gute Polizeiarbeit an dieser Stelle. Über die Nagelbänder und über das Ding. Und wir sind alle nur ausgeglichen. Auf Ehre! Oh, hier ist ein Verein. Irgendwo mit dem U-U-U-S-Rong. Zubauen! 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 Einer hinten! Zubauen! Das ist doch bewaffnet. Warum soll ich die zubauen? Die Funksprüche entstanden? Entstanden? Die ganze Zeit auf Schießen. Haben wir auch Front-Einheiten? Klingt der negativ. Wenn ich die zubau und die sind draußen, ballern auf mich. Die haben schon einmal geballert. Wir haben Schussfreigabe auf die. Nochmal zur Information. Wir haben noch immer Schussfreigabe auf die. Wenn wir die zubauen und die schießen auf uns, haben wir ein Problem. Ich versuche es wahrscheinlich mit uns in den Heels zu fahren. Wir könnten auch auf die Reifen schießen. Das ist schon das dritte Mal umsteigen. King, 10, 10, 20. Ähm, Rockford Plaza über Mechaniker, Peter Bank. Fahrt Richtung Westen. Ich werde ihn ja nicht zubauen, wenn wir da draußen rumrennen. Mit langwerfen, Alter. Und die haben schon auf uns geschossen. Das ist doch selbst... Himmelsfahrtkommando. Da geht's vorbei. Äh, 10, 20. Brauchen wir noch Offroad-Unit? Ja, bitte. Ja, dann weg. Jetzt Richtung altes Kartell. Am Rasenmäher. Wie ich gesagt habe, die warten nur. Am Hauptplatz müssen sie wieder eingesammelt werden das dritte Mal. Die Niedelz hoch, ja. Da haben sie nicht Kontakt. Nagelbänder gefahren. Die haben Nagelbänder gelegt. Ja, alles gut. Ich bin durch. Ich bin noch hinten dran. Ich fälle jetzt hoch in die Heels. Wie gesagt, das ist gleich oberste Heelsstraße. Da habe ich keine Chance mehr. Boah, Alter. So ein Stück Scheiß hat der Nagelbänder gelegt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und ich habe den Durchfall des Todes. Ich sehe hier gerade eh nichts. Ich bin einfach Nagelbänder gelegt gerade. King-10, komme ich zu dem Offroad-Fahrzeug. Ja, das war es für mich. Geht nochmal an 1020G. Ich komme zum Offroader. Ich fahre mal kurz weg aus dem Durchfall raus. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ja. 3,6 Kilometer. Ach, du Scheiße. Ich bin nicht... Wenn ich Lack drauf habe, dann kriege ich... Rechts hoch, rechts hoch. So, hier ist kein Durchfall mehr. Ich stehe ihn hier ab. Kann ich abschleppen lassen. Ja, King-4 bin raus. Alle Reifen platt. So. Ei, 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 ei. Soviel zu meiner Glückssträde heute. Ja, hier bewaffnet. Warte. Lichtkontakt. Vorne wieder runter. Leider runter. Bergwiederstadt einwärts runter. Verstehe ich nicht, warum schießen wir nicht einfach auf die Reifen? Weil... Wir haben Schussfeiger aber auf die... Ich wollte jetzt eigentlich aussteigen und auf die Reifen schießen. Dann sind sie aber schon wieder weg. Es ist... Einfach auf die Reifen schießen. 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 Wirklich jetzt. Ehm, negativ. Sie fahren aus der Anseite runter. Großen Kugel. Bei der großen Kugel. Ja, wo war das... Aber... Habt ihr gesehen, wie der gelegt hat die Dinger? Die Spikes? Wie die da rumlagen da vorne? Ich muss mal gucken. Aber ich kann... Ich sehe die jetzt da nicht. Lass das nicht. Ich sehe die nicht. Weil ich hier Durchfall des Todes hab. Aber immer hier. Hallo. Guten Tag. Im Namen von Mechanikern. Ähm... Ich wäre dann auf dem Weg zu Ihnen. Anschlag. Ich nehme an, das Fahrzeug soll repariert werden. Genau, ja. Einmal reparieren, bitte. Auf der Ellenberg, ja. Okay. Danke. Dann bis gleich. Ja, wiederhören. Ciao. Bin jetzt gleich auf der 1-7-Straße. Operations. King 4. Wir ziehen uns. 120. 1-7-Straße an der Baustelle. 150. Die Personen sind bewaffnet. Sie sind einmal kurz ausgestiegen. Ja, sind auch sehr aggressiv. Ja, sind jetzt beim 1-7-Straße anwesend. Äh, King 4 hier. Wissen Sie, dass, äh, schon geschossen wurde? Ja, das Schusswager. Aber steht nicht mehr. Okay. Dann fahren. Fahren durch. Jetzt sind die gleich wieder Richtung Stadt. Aber wir kommen die ganze Zeit vor, die checkten nicht, dass schon geschossen wurde. Die ganze Zeit zubauen wollen, wenn die aber schon dorthin rennen mit Langwaffen, Alter. Wenn du dorthin fährst und du baust die zu, die schießen dir den Schädel raus. Deshalb, ich halte immer Abstand. Wenn ich weiß, dass sie sperrbewaffnet, dann baue ich die nicht zu. Außer sie sitzen im Auto, dann kann ich zubauen. Aber wenn die draußen rumrennen und ich baue sie dann erst zu, ich halte da seit dem letzten Mal richtig hart Abstand zu denen. Aber ich mache jetzt mal kurz ein, äh, äh, Disconnect. Ich muss mal neu einloggen. Bin jetzt eh 1050, bin grad eh nicht einsatzbereit. So, nochmal einloggen in das Ding. Aber ich habe immer nur Durchfall dort, ne? Immer nur dort. Also irgendwas, ich glaube irgendein MLO dort verursacht Durchfall. Weil du hast das nur dort, sonst nirgends. Auf der ganzen Map hast du sonst keinen Durchfall. Nur an dieser Stelle. Da gibt es nur diese, am Hollywood-Sign aufwärts. Da kriege ich immer Durchfall. Liegt also irgendwie in einem MLO oder so. Weil sonst wäre die ganze Map so, wenn es, äh, wenn man Durchfall so hätte. Dann wäre die ganze Map davon fertig. War schon, schon strange. Äh, Crazy Joe, Servus, Quiddl. Ja, Crazy Joe, ja. Äh, Mila, danke für 3 Euro. Kurs geht auch raus. Äh, an dich nochmal, Mila. Vielen, vielen Dank. Freddy haben wir ja vorgelesen, glaube ich. Ja, das haben wir vorgelesen. Das waren die 45,55 Euro von Freddy. Oder soll man besser sagen, von Freddy. Äh, Christoph Steiner, danke für den Euro auch. Ähm. Einer hat schon mal Freddy zu ihm geschrieben. Der echte Robert. So einfach, Niklas. Kannst du Yannick grüßen? Er ist 18 geworden. Grüße geht raus an Yannick und alles gut zum 18. Avengers Spider Roy, danke für 1,90. Dann Gamer Nico, danke für 1,04 Euro. Äh, Marcel Schüß hat mal vorgelesen mit dem. Perfekt. Das haben wir vorgelesen. Dann weiß ich noch nicht, was er... Äh, Christoph Steiner habe ich da noch nicht vorgelesen. Danke für 1 Euro, Christoph. Vielen, vielen Dank. So, das haben wir auch vorgelesen. German Elf... Elfadier soll das heißen. Mit Servus. Das habe ich auch vorgelesen, glaube ich, vorhin. Der wollte da nochmal kurz raus. Das habe ich alles vorgelesen. Perfekt. Welche Grafikmods benutzt du? Weil wieder wie Minecraft die eigene. Ich liebe es, eigene Sachen zu kriegen. Keine Ahnung. Äh, oh ne, der Drachenlord ist im Chat. Ist das wohl der echte? Ah, der ist ja gebannt von YouTube, ne? Ein Fake Drachenlord ist bei mir. Ein Fake Drachenlord ist im Chat. Hallo. Sagst du heute noch GAP? Ja, heute kommt noch Grant, lieber Drachenlord. Der allerechte. Ne, der echte Drachenlord hat leider seinen Kanal verloren. Aber das heißt ja leider. Der hat so oft gegen Richtlinien verstoßen, da wirst du mich nicht wundern. So. Die waren ja alle im Auto und als Polizist muss man halt sowas machen. Nur Disrespect. Aber wenn der Chief zu dir sagt, angenommen und du baust ihn nicht ein, weil du Angst hast, dass du tot. Ne, das Ding ist, Schütze dein Leben ist Rule number one. Und wenn du jetzt, äh, ich versuche immer, die Reifen, also ich hätte schon auf die Reifen geschossen. Schuss war gar auf die. Ich war schon, hab schon meine Waffe ausgepackt, hat die Reifen, dann hieß es zubauen, zubauen, zubauen. Aber wenn die aussteigen mit den langen Waffen, dann halte ich Abstand. Das mache ich, seitdem ich einmal schon eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es ist nicht gut, vor allem, weil ein Kopf war schon down. Die haben schon einen umgebracht. Das Ding ist, wenn ein Kopf down ist und einer schon liegt, dann weißt du, die sind Schuss bereit. Und dann gehe ich dort nicht hin, wenn die da mit den Waffen rumlaufen und fahre mit dem Auto zwei Meter neben denen her. Das mache ich nicht. Das ist, äh, selbst, äh, Himmelfahrtskommando nennt man sowas. Das ist einfach dumm. Das macht man nicht. Deshalb, ich halte Abstand und wenn dann, würde ich nicht die einbauen. Ich würde auf die Reifen schießen, weil wir haben sowieso schon eine Schussfreigabe auf die. Wir haben eine Schussfreigabe auf die und das verstehe ich nicht so ganz. Guten Tag. Hallo. Äh, Entschuldigung, ich hatte nur gerade ein bisschen Kopfproblemchen. Jetzt bin ich wieder da. Gut, ähm, ja der Wagen ist komplett, wie Sie sehen, kaputt. Der müsste einmal mit den Reifen gemacht werden. Ja, genau. Deswegen bin ich hier. Perfekt, danke. Ich habe mich nur gewundert, wo... Ne, Entschuldigung, ich hatte nur ganz kurz. Ich dachte nicht, dass es so lange dauert. Ich bin gleich an der Führerschein-Stelle. Alles gut. KING-TEN dreht mal an der nächsten Tankstelle kurz ab. Bange in der Stadt sind, kann ich den noch schöner halten, aber... Ich bin aber noch dran aus nach der Hälfte. Ja, aber wir werden ja gleich mal irgendwann an einer vorbeikommen. Wo ist der URUS? Ähm, Wärtransport unter Führung. Ja, habe ich verstanden. Soweit geht ja nur nicht durch. Dein Kollege schießen halt auch nicht. Die schießen nur, wenn es zu spät ist, mit Leben schützen. Verstehe ich ja. Ja, das Ding ist halt, wir haben Schussfreigabe. Wir wollen ja nicht auf die schießen, aber auf die Reifen schießen. Und wenn der URUS, das ist schon das dritte Auto, wo sie umgestiegen sind, da würde ich einfach schon auf die Reifen geladen. Einfach... Einfach aus dem Grund, weil die schon auf uns geschossen haben. Wenn Schussfreigabe ist, direkt rauf auf die Reifen. Das ist das. Aber wir könnten auch, wenn wir Schussfreigabe haben, könnten wir auch einfach so schießen, aber machen das nicht. Das wollen wir ja gar nicht. Schussfreigabe auf Reifen reicht schon aus. Klub Klub Gasso. Bitte? Wenn Sie wollen, dann kann ich Sie auch zur Werkstatt mitnehmen. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Noch mal Klub Klub Gasso? Ja, na. Allerdings, in der Werkstatt müssten Sie dann als erstes aussteigen, sonst könnten Sie zu Problemen kommen. Alles verstanden. Danke. Da sagst du, Lebensschützen ist Rule Number One und da werde ich immer drauf achten, dass das so bleibt, ne? Ja. Die üblichen Garten haben, äh, Benis. Arbeitsamt jetzt. Mach mal ein Blitzer 1. Oh, das ist doch schön. SivNBK, danke für eine noch 7 Cent. Dankeschön. Ja, Crazy Joe, wir focussen, jawohl. Laura hat aufgeladen und ist auf dem Weg zur Werkstatt. Okay, ich bin wieder am Rennen. Wohin? Ähm, jetzt Baustelle unter dem App ist so. Ich fliege. Wir sind immer noch Verfolgung. Unter dem App ist so vorbei. Fahrt Richtung Nationalbank direkt. Wir sind immer noch Verfolgung drin. Das ist heftig. Pass auf, ich darf dann inhaltet. Also Sie müssen aufpassen, wenn Sie da lang fahren, vorne. Da könnte es ja das Nagelbänder drin. Wir müssen das nochmal schauen, genau. Dann wieder hoch die Höhe. Ja, wo genau. Fahren Sie weiter? Fahren Sie durch weiter? Ich schau, ob die noch da liegen. Wenn Sie nicht da liegen, dann sag ich eh, da können Sie weiterfahren. Da vorne rechts. Da bin ich nämlich durchgefahren, deshalb sind die auch weg. Ja, da ist nichts mehr. Das ist weg. Okay. Ne, Sie müssen sich vorstellen, wir hatten eine große Verfolgungsjagd und da waren Leute, die haben hier Nagelbänder gelegt. Das waren nicht unsere Leute, das waren andere Leute. Da haben die geklaut anscheinend noch wieder hingelegt. Deshalb sind auch alle Reifen bei mir grad platt. Ja. Und dann noch so weit gekommen. Ja. Na ja, ich hab den dann, ich sag eben jetzt erst, ich hatte Durchfall da oben. Und deshalb hab ich mich dann an eine Stelle übergestellt, wo ich dann keinen Durchfall mehr hatte. Da habe ich dann angerufen. Ich hab 700 Meter. Ach so, okay. Ich hab dann noch mit meiner ganzen Kraft wieder wegzufahren. Im Medien im Durchfall. Ich hab nichts mehr gesehen. Vor lauter Durchfall. Ja. Also anhand dessen, wie die Reifen aussehen, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Direkt hoch oder? Rechts hoch, ja. Das ist nicht auch, wo mich weg war. Ich hatte Durchfall. Da hat es gedrückt. Oben an der Position. Ja, wie gesagt, alle Reifen platt. 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 Die Verfolgung läuft eh immer noch. Ja, aber da wieder runter. Das klingt als müssten wir uns vereilen. Also wenn sie mich vorschieben könnten, wäre das supi, weil meine Kollegen brauchen mich, glaube ich. Dann mache ich das direkt. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Danke. Hier. Sie kommen mir bekannt vor. Ich weiß nicht, waren sie nicht vorhin auch am Walmart? Nein. Oder was? Okay, war das nicht sie? Das könnte meine Kollegin gewesen sein. Da war es die Kollegin, ja. Auf jeden Fall war ich vorhin beim Walmart angerufen. Da war nämlich immer zum Abschleppen. Da war es nicht sie. Okay. Sie kommen mir von daher bekannt vor, weil ich mal beim AMR war. Und ich glaube, sie waren die zweite Person, die ich operiert habe. Ach, das könnte sein. Ja, ja. Doch, doch. Doch, AMR sagt mir was. Ah, ist gerade Stromausfall. Super. Was mir ist ganz kurz langsamer geworden. Ja gut, dann wird es schwierig mit, äh. Ja. Muss Verfolgung jetzt abrechnen. Ah, dann ist aber Licht an. Machen Sie die Scheinwerfer an, dann geht das schon. Klingt, Lichter machen auch hell. Ja, dann bitte mal anstrengen. Soll ich jetzt später aussteigen oder zuerst, oder wie jetzt? Ja, ich habe leider keine Sicht anpackt, weil ich halt schnell einwärtsgefahren habe. Jetzt aussteigen. Jetzt aussteigen, jawohl. Warten Sie. Warte, der war grün. Ich bin draußen. Ja, positiv. Prost. Haben Sie vielleicht. Ja, wir fahren jetzt weiter. Genau. Ja, genau. Mich wollte ich gerade helfen. Taschenlampe. Gut, Hauptsache, wir kommen hier durch. Es ist definitiv einfacher, die Gurte hier zu lösen. Ja, im Dunkeln sieht man, also hier drin sieht man wirklich gar nichts mehr. Das ist ja echt schrecklich hier drin. Wenn hier Stromausfall ist. Ja. So wirklich nur. Ich konnte auch nicht mehr anhalten. Alles gut. Wir haben ja auch, äh, anders als im Ocean keine Notstrom-Axvegate zum Beispiel. Und auch, äh, durch Fenster kommt nicht genug Licht rein. Ja, seh ichs gerade. Ja, seh ichs gerade. Wir fahren jetzt am Windpark auch hoch. Und der Plan zu täuschenden Nähe ist ein. Also 1 zu 1 heißt Schaden glaube ich nicht. Ich hab das Gefühl, die planen irgendwas. Vorerst, lieber's Clan. Ja, ich bin gleich da. Jetzt kommen wir einen Fahrer weiter. Und sonst komm du auch nochmal ins Highspeed. Dann haben wir zwei Highspeed, drei Offroader. Warte, dass ich damit so weit kam. Ja, ich bin jetzt im Offroader unterwegs. Ja, ich bin jetzt im Offroader unterwegs. Wenn die auf P1 umsteigen dann... Ich glaube die Filmen sind jetzt auch Schrott. Ist alles Schrott. Der fährt nicht gut. Ich bin da die ganze Bimte runtergekommen. Ja. Jetzt ist der in Offroader los. Gehts dir gut? King 12. 1050. Geht gut. Bei dem Überschlag nur J zu sagen, ist aber krank. Berufsanwohnen. Weiter die Gleise Richtung Palito. Wer wieder aufm Easter Hover aufreg hinter der Grenzkontrolle Richtung Silo. Ey, Moin G! Also ich hab jetzt Unterzittel. Endlich. Ja, ich bin voll. Ach, Strom ist vorbei oben. Danke Stadtwerke. Kuske draußen Stadtwerke. Schau mal rein. Drehen. Bester Stadtwerke IU West. Aber tanken die den während der Fahrt oder was? Bühel. 4 1 wird hier gleich irgendwo stehen. Krieg ich dir wie ein siegel drauf. Die ist dann eigentlich automatisch Schussfreiger auf den 4-1? Ich helfe dir bei der Verbrecherjagd. Danke, Robert. Danke, Crazy Joe. Ein echter Zivilpolizist. Ja, wir fahren jetzt wieder auf dem E-Siber hoch, weg an der Grenze. Ich bin immer in der selben Verfolgung, Leute. Immer noch. Das ist heftig, wie lange die verfolgen. Das ist auch noch ein Mustang. Ja, aber ich warte, bis das repariert ist. Ich häng mich dann dran, wenn das fertig ist. Ich hoffe, die machen es schnell. Sorry, bei mir warst du ungefähr 10 Meter vor mir. Gehen wir schon hin. Kein Blackout, kein Überschlag. Ich komm wieder. Jetzt gehen wir schon hin, ja, alles. So, wird jetzt hochgefahren, das Ding, und dann wird das schön gemacht. Wenn ich jetzt zur Richtung Mustang gehe, ich müsste dann von hier aus zu einem Parkplatz, und der ist hier, der nächste. Ich frag's uns mal, wie lange das dauert. Direkt hoch, Malle. Aber ich wollte eigentlich auf den Waren warten, ich wollte keinen anderen fahren, Leute. Crazy? Was sind die denn jetzt? Werden wir stehen? Hier oben sind sie. Ja, positiv. Komm zu Fuß. Ich stelle mich jetzt zu Fuß. Ich fahre zu der Straße. Alter, lieber Abstand. Also nicht, dass die jetzt halt ballern anfangen. Auf einmal wissen sie, was ich meine. Ja, 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 ja. Auf einmal Abstand. Mhm. Na siehste. Schütze dein Leben. Abstand halten zu den Leuten. Immer schön Abstand. Vor allem, wenn schon einer down ist. Ein Kopf ist abgeschossen worden. Kein Einbound direkt, wenn die noch rennen. Das ist eine schlechte Idee. Quälter, Delta, Klipp. Erste Spende wollte nur sagen, bist der Beste. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die machen das schon schnell. Ja, fliehen halt alle zu Fuß. So, in Richtung E-Star-Way. So, in Richtung E-Star-Way. Na, für ein Foto. Hä? Der E-Star-Fly-Gabe ist raus. Delta-Punk. Der E-Star-Way. Der E-Star-Way. Ah, schau was da steht. Der E-Star-Way. Das kann ja da eingestiegen sein. Der E-Star-Way. Der E-Star-Way. Der E-Star-Way. Das kann ich später machen. Weit ich nicht jetzt. Das ist auch »Bexit-Gaming«, Manu. Muss das nicht machen. Ich habe Unterschützung beim Heim, ich habe mich getasert, also versuche ich zu tasern, mein Taser ist aber jetzt leer. Echte Polizisten im Einsatz, das war voll mit echt, gerade der echte Polizist mit, genau, in Werkstatt, hashtag Party. Danke. Also ich habe ein Problem. Heinz, Peter Dietrich, vielen Dank. Echte Polizisten ohne Maske stehen hier auf ihr Haar. Ich hätte Wendig geben, 1.07 Wald Richtung Anwesen, so in die Richtung, aber der Leid ist durch die Bäume, Büsche. Jetzt laufen wir den, direkt neben dem Weg lang, Richtung 1.07 Anwesen, irgendwo. Du sagst so, das Schicksal wird schon sein Grund haben, warum meine Reifen platz sind, es wird ein Schicksal geben. Wenn es hier gleich Geballer gibt, dann weiß ich warum. Du wolltest mich das Rubbel los, davon bewahren. Highway Seite, richtig? Highway Seite, Richtung 1.07 Anwesen. Ich glaube, einen Reifen brauchen sie noch. Was sagst du, ja, nein? Laufen parallel zum Highway, jetzt höher dem einen Strommasten. Das funkt die ganze Zeit. Ja, jetzt ist schlecht. Ich glaube, die Bäume lichter werden. Ich habe mein Auto jetzt noch fertig gemacht, auf die Schnelle. Ja, so viel zu. Es wird auf die Schnelle fertig gemacht. Fragen, welchen Zusammenhang stehen die Täter? Was ist das am Digitalen? Der Täter rät jetzt runter Richtung Highway. G, komm Richtung Mautstelle. Da unten steht ein LKW. Hintersteigen in den LKW. LKW mit Auflieger. Rechts hinter der Abfahrt ist East Highway. Flieger verloren. Das geht doch weiter, Lob. Glaubst du den LKW selber? Ich glaube, dass wir nicht da draußen, wir geht es doch weiter. Ich bin weg, dann. Das ist gut. Aber sie können wie ich schon so schnell sie kann. Schick mal 10.20, da nirg ich nicht mit. Ist ja wirklich da hinten. Was zur Hölle, ey. Alter, ich will so genau auf den Highway. Ich will gleich mal eine Bierkette haben. Ich frage mal, wie lange das noch dauert. Geh mal rausfahren, wenn du willst. Aber ne, es wird schon, wird schon. Sie hat gesagt, sie macht so schnell wie es geht. Er hat gesagt, sie macht so schnell wie es geht. Soll wir auf dem Handy gucken? Ich will den nur raus, Jungs. Ich will den nur raus. Langsam eine Ablösung, mein Tank ist zu kittet. Oh, nee. Eckart, dann fahr der mir hinterher. Ich hole euch mein Auto. Oh, Bajana ist da. Ja, bitte das nächste Mal aufs Auto abschließen. Es war noch offen. Ja, wo bist du, G? Wir fahren der Station Highway auf. Richtung, innerstädtischen Highway, Richtung Mechaniker in Gegenfahrbahn. Mit LKW einfach, alter. Camero vs. LKW, sehe ich kommen. Erstmal kompletter Verkehrsunfall. Ich hoffe, die macht das schnell. Innerstädtischen Highway jetzt wieder im Gegensverkehr. Ich habe Hälfte, ich habe kurze Kanister. Ja, du kannst noch nachtanken. Ich war jetzt. Ich habe zwei Kilometer zu dir. Ich denke, ich sollte relativ schnell laufen können. Ja, ich schaue mal bis zum Spriturrand. Richtung Westerway oder? Ja, Richtung Westerway. Ich bin jetzt Böwoks. Ich darf nur noch mal umsteigen, um so oft zu wollen. Wir hatten mal eine Umsteigregelung für Dinge, aber ich sage, irgendwann ist ja auch mal ein Dings erreicht, wo man sagt, da muss man echt nicht mehr nochmal umsteigen. Malik, ich bin nochmal 1020, dann hole ich dich ab. Ich fahre. Ich bin auf der Kabel zu meinem Auto gefragt. Einen haben sie, glaube ich, schon bekommen. Pascal Uhlstein, danke für mich, dass ihr es hinkommt. Wir hatten dann noch der Pickup oder was. Alpha dir doch mal. Aber eine Frage, wie kam es zu RLO, liebe Grüße. Wir wollten einfach einen Server machen, wo wir Spaß haben. Als andere unterfreunden ihn und irgendwann haben wir den öffentlich gemacht. Hat sich dann so entwickelt einfach. Aber der Magie, ich muss sagen, ich habe nämlich fast nichts mehr. King Forge wäre bald wieder einsatzbereit. Bin noch bei Mechaniker, aber schaue, dass ich gleich dazu stoßen kann. Edward 14 wäre dann jetzt auch wieder 10-8 und könnt ihr auch Unterstützung leisten. King 10 wäre auch wieder im Rennen. Wo ist der LKW? Oceans Richtung Nationalbank fahrend. X-ray 18-10-7, schon Feierabend euch. Ja, für mich noch kein Feierabend. Jetzt tut sie doch putzen, das heißt, das ist gleich feierlich der Wagen. Edward 17-10-8, Edward 17-10-15. Oh, ich hoffe das mal. Bitte mal schneller, bitte, bitte. Ich glaube, was ich gerade für Druck gehabt, dass ich da jetzt endlich mal mitkomme. Ja, King 13. Du bist das hinter mir. Positiv. Letztes Schlimm sagt Max zweimal. Die Regelung haben wir aber nicht mehr mit dem Umsteigen, die hatten wir mal. Also, wenn, dann hat da irgendwer was geändert. Aber ich bin mir sicher, wir haben keine Umsteigregelung mehr. Die gab es nur für Bankräuber und Räuber-Bobbefälle. Da gab es eine Umsteigregelung. Hau mal ein Tentwendi raus. Die Nacht der Baumaschinen oder was? Ja, ja. Na, Kevin, was ist grün, rennt über die Wiese. Eine Gurke, grüße den Robert. Ja, Robert, danke. Auf das Richtung Süden. Auf dem Maceback-Tower-Tower-Tower. Sind sie fertig? Ja, positiv. Der Zweite ist auch mal gut. Also, was kostet alles? Der muss sich doch gar nicht kosten. Links ab Richtung Möbelhaus. Am Möbelhaus vorbei. Ganz kleinen Moment. Ich muss ganz schön weg, es kommt ein Einsatz. Oh, bitte, 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 bitte. Weiter Richtung Osten, ins Hafengebiet. Bar oder in Rechnung? Bitteschön. Danke. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und eine sichere Weiterfahrt. Danke, ebenfalls. Ja, wir sind wieder einsatzbereit. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter, 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 es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Rechtheisen habe ich dabei, ja. Ja, holen wir es mal hier raus. FD hat ja schon angekündigt, dass die nicht mehr anfahren. Edward70 mit einer Frage, welche Einheit war denn von Anfang an dabei und kann sagen, was passiert ist. Einer erzählt das, gerade wir schon noch. Lass ihn parken. Der ist ausgestiegen, weil wir ihn unzingelt haben und er hat dann auf unseren Kollegen gezielt. Daraufhin haben wir auf ihn geschossen. Er hat aber selber nicht geschossen oder weil er powernippt? Doch, der hat dann angefangen glaube ich zu schießen. Und hat einen niedergeschossen, einen Kollegen aufzusachen. Finally, Alter, da ist er in mich. Im LKW geflüchtet, ich glaube es nicht. Ich check noch nicht, dass die da nochmal kommen, also sonne mehrere Leute. Schauen, dass da keiner kommt von der Richtung. Man weiß ja nie. Aber wie ich gesagt habe, ich werde noch dazustoßen zum Einsatz. Kostet das, was ich das wollte. Checken wir hier hinten ab, dass hier alles. Jetzt sollte ich vielleicht meine Maske mal aufsetzen. Jetzt wird es langsam Zeit für die Maske und die Weste und für meine Weste, die ich noch hinten drin habe. Aber wobei, ich habe hier noch eine so dabei. Ja, passt. Jetzt ziehe ich mir meine Weste mal an. So. Frage, der Kollege, der abgeholt werden muss. Motions oder wo? Nee, ganz wichtig. Ich bin hier am East Highway Höhe. Check Gen 20. Ich auch. Also einer der Täter wäre dann in den Zellen. Derjenige, der damit was von Anfang an zu tun hat, der kann dann gerne kommen. Hier ist gerade ein Urus, ein grüner stehen geblieben. Na, ist einer von euch? Da passt Saat mit dem Rehspiegel drauf. Wir müssen gucken, nicht dass da jetzt wer... Hinten geht einer ein bisschen komisch. Aha. Ich check das mal schon ab. Ich weiß schon, wer das ist. Ja, also... Wir haben... Wo oben? Wir raufgefahren sind, Richtung Hills. Da hatten die Nagelbänder gelegt. Da waren... Ja, ja, habe ich mitbekommen. Da war ein goldener Urus. So halt braun. Und der hat da einfach Nagelbänder gelegt vor meinen Augen. Ja. Ja, Standard, ne? Hat aber Kennzeichen. Aber die klauen die ja mittlerweile immer. Ja, ja. Alle vier Reifen kaputt. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Mechaniker verbringen müssen, bis ich jetzt dazu stößt. Die haben den Sachschaden verursacht. Das ist von abseits von gut und böse. Wie viel habt ihr das bekommen von denen? Nur den jetzt, oder? Nee, da waren insgesamt drei insgesamt. Okay. Ja, immerhin. Frei von vier, mein Gott. Ja. Aber die, die haben jetzt hier eine Stunde lang, sind die jetzt rumgefahren und rumgeguckt. Und haben alles umgesämmelt und kaputt gemacht. Ja, ja. Die kriegen richtig Bußgelder. Naja, nächstes Mal mit dem LKW und nicht mit beiden Apogini. Adam Fortin kümmert sich um den Dispatch mit dem überschlagenen Fahrzeug. Oh, danke. Ja, bin ich gewohnt. Ja, umschieben. Jetzt zeigst du mal ins Krankenhaus, dann, ne? Wenn der unmaskiert ist. Ah Gott, dann ist das jetzt. Sinnlos, wenn der unmaskiert ist. Ja, trotzdem müsste ich nicht wissen, wie jeder heißt. Der Dispatch mit dem überschlagen Fahrzeug ist, dass ich meine Abgabe selbst noch vergessen auszunehmen. Du hast ja keine Wunden bekommen dieses Mal. Perfekt. So wie, hinter mir, ja. Dann seh ich das ein. Dann nenne ich noch nicht so, aber... Aber... ...würst du ihn bitte Freeway nennen? Freeway? Ja, da. Freeway. Keine Ahnung, ich kenne nur Dully und dann hört doch schon aus. Da kommt ne G-Klasse, aufpassen. Ähm... Okay, super. G-Klasse, geil. So, was essen. Du hast ne 4 Türe, dann musst du das abtransportieren. Das hat grad echt viel zu lang gedauert. Das war jetzt ein stundenlanger Einsatz wegen vier Leuten, Alter. Vier Leute haben... Aber wir haben drei bekommen, das ist sehr gut. Der eine wurde niedergeschossen, der andere wurde getasert, was ich mitbekommen hab. Und der wurde jetzt hier im LKW festgenommen, also wir haben von vier Leuten drei bekommen. Also keine schlechte Ausbeute, kann man so sagen. Und ich bin ne stunde lang gefühlt beim Ding gewesen. Beim Mechaniker, perfekt. Etroxische Finale, Tanteen, Tanteen, Mischung und D. Hat aber Spaß gemacht, muss man schon sagen, ich fahr nochmal weg. Das mit den Furchtfall ist ja eine Sache, aber uns ne Stunde beschäftigen und da Ben gehen wollen. Hahaha. Die Lache grad? Ne. Ich schau nochmal hier vor. Nicht, dass die noch im Auto stehen. Ich hab jetzt irgendwie Schiss, dass hier irgendwie Leute kommen und einfach gucken, was da los ist. Aber du weißt ja nicht, ob die noch Backup rufen, ne? Und dann hier reinkacken wollen nochmal. Ganz genau alles gut. Ganz genau alles gut. Ich bin mal einfach. Letzteres Petscher Binaco, abholen mir leid? Etroxische Finale, GTN7. Schönen Abend bei euch. So, Max Youtube, mein Arm ist gebrochen. Ist der beste Youtube, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Zusammenwachsenden Armes wieder. Und gute Besserung des Armes. Auf jeden Fall. Gute Besserung. Guter Zusammenwuchs kann man sagen. Ist ja nicht so schön. Wir schauen mal hier auf. Ich habe hier mein Ding nicht an. Haben die alle Kennzeichen dran? Mal gucken. Mal gucken. Guter Museum. Mal gucken. Und gerade die Kennzeichen kontrollieren, was macht er denn, wo fährt er denn jetzt weg? Ach das ist Rollo, achso! Kingfraud1086 mit dem Kennzeichen S 63 R O L L O Edward17 jetzt nochmal mit der Frage, wann kommt denn der Opposer der? Bei der Verfolgung von die ganze Zeit dabei war Das ist der Sound auf der Spendie! Bist du der Patroller der Lange Liste? Kingfraud1086 ist da 28.07, das ist schon länger, ja Nur gucken, das Kennzeichen rutscht gar nicht so, wo die hören So, ok, ich muss mich aber erstmal behandeln lassen, dann komm ich Guten Tag Denn vorher warst du alleine da oder gab es da noch andere Opposer? Ich bin nur ein Kennzeichen kontrolliert, wie das Fahrzeug angemeldet ist Ich wollte hier gerade die Autos durchfahren Ich fand es etwas komisch, dass die alle abgehauen sind Als ich das eingepackt habe Ich hatte gerade mein Enzo für mich aus der Versicherung geholt Deswegen wollte ich den jetzt in mir einfahren Alles klar, ich geh nur in den Führerschein und dann war es das eigentlich schon Ja, was geht's gerade? Ja, mit dem, mit dem Schiff dabei Da bei dem elektrischen Tätiwerk und so Dankeschön Wer alles dabei war Befehl Wie die hier rumpfielen Ich sag, war nur etwas komisch, dass die auf einmal wegfallen und ich mich hier einparken Weil man weiß nicht, weil auf einmal hör ich, dass ich mich jetzt zu meiner Schwester oder sowas Nein, nein, wie gesagt, ich wollte den jetzt irgendwo eben einparken, weil ich jetzt alles aufhören Ich würde nur gucken, ob das Fahrzeug angemeldet ist, mir wollte ich gar nicht Alles klar Alles klar, so klar Danke Jawohl, schönen Abend noch Ciao Zwei doch, oder? Ja, halt einer von der Verfolgung, einer bei Hilfe Äh, er sagte, er... Der sagte, das wär sein Ferrari gewesen, dementsprechend geh ich davon aus, dass er auch gefahren ist Du musst ja die Fahrzeuge kontrollieren Adam 14 fährt zum aktuellen Fahrzeugdiebstahl Hallo Guten Tag Na, will ich flieg sein? Bitte? Ne, ich schau nur, was alles zugelassen ist und was nicht zugelassen ist, alles gut Ach so, ich hab gedacht, mit meiner Autos stimmt was nicht Im neuen einen Meten Jazzy Äh, Sei nicht Alter, Mandy drinks mit 50 Euro, vielen Dank Man, die haut raus vielen 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 Damen. Nur noch gefällt das hakt. Der Coop kontrolliert die Kennzeichen. Ist angemeldet. Ja ne, ich kontrolliere nur, man weiß ja nie. Wieso tragen sie überhaupt ne Maske, die Herren? Wo ich ne Maske trage? Er hat Angst, genauso wie das ganze andere PD. Wohin soll ich Angst haben? Lass man sie wieder kennen. Ja bitte. Ach ne. Flur, den kennen wir doch. Dann habe ich jetzt halt keine Angst mehr. Hühnerfabrik? Ah, da war doch was. Da war was bei der Hühnerfabrik. Ja, ihren Kollegen habe ich auch letztes Mal eingesammelt. Ja. Ja. Ja, machen wir's ruhig mal wieder ihrer ab. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Sie werden dafür schließlich bezahlt. Herr Polizist, können Sie mir sagen, wo ihr lebendes Huhn herhoff? Ähm, haben sie vielleicht zugeschickt bekommen? Möglich. Wo Ihnen? Ich warte gerade meine Haft, ich will die Sache aufschreiben. Du störst ihn voll dabei. Entschuldigung. F-Oz-One. Ja, aber keine Ahnung, wo ich das herhabe. Hä? Äh, gut hört, die... F-Oz-Ne, Oz-Ne, Entschuldigung. F-Oz-Ne, ich kann... Der Täter oder der Cock? Täter und Cock. Äh, der Täter hier ist... Marco Nacko. Okay. Okay. Die Autos stehen noch da. Ja, dann fahr dir die F-Fahrzeug-Diebstahl-Code vor. Oh nooo. Mhm. Also wegen der Auszeige, wegen Angst und Sorte. Wie ist das Ganze für die Angst jetzt, oder wie? Ja. Warum? Keine Ahnung. Wir sind total freundliche Menschen. Ich kann es doch nicht so nachvollziehen. Schmarsporn, der ist positiv und jedenfalls durchsucht. Gerne. Irgendwas hat der dabei gehabt? Wobei, jetzt habe ich mich ja wieder festgenommen von dem, der sich beschwert hat anscheinend. Aber dann war er dann am Ende des Tages doch ganz nett. Wir sind auch nicht. Falls ihr die seht, ich schmeiß das nur... Also sie brauchen wir sein. Wollen die da auch dazu? Mit dem Beweismittel und alles... Wären wir zwei? Nee, weil ich weiß jetzt so, er hat ja so eine braune Hose an. Die sind ja alle so gleich so ein bisschen. Ja, ich habe ein braunes, äh, braunes Brunner an. Da auch dazu. Ja, ich, okay, da auch dazu. Gut. Nee, wie gesagt, da war, äh... Da war letztes Mal jemand bei der Verkehrskontrolle, der war nicht so lieb zu mir, aber der hat sich dann später ziemlich bei mir eingeschleimt, muss ich sagen, am Ende des Tages. Ja. Tatsächlich. Ja, der war ziemlich nett zu mir. Ich dachte, wäre auch sowas auf einmal los. Bei der Anhaltung war der ziemlich komisch drauf, aber da war der ganz nett. Genau. Also, ganz ehrlich, das wäre auch da oben anders abgelaufen, wenn Seowitsch... Der andere bekommt, glaube ich, nur verbrecherische Flucht, glaube ich, wenn du mich nicht weißt. Das ist ja dreimal eine große Fresse. Ja, wenn... Warte mal, welcher Seowitsch? Komm, Seowitsch, Milo. Ich weiß es nicht, der sitzt ja nicht bei meinem Auto, ich weiß nicht, ob der rausgefallen ist. Oh, der hat ja eine große Fresse gehabt. Also, ich sag mal so, wir hatten ja mit Ihnen geredet, nicht mit dem Herr Seowitsch. Die ganze Zeit im Auto. Mit mir. Und Herr Seowitsch, das war, ähm, oben Hühnerfabrik. Den Tag meinte ich. Also, da haben wir geredet. Ja, 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 klar. Ich hab, ich bin eher so deeskalierend, ich möchte einfach das schön geklärt haben und fertig ist die Sache. Ja, und Seowitsch hat sich halt eingemischt. Ich meine, ich hab Ihren Kollegen ja auch gesagt, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, inwiefern sie mit dem einen, äh, in Zusammenhang stehen, der hatte die Waffe gezogen, halt, an dem Tag. Aber ich kann es ihm halt nur immer wieder sagen, ähm, das war halt so, also der Himmelfahrtskommando, was der gemacht hat. Das ist ja eigentlich von Ihn, also der hat ja anscheinend viele Leute da so das Schutzschild für sich genommen. Und ich hab auch nochmal gesehen, der hat auf mich geschossen, ne? Der hat die Waffe auf mich gerichtet und hat auf meinen Helm geschossen. Aber, ach, waren Sie da auch an der Hühnerfabrik? Das ist King 4. Natürlich, natürlich war ich da. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, bitte. Es hat ja nur eine Person von unserer Seite aus geschossen. Alle anderen. Jetzt hab ich Ihnen gerade erklärt, was passiert ist, oder? Ja, ich hab grad gefunkt, weil ich jemanden aus dem Auto verloren hab. Mhm. Warum denn alle anderen? Ich kann Ihnen das so sagen, was passiert ist, weil ich hab letztes Mal wieder bei der Verkehrsanhaltung sowas vorgerufen bekommen, als ich halt ohne Maske gefahren bin. Jetzt ist es schön, wenn ich mit Maske fahr, weil ich nicht die ganze Zeit mich konfrontiert. Ähm. Ja, eine Kollege, der in der Mitte von Ihnen die Waffe gezogen hat, das war Himmelfahrtskommando. Das ist nicht so geil gewesen von Ihnen, wenn Sie überlegen, was Sie machen hätten können. Also, ich weiß auch nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich glaube bei uns... Ja, aber ich meine, man hätte doch nur eine Person ausschalten können und nicht direkt gerestet werden. Ja, das hätte nicht funktioniert. Soll ich Ihnen was sagen? Ich hab... Wir haben ja die Dash-Grimmler ausgewertet. Ist ja alles gut. Das Ding ist, ähm, ich wurde angeschossen von dem. Er hat auf mich geschossen. Und die Person neben mir hat auch schon Waffe gezogen. Und du siehst in diesem ganzen Tumult nicht, wer jetzt alles eine Waffe zieht. Das Ding war, wir haben da nur noch in diese Mitte reingeschossen und wer da in dieser Mitte stand, das war nicht schön. Das ist klar, aber wir hatten keine andere Chance. Ja, Mitte. Das war halt... Also, ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, von unserer Seite aus sehe ich keine weiteren Fehler. Ich würde eher mal einen Fehler an einem selbst suchen. Könntest du das übernehmen? Und zwar würde ich niemals auf... Ich würde niemals auf die Wehe kommen, wenn ich von einer Polizei umschaut bin, in der Mitte von einer Menge Waffe zu ziehen. Ist ganz so wild. Hat man im Mittag gesonnen. Ja, aber damit haben die anderen ja nichts zu tun. Das stimmt. Aber sie sind ja alle in der Gruppe aufgetreten. Und sie sollten vielleicht mal in ihrer Gruppe das festlegen, wann wird eine Waffe gezogen, wann nicht. Weil Sie sind auch der erste Officer, der sich jetzt da mal hinstellt und mit uns darüber redet. Ich habe auch mit den Kollegen darüber geredet. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was der gemacht hat, das war für Sie alle. Für uns war das eine schlechte Sache, für Sie war das eine schlechte Sache. Uns hat es keinen Spaß gemacht, da jedem den Kopf wegzuschießen. Das Ding ist halt, wenn so eine Menge an Leuten da steht und du siehst nur noch, der schießt auf dich, es wird geschossen, dann sieht man von hinten auch Leute schießen. Das waren die Kollegen. Dann denkt man, von hinten schießen dann auch noch Leute von ihnen. Und dann sieht man vor allem noch jemand von ihrer Seite eine Waffe ziehen. Also auf der Dashcam kann man halt sehen, einer hat geschossen von ihnen aus der Mitte raus. Und der Kollege rechts vor mir hat auch schon die Waffe gezogen. Und da wusste ich nicht mehr, ja jetzt kann sie nur noch schießen. Und hinten hast du halt nur noch die Schüsse gesehen. Man wusste in dem ganzen Tumult nicht mehr, wer hat jetzt eine Waffe wer nicht. Und aus Grund der Eigensicherheit wurde geschossen. Und das müssen Sie bitte auch verstehen. Der Kollege, der in der Mitte die Waffe gezogen hat, von ihrer Seite aus, den hätte ich, wenn ich sie gewesen wäre, an dem Tag entlassen. Ja, sprechen Sie mich doch direkt an. Jetzt hätte ich aber auch eine Frage. Sie hätte ich entlassen. Kann ich Ihnen auch sagen. Sprechen Sie mich auch an. Ja, ich hätte Sie auch entlassen an dem Tag. Hätten Sie mich entlassen. Wird es dann befürwortet? Wird es dann befürwortet? Weil da Leute standen, weil ich der erste war, der lag und die Leute standen, Ewigkeiten noch kommen und sie schießen rein. Pass mal auf, sie waren noch nicht der, der geschossen hat. Ich bin der, der geschossen hat. Haben Sie das? Ja, ich bin das. Sie können ruhig mit mir reden. Warum haben Sie geschossen an dem Tag? Das war der Grund. Die kamen auf die Idee. Ihr hattet keinen Grund, auf uns zu durchsuchen. Hab dann urplötzlich meinen Patron festgenommen. Hab dann noch einen von mir niedergetasert. Da ist bei Windersicherung durchgegangen. Passen Sie mal auf, wir hatten an dem Tag, ich will jetzt ganz normal das mit Ihnen klären. Ich leere das, aber Sie müssen auch verstehen, dass da eine Durchsuchung veranlasst wurde. Wir fragen höflich, ob wir einen Durchsuchungsbefehl bekommen. Dann wird uns frech ins Gesicht gesagt, nein, da kommt kein Durchsuchungsbefehl. Wie würden Sie darauf reagieren? Ich kann Ihnen sagen, was an dem Tag passiert ist. Den Durchsuchungsbefehl hatten wir an dem Tag. Den hatten wir. Aber warum haben wir den? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte Ihnen gerne vorzeigen können. Das Ding war nur, für uns war das ein bisschen Zeit schinden. Im Hintergrund wurden im Kofferraum Sachen abgelegt und es wurden im Kofferraum rumgegangen. Das Ding ist, je länger man wartet, desto weniger Beweise kann man feststellen. Es wurde eine Festnahme durchgezogen, obwohl wir höflich gefragt haben, ob wir einen Durchsuchungsbefehl bekommen. Bevor wir überhaupt einen bekommen haben, hat uns ein Officer gesagt, den bekommen Sie jetzt nicht. Und ein Mann von uns wurde festgenommen. Darf ich Ihnen sagen, warum das ist unser Recht darauf? Ich kann Ihnen sogar sagen, warum Sie an dem Tag den Durchsuchungsbefehl nicht in die Hand bekommen haben. Das Ding war, es wurde abgeklärt im Supreme Court mit einem Telefonat. Die haben das gemacht. Ich kann Ihnen das sagen. Und an dem Tag, kann ich Ihnen sagen, wurde gesagt am Telefon, wie machen wir das jetzt? Das Problem war, das Supreme Court hatte da keine Zeit. Es wurde dann das Dokument nicht übergeben, aber es wurde telefonisch sichergestellt, dass das Dokument existiert. Das war das Problem an dem Tag, dass wir ihm das nicht übergeben konnten. Ja, aber es gibt doch trotzdem nicht das Recht, eine unrechtmäßige Festnahme durchzuführen. Es war nicht unrechtmäßig. Kann ich Ihnen kurz was sagen? Doch, es war unrechtmäßig. Die Festnahme ist doch zweitrangig. Es geht doch darum, dass in eine Gruppe rein, nicht reingeschossen wird, sondern reingeschossen wird. Nein, nein, nein. Das ist geklärt, das ist das andere Ding. Es geht darum, wieso es überhaupt... Nein, nein, Henry. Klappe jetzt kurz. Es geht darum, dass die ganze Situation überhaupt nicht eskaliert worden wäre, wenn einfach mal von der Polizei aus vernünftig gearbeitet werden würde. Aber dann ist das einfach... Kann ich kurz was... Nee, wir hätten auch einfach ein Durchsuchungsbefehl. Weil wenn der Chief, Chief of Police, mit der Chefin vom Supreme Court verheiratet ist, und die sich hin und her einfach telefonieren, Schatzi, kannst du mal kurz bitte ein Durchsuchungsbefehl ausstellen für die und die Person? So ist das nicht gelaufen. So kann ich mir das aber gut vorstellen. Nein, da denken Sie aber falsch. So ist das schon öfters gelaufen anscheinend. Darf ich Ihnen ganz kurz noch mal erklären, weshalb wir diesen Durchsuchungsbefehl überhaupt bekommen haben? Darf ich Ihnen das erklären? Weil Sie Schüsse... Sie haben Schüsse gehört, die aber nicht... Nein, 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 das ist falsch, das ist falsch, das ist schon mal falsch. Das haben Sie uns doch selber noch gesagt. Darf ich Ihnen das sagen? Ich habe Ihnen an dem Tag gesagt, das mit den Schüssen hat nichts damit zu tun. Ich kann Ihnen Folgendes sagen, was passiert ist an dem Tag. Wir haben observiert aufgrund der Pflanzen, die da auf dem Dach waren. Wovon wir natürlich nichts wussten. Ja, davon wussten sie nichts. Und damit habe ich abgeschlossen, damit nichts zu tun gehabt. Es ist keiner hochgegangen, damit habe ich abgeschlossen. Sie haben mit den Pflanzen nichts zu tun. Nicht mein Problem. Das Ding war, es ist vorbeigekommen mit einem Motorrad. Zwei Leute, das habe ich Ihnen aber auch erklärt. Ja, zwei KTM. Genau, die sind an Ihnen vorbeigefahren. Und dann kamen aber nicht von der Hühnerfabrik, sondern von den Schienen an den Gleisen Schüsse. Und das hat mit Ihnen nichts zu tun gehabt. Das habe ich Ihnen nie vorgeworfen, dass die Schüsse von Ihnen gekommen sind. Die Schüsse kamen von einer ganz anderen Richtung. Und aus dem Grund habe ich dann die zwei KTM-Fahrer angehalten und habe gefragt, was ist da los? Haben Sie die Schüsse auch gehört? Dann haben die gemeint, nein, haben Sie nicht. Sie haben keine Schüsse gehört, aber jetzt kommt es. Sie haben an der Hühnerfabrik, wo Sie reingeschaut haben, Leute mit Langwaffen gesehen. Aber das können die doch gar nicht gemacht haben. Wir waren ganz hinten drin. Wie sollen die das gemacht haben? Man konnte weder von der einen Seite noch von der anderen Seite reingeschaut. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wir haben eine Beförderung gemacht. Passen Sie auf, wenn Sie dann Verdacht haben, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Dann hätten Sie Homnet einschalten können, zu jedem Fall. Aber zu uns wurde gesagt, da stehen 30 Mann in der Chickenfabrik schwer bewaffnet mit Waffen rum. Und das war der Grund, weshalb wir dann sie angehalten haben und gefragt haben, was ist da los? Das war nicht die Schüsse, die in Kombination, die kam von wo ganz wo anders. Das Problem war nur, wir sind dem nachgegangen und da war niemand. Ob das jetzt von Ihrer Richtung aus kam, das kann ich sagen, kam es nicht. Das kam von wo ganz anders, ja. Und wenn ich dann das hingestellt bekomme, dass da zwei Motorradfahrer vorbeifahren und mir sagen, da sind schwer bewaffnete Leute drin, 30 Stück, und sie kommen raus aus dem Gebäude, dann haben wir schon das Recht zu sehen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und wenn Sie sich dann so weigern... Ohne Langwaffen. Ohne Langwaffen. Ich hatte gar keine Langwaffen. Wie gilt das Gesetz zur Durchsuchung von Personen? Können Sie das einmal vorlesen? Soll ich das mal vorlesen? Oder sagen? Sie wissen es ja bestimmt. Durchsuchung von Personen, das kann ich mit einem... Deshalb gab es ja diesen Haft, diesen Durchsuchungsbefehl, deshalb hätte ich das nicht dürfen. Ja, aber dann muss man ja einen Durchsuchungsbefehl vorlegen können, oder? Den hätten wir vorlegen können, hätte das Supreme Court mehr Zeit gehabt, aber dafür kann ich nichts. Das muss ich Ihnen sagen, dafür kann ich nichts. Ja, aber das interessiert ja nicht. Ihr handelt aufgrund dessen, dass vom Supreme Court ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt wird. Nein, wir handeln dadurch, dass sie sich geweigert haben, dadurch es gab keine freiwillige Durchsuchung, das war das Erste, dann haben wir es ja angefragt. Und wenn wir das angefragt hatten, dann sind wir ja zu Ihnen und wir hatten das Ding vorliegen. Ich muss Ihnen sagen, aus meiner Sicht aus, ich hätte Ihnen das gerne vorgelegt. Also wäre ich an diesem Tag... Ja, aber das ist ja schön und gut, aber trotzdem wurde dann jemand verhaftet, ohne irgendwas vorzulegen. Und dann ist es ja komplett eskaliert. Er hätte trotzdem legalerweise verhaftet dürfen, dadurch, dass es vorgelegt ist. Uns wurde es nicht vorgelegt. Das stimmt schon, aber es ist eingegangen, wir hatten alles geklärt. Aber verstehen Sie, was ich meine, wenn ich Ihnen sage, dass man so keine Situation deeskaliert? Ich verstehe, was Sie meinen. An dem Tag hätte ich da die Verhandlung geführt, hätte ich Ihnen das vorgelegt. Auf jeden Fall. Dann hätten wir uns auch alle durchsuchen lassen, weil wir nichts dabei hatten. Das Problem ist nur, ich kann da nichts machen, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der das anders führt. Das kann man auch nicht sagen. Dann würde ich Ihnen mal Gedanken machen mit dem Vorgesetzten. Und ich sage es Ihnen jetzt so, wie es ist. Ich bin offen und ehrlich. Von mir aus, wir werden Gerichtsverfahren durchziehen. Und von mir aus nehme ich sämtliche Bewusstlose, also Mord ersten Grades, wo da lagen, auf mich. Und wenn ich dachte, 1500 Monate im Knast sind. Das ist mir Sacki wie Jose. Hauptsache einer von den Cops, bei dem rollt der Kopf. Ich will da einen Kopfrollen sehen. Wird er nicht, wird es nicht. Guck doch mal Xtray19, der jetzt beim PD ist, der ist doch wieder eingestellt worden. Das ist alles spät zur Wirtschaft, genau wie beim Kurt. Ich verstehe noch nicht, was Sie damit bezwecken wollen, wenn jetzt ein Kopf rollt. Was wollen Sie damit bezwecken? Ganz einfach mal, dass das PD nicht immer ungeschoren davon kommt. Weil das war an dem Abend zwar eine Scheißaktion. Ich habe es vielleicht ausgelöst, aber Sie waren auch nicht unschuldig daran. Ich meine jetzt nicht Sie persönlich, ich meine allgemein das PD. Ich muss Ihnen aber sagen, es war immer noch nicht die beste Lösung, in der Menge eine Waffe zu ziehen, weil damit haben Sie Ihre ganzen Kollegen in so eine Situation reingezogen. Ja und deswegen sage ich ja, ich nehme auch alle, von mir aus nehme ich das alles auf mich. Was ist das für eine Entschuldigung? Ich gehe von mir aus Ewigkeiten in den Knast. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich will einen Kopfrollen sehen beim PD. Aber wo ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es noch immer nicht. Was wollen Sie damit bezwecken? Weil es genauso viele Fehler vom PD gab, wie von meiner Seite. Und ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin am Abend noch zu meiner Familie reingegangen und habe mich entschuldigt, dass das keine gute Aktion von mir war. Gucken Sie mal, der eine Officer hat in der Zelle noch jemanden von uns niedergeschossen. Und er arbeitet immer noch im PD. Dann kommen die Anwälte zu uns in dem Gefängnis. Die werden im Gefängnis festgenommen und haben einen Haftbefehl gehabt und durften uns noch nicht mal vertreten. Ja, aber das ist ein ganz anderer Fall gewesen. Ich kann Ihnen sagen, ich war an dem Tag auch anwesend, wo die festgenommen wurden. Das war ein komplett anderer Fall. Wir wissen, warum es ging und das ist auch unter aller Sau gewesen. Aber da muss ich sagen, das ist nicht PD-Sache, was da passiert ist. Wir gehen nur den Forderungen nach, die wir uns gestellt werden. Und wenn dann vom Court auskommt, da ist eine Festnahme oder sonstiges, dann müssen wir dem durchziehen. Da können wir nicht viel machen. Aber Herr Officer, verstehen Sie mal richtig? Weißt du, ich wurde schon mal in der PD-Zelle niedergeknüppelt. Was hat der Officer bekommen? Ja, alles gut, alles gut. Warum wurden Sie niedergeknüppelt in der PD-Zelle? Nein, wunderschöne. Aber wir haben uns schon einmal durchgeknüppelt. Wir haben uns einmal durchgeknüppelt. Dann habe ich zu dem gesagt, ich habe mich jetzt nicht noch ein Tierbeschmerz. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ihr reinkommt, dann hau ich. Und dann bin ich zum Gitterstegen gesprungen und dann hat er mich mit einem Schlagstoff niedergeknüppelt. Dann war ich mit einem Anwalt vor Gericht, das mussten wir außergerichtlich klären. Und er ist freigesprochen worden. Dann an dem Tag, was in der Hühnerfabrik war, der liegt da. Erst wurde er getasert und danach wurde mit einer Schusswaffe geschossen. Und was ist? Der Officer ist immer noch im Dienst und hat auch keine Strafe bekommen. Und das kann nicht sein. Und was ging es? Er wurde getasert und dann was? Und dann wurde er noch angeschossen. Und dann wurde er gleichzeitig noch mit einer richtigen Waffe angeschossen. Ja, weil im selben Moment das abging, wo dann alle Waffen... Also da kamen zwei Leute und die Waffe gezogen. Es wurde schon geschossen zu dem Moment. Und dann gab es nur noch Chaos da drin. Nein, 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 nein. Das war im PD in den Zellen. Nein, das war in den Zellen. In den Zellen. Er war doch schon eingesperrt. Und er wurde angeschossen. Aber sicher nicht mit Absicht, oder? Er wurde erst getasert und dann wurde er angeschossen. Wahnsinn, Herr Redding. Das ist doch scheißegal, ob mit Absicht oder nicht. Das sollte man sich Gedanken machen. Ich sag Ihnen so, das ist unfair. Das muss ich Ihnen sagen. Es ist leider so. Auch im PD läuft nicht alles reibungslos. Es gibt immer Unfälle. Ja, aber dann frag ich mich, warum gibt es nicht Maßnahmen oder auch mal Strafen dem PD gegenüber, wenn solche Leute wirklich mal Fehler machen? Das können Sie nur machen, wenn Sie vor Gericht dann mitziehen. Ach, fragen Sie doch mal, Herr Redding. Ich hab doch den Film, das war den Film, den ich angezeigt habe. Immer in LKW mit dem Gezeichen. Immer in LKW. Immer in Zusammenhang mit, wie sieht die Strafakte aus, es wird ja dem alles vorgelegt. Es ist ja immer so die Frage, wem wird mehr geglaubt, was ist richtig, was ist falsch. Ja, dann gewinnt PD immer, weil PD wird immer mehr geglaubt. Nein, es liegt immer im Betrachter vom Richter. Und wenn der Richter das so sieht, dann können wir da nichts machen. Es gibt sicher Leute, die vielleicht schon falsch verurteilt worden sind. Sowas gibt es, das ist ein Fehler. Ich dachte, das regt mich nur auf. Naja, Sie müssen sich nicht aufregen, hier mit Ihnen zu reden. Aber Sie reden hier mit einem Thema rum, mit dem ich leider nichts zu tun habe. Ich bin hier als Polizist. Dann gehen wir aufs andere Zimmer zurück. Das ist meine abschließende Worte, die, wo ich vorhin schon gesagt habe. Von mir aus nehme ich, weil ich die Situation eskalieren lassen habe, ja. Dadurch, dass Sie auch angefangen haben, mit keiner guten Deeskalation. Ich nehme alles auf mich, aber ich will einen Kopfrollen sehen beim PD. Und dafür werde ich sämtliche Anwälte nehmen. Und da werden meine Leute sämtliche Anwälte nehmen. Und wenn wir jeden einzelnen nur an dem Abend dort war verklagen. Ich will einen Kopfrollen sehen. Aber ich muss Sie mal ganz kurz fragen, wegen was wollen Sie verklagen? Sie brauchen einen Punkt dazu. Ja. Da waren unbewaffnete Menschen, auf die geschossen wurden. Peter, sag nicht zu viel. Tu dir einen Gefeind, sag nicht zu viel. Naja, ich habe da eigentlich nichts mit zu tun in dem Fall, aber okay. Wenn Sie meinen. Doch, weil Sie haben eine Menge mit reingehalten. Ich habe Ihnen den Grund genannt, da wurden auf unbewaffnete Menschen geschossen. Wenn Sie das nicht als Grund sehen. Wenn Sie das nicht als Grund sehen. Wenn Sie das nicht als Grund sehen. Plus, habe ich von mehreren Leuten gesehen, dass sie dann noch weggezogen wurden bei Erste-Hilfemaßnahmen. Also auch nur runterlassen, Hilfe leisten. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch hier stehen kann. Sie hat mich an dem Tag fast umgebracht. Ich wäre mein Helm nicht da gewesen, immer auf meinen Kopf geschossen. Ich wäre weg gewesen. Überlegen Sie mal ganz genau, was Sie gerade reden. Ja, ich stehe dazu. Darauf brüsten Sie sich, nachdem Sie Leute in Deckung unbewaffnet wegnehmen. Ich stehe dazu. Ich habe mich schon bei meinen Leuten entschuldigt. Ja, das Problem ist, die Leute waren nicht unbewaffnet. Hören Sie mal kurz zu, die Leute waren ja nicht unbewaffnet. Es haben Leute Waffen gezogen und wir haben nur noch geschossen. Nein. Die waren unbewaffnet. Es saßen Leute unbewaffnet, verzweifelt in Deckung, wo jeder Officer eine Waffengeilheit hatte und nur noch reingehalten hat. Das war ein Spray in die Menge. Leute, die hilflose Entdeckung sießen. Ohne Waffe, ohne sonst irgendwas. Ich kann Ihnen gerne mal meine Bodycam-Aufnahme vor Gericht zeigen, was da alles drauf ist. Ja, das können wir alles vom Gericht kennen. Genau. Und wenn Sie das sehen, dann sieht es schlecht für Sie aus. Ja, das sehen wir ja dann. Das sehen wir ja dann. Ja, das sehen wir ja dann. Darf ich Ihnen mal was sagen? Aber wissen Sie, was ich krass finde? Jedes Mal, wenn ich jemanden anhalte, von Ihnen wird rumgemeckert. Das ist unglaublich. Also letztes Mal, deshalb kam ich ja auch aufs Thema. Ich mecker nie rum. Nein, 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 nicht wegen Ihnen. Das Thema haben wir jetzt aufgegriffen. Aber jedes Mal, wenn ich jemanden anhalte, kommt der mit dem Thema. Ach, Sie sind ja der Poly. Ich denk mir so, macht das doch einfach vor Gericht, wenn ihr ein Problem mit habt. Ja, ich sag ja gar nichts. Ich sag ja gar nichts. Ich sag Ihnen nur aus meiner Sicht, wie ich dazu stehe. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde, dass unsere Jungs das richtig gemacht haben, in dem Moment. Genau. Und dazu stehe ich. Dann kann ich ja aussagen, dass ich das richtig gemacht habe, oder? Großen Applaus. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben es falsch gemacht. Aber Sie haben es falsch gemacht, ohne Sie das nicht ausprobieren zu wollen. Ja, aber in dem Fall, wenn Sie es nicht einsehen, dann zähle ich es auch nicht ein. Wie wäre es damit? Vielleicht wäre es besser gewesen, dass Sie gelegen wären. Wenn Sie das meinen. Ich bin jedenfalls sehr stolz drauf, dass wir da immer noch gestanden sind aufgrund der Sache. Kann ich mal irgendjemand auf Catalina Island fahren, mir wird der Clown zu blöd. Alles klar. Ja, ich muss auch rüber. Auto. Alles klar, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ebenso, wir sehen uns vor Gericht. Jawohl, tschüss. Ähm, könnte man schon... Mimimi, ja gut nach. Ja, das ist so eine Mimimi. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Darf ich nur eine Frage stellen? Ja, bitte. Kannst Sie nochmal was fragen? Ja. Mein Urus ist weggeklaut worden. Ich war vorhin in dem Café. Wir hatten ja auch Nachzeichen. Ja, da müssen Sie zum Pd. Ja, ich habe ja Dispatch gemacht. Aber ich habe keine Reaktion bekommen. Äh, Sie haben Dispatch gemacht und waren Sie... Was haben Sie hier gesendet? Darf ich mal fragen, was? Ich habe reingeschrieben, dass mein Urus anwendet wurde, hier am Hauptplatz Café. Da sind wir mal kurz 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 gucken, was... Mit dem Kennzeichen nervt nur. Ja, warten Sie. Und jetzt war ich hier in der ganzen Stadt schon, gucken. Ich war bei den Mechanikern, bei der Wache auch nicht, weil wir haben... Ne, also ich habe... Der Dispatch wurde angenommen. Ich sehe dann nur einen anderen Dispatch, aber nicht von Ihnen. Ja, richtig. Angenommen wurde er, aber ich habe keinen Rückruf bekommen, weil wir haben ja hier... Wie heißt das jetzt? So eine Hochzeitsentführung gemacht. Warte, wie viel... Was fehlt genau? Mein Urus. Urus? Ja. Okay, warten Sie mal ganz kurz. Äh, King4, ich brauche nochmal kurz Hilfe. Da hat jemand einen Dispatch zu einem Urus gesendet, aber es kam anscheinend keine Patrol. Der Dispatch wurde angenommen. Ja. Ja. Link58 war im Ocean. Ich schweif von nix. Adam14 weiß auch nichts davon. AdWords17 war die ganze Zeit im Mission, aber weiß auch nichts davon. Er hat vorgewiesen und so weiter. Ähm, wurde nichts weitergegeben. Ja moin. Toll. Und was mache ich jetzt? Was ist genau passiert ist, der ist einfach weg gewesen, geklaut einfach. Also wir waren ja in dem Café, wir haben ja die Braut entführt. Mhm. So, wir saßen da mit Anna, mit Sydney, Jenny und ich saßen im Café, haben uns dann halt hinter der, äh, ja es hat jetzt hinter die Theke versteckt, weil wir ja die Entführung gespielt haben. So, und haben gewartet. Und als wir dann wieder rausgegangen sind, weil wir ja da fast eine Stunde drin gesessen haben, bin wir raus und mein Auto war weg. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, wenn wir dann Dispatch oder sonst was bekommen, anscheinend. Also, mein Dispatch wurde auf jeden Fall angenommen mit dem, äh, mit meinem Urus. Ja, das könnte ich dir wünschen. Gute Nacht. Tschüss. Warte mal so. Ne, also, ich hab wirklich leider keinen Dispatch bekommen von Ihnen. Also wirklich nichts. Ja, also auf jeden Fall wurde er angenommen. Und wie viel Uhr haben Sie denn Dispatch gesendet? Oh, das ist jetzt mindestens eine Stunde. Eine Stunde oder anderthalb? X-ray 11 ebenfalls. Okay, ich, äh, könnte es uns nur mit einem Kennzeichen abfragen und das uns eintragen. Das ist ja die einzige Möglichkeit jetzt. Okay, ich war schon bei den Mechanikern. Haben Sie mal ein Kennzeichen für mich? Äh, nerven. Oh, nein. 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 So, wie kann ich, äh, Kennzeichenbau jetzt. Nerv nur. Ich will mal kurz einen Aggregion ausleihen. Äh, schlecht. Wenn wir mal auch dran gehen. Nerv nur. Ja. Mhm. Violett schwarz ist das Fahrzeug? Ja. Ja. Jetzt gleich kann es uns durchgehen. Äh, wurde geklaut, ähm, 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 Ding hier vorne am Café. Genau. Ich hab das nämlich an der Stunde anderthalb. Ich hab den da am Café, äh, wenn man da hinten lang fährt. Ist doch so ein Parkplatz. Da hinten hab ich den geparkt. Auf dem Parkplatz. Mhm. Auf dem Parkplatz ist es beim Café, jawohl. Genau. Also, ähm, nochmal zu Ihnen auch so, falls Sie ein Problem haben wegen Polizei und so. Ja. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie das alles einfach richtlich machen, weil ich, wie schon gesagt, ich werde jeden Tag von Ihren Leuten angesprochen drauf und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil ich glaub, das bringt sich nichts. Ich sag das. Alter, guck mal. Ja, das ist klar. Also, ich bin ja auch wirklich der Einzige, der sich jetzt hier mit uns hingestellt hat und mal da offen drüber geredet hat. Das finde ich auch klar. Das Ding ist, ich versuch immer mit den Leuten so ein bisschen zu reden drüber über das Thema, aber das Ding ist halt, dass, äh, manche Leute es nicht einlöst sind. Echt? Okay. Ich hab bisher noch keinen gesehen, der auf dem Film gekommen ist oder so. Ja, Sie müssen auch verstehen, es ist vielleicht grad so ein schlechtes Klima, viele trauen sich das vielleicht nicht. Ich mein, ich muss ja auch drüber nachdenken, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ich denk mir nur so, ich möchte deeskalierend sein. Ich möchte eigentlich nicht gegen sie irgendwie vorgehen oder irgendwie eine Art Krieg oder was entzetteln. Auf das hab ich gar keine Lust. Nur darum, auch aufzuklären, aber manche Leute verstehen auch unsere Seite nicht. Das ist das. Es sollte mal so eine Kampagne sein, wo man sich einfach mal so ein Fest, jetzt einfach mal am Hauptplatz so ein Fest wär doch cool, wo jeder mal da hinkommt und einfach mal alles kennenlernt. Das wär doch mal was nice. Wär doch cool. Sagen Sie auch mal Ihrem Kollegen, er soll nicht immer so gleich, ich sag mal, ausfallend sein. Können auch normal reden. Ja. Da werde ich ihm ausrichten. Das bringt sich ja auch nix. Weil, ich bekomme vor, er geht ziemlich schnell auf 180. Ich bin ja am dem Tag schon geschossen. Dann merk ich schon, er geht ja hier auch auf 180. Er ist einfach nur informativ an die Einheiten im County, da wir momentan eh zu wenige Einheiten sind, die auf der Straße sind. Ich weiß halt nicht was, weil ich denk mir so, ich stell mich hier hin, ich red mit den Leuten und dann heißt es hier, wenn Köpfe rollen und was weiß ich alles. Wenn man mal die Gelegenheit hat zu reden da und da. Ja klar, klar schon, aber man kann es ja normal auch. Man kann es normal auch formulieren, aber es ist halt ein Frust, wo es zusammengestaut ist. Von dem frisst er sie, weil sie jetzt los sind und mit uns reden. Und dieses dauerhafte Anschuldigen, auf das habe ich echt keine Lust. Also ich möchte das einfach ganz normal klären. Man kann es ja auch von wie ich kennen, wie auch gesagt. Ist nicht das Problem, aber es ist halt, ich sage es so wie es ist, es war an dem Tag wirklich einfach dumm, was passiert ist. Von beiden Seiten. Ich habe ihm gesagt, von meiner Seite aus, ich möchte jetzt nicht meinen Kollegen ansperzen, von meiner Seite aus hätte ich ihm einfach dieses Dokument vorgelegt und fertig wäre die Sache gewesen. Dann hätte es kein Wenn und Aber gegeben und fertig ist. Aber wenn der Kollege sagt, nein, wir haben das vorliegen, dann muss ich dem Folge leisten, wenn der über mir ist. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, nein, das mache ich nicht. Wir müssen ja nur das machen, was der Chef sagt. Ich meine, das ist von beiden Seiten aus dumm gelaufen, aber ich finde, man soll jetzt auch nicht da noch wochenlang hinterherrennen. Ne, soll man auch nicht. Aber so kommt es halt vor. Wie gesagt, letztes Mal Anhaltung, wurde ich auch wieder darauf angesprochen. Ah, sie sind doch der, der alle niedergeschossen hat und dies, das. Adam 14 trennt sich in Edward 14 und Wookiee 15. Ich bin nur manchmal fisch. Edward 14 bleibt dann 8, Wookiee 15 geht. Dann hieß es ja, wir haben von Angst. Die hieß das. Müssen sie Angst haben. Ach Quatsch. Nein. Nein, nein, um Gottes Willen. Ja, ich habe an dem Tag ja schon was mit dem verloren. Ist ja nicht so. Die Kugel ging ja fast in der Himmel. Ja, nicht nur sie. Nicht nur sie. Da hatten wir alle, es hat sich Glück gehabt. Sie werden, also ich weiß nicht, es wird ja wahrscheinlich dann noch was geben vor Gericht, hat er ja gesagt. Dann werden sie auch meine Bodycam sehen und werden sie sehen, dass der Herr wirklich gezielt aus der Menge raus auf meinen Kopf geschossen hat. Und da ging es dann einfach nur noch um Leben und Tod. Und dann hat man einfach nur die Kugeln fliegen gesehen, man hat nichts mehr anderes gesehen. Richtig. Es gab nur noch Kugeln. Was willst du machen? Man hat auch dann teilweise ja auch nur Sekunden Zeit, um wirklich zu entscheiden. Ich meine, ich bin froh, dass überhaupt noch ein paar Leute da aus dem Kugelhagel raus sind, rechts rüber gelaufen sind. Das war, ich sag mal, das einzige Positive, dass die da raus gerannt sind. Aber in dem Moment, du weißt halt nicht mehr, wo du hinschießt. Ich wäre eigentlich auch aus dem Weg gelaufen und habe direkt in den Lauf geschaut und kann mich an nichts mehr erinnern. Ich kann Ihnen sagen, mein eigener Kollege ist vor meiner Waffe gerannt. Was soll ich sagen? Ich habe in dem Moment, wo ich dann nur geschossen habe, der Kollege ist einfach reingerannt und war auch weg. Aber was will man machen? Es war Chaos. Es hat keiner drauf gedacht, dass das was passiert ist. Es war perfekt formuliert Chaos. Das war schwieriger Chaos-Situation, glaube ich nicht sein. Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass vorher, wie Sie sagten, die Pflanze wohl da gewesen sind und wir wussten das noch nicht mal. Und dann natürlich auch. Ich meine, ich hätte sogar aufgrund diesen Verdachts der Pflanzen natürlich auch schauen können und sagen können, ja, ich schaue mal rein, was ist los. Aber das habe ich Ihnen ja gar nicht angezweifelt, dass es an den Pflanzen liegt. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Pflanzen standen da? 40, glaube ich, waren das an dem Tag. Ja, sehen Sie, wenn wir da mit 20, 30 Leuten waren, dann die Pflanzen dann stehen würden. Nee, es hat auch keinen Sinn gemacht. Es hat auch keinen Sinn gemacht, weil sie offensichtlich da hingegangen sind. Und deshalb, es war einfach schlechtes Timing auch, was da abgelaufen ist mit dem Ganzen. Aber ich weiß auch bis heute nicht, ob das stimmt, ob der vorbeigefahren ist und sie nur gesehen hat und sie angeschwärzt hat mit diesen, da sind Leute mit Waffen drin. Waren das vielleicht, wenn Sie sagen, es waren jetzt mal so logisch gedacht, wenn es doch zwei Leute auf dem Motorrad waren und es waren 40 Pflanzen. War das nicht vielleicht, dass das die Ehrenpflanzen waren? Ja, deshalb haben wir auch gedacht, dass die das vielleicht auch sind und damit was zu tun hatten, aber wir haben die angehalten aufgrund der Tatsache, dass Beschüsse gehört haben. Aber umso mehr würde es mich wundern, wenn sie sagen, es sind ganz zwei drin gewesen und die hätten sie nicht sehen können, wie die dann drauf kommen, dass da 20 Leute drin stehen mit Waffen. Ich weiß es nicht. Also das hat mich wirklich interessiert, was da passiert ist an dem Tag, weil ich weiß bis jetzt nicht. Ja, wir haben eine Beförderung gehabt, wir haben halt gefeiert und dann wollten wir danach Catalina weiterfeiern, aber so weit ist es ja nicht gekommen. Ne, also da hätte ich halt auch noch mal gern gewusst von den Personen, wenn die das ausgesagt haben, dass die noch mal dazu eine richtige Stellung abgeben, weil wir haben die halt angehalten am Motorrad und dann sagen wir uns das und dann sind natürlich die Alarmglocken groß, wenn man hört, mit langen Waffen stehen da Leute drin, 20 Stück. Man weiß ja nicht, was passiert, man weiß ja nicht, was da abgeht. Ja, das stimmt. Aber mit meinem Ohr muss ich jetzt einfach warten? Ich gebe das durch. Okay, danke schön. Aber sagen Sie bitte dann im Dispatch oder rufen Sie an, wenn Sie den wieder gefunden haben oder sollten Sie den von der Versicherung abholen, ich weiß ja nicht, was Sie machen. Ja, ich suche den jetzt noch ein bisschen, vielleicht habe ich ja Glück und finde den noch irgendwo. Ich gebe das mal ruhig, ja. Gut, wünsche ich noch einen schönen Tag, ne? Dann gleichfalls, dann einen ruhigen Ruf noch. Ciao. Dankeschön. Ich bin jetzt nochmal weg. Ciao. Schlaf dir. Ich habe mir gedacht. Ich glaube, der steht unten in der C-Scarat. Ah, da. Ja. Dann gehe ich das mal durch, der U-Bus. X36 hat den runtergestellt, damit er nicht geklaut ist. Alter, vielen Dank, Michelle, für 200 Eurem Sofort. Ja, danke. Warte ganz kurz. Ich gebe das mal schön durch. King4, ein schwarzer Urus wurde anscheinend vor einer Stunde vor dem Café am Hauptplatz gestohlen von Steffi White mit dem Kennzeichen Nervnur. War es ein schwarzer Urus oder ein matt-schwarzer Urus? Laut Steffi White soll das ein schwarz-violetter Urus sein. Da wurde ja auch ein Dispatch abgeschickt dazu, oder? Ja, dem bin ich jetzt gerade auf den Grund gegangen nach dem Gespräch. Anscheinend wurde vor einer Stunde ein Dispatch abgesendet, aber keiner weiß was davon. Ich weiß auch nicht, ob ich da gerade angelogen wurde. Wir hatten vorhin einige offen, aber da stand nichts von dem Urus geklaut, Mann. Ich hatte auch gerade nochmal ein Gespräch mit Mitgliedern vom Quartell am Hauptplatz. Da geht es anscheinend um irgendeinen Polizist, also bald mal die Köpfe rollen vor Gericht. Keine Ahnung. Tschau. Schönen Feierabend. Da kam was raus. Ja, das ist schon sehr komisch die Situation. Aber wie gesagt, ich hatte vorhin die Dispatch durchgeschaut, da war nichts mit einem Urus erkennlich. Ich habe nichts zum Essen dabei, es ist schlecht. Ich muss was essen, Alter. Aber ey, der eine vom Kartell ist ja echt Mimimi, ne? Der kann ja nicht normal reden, so. Man kann ja ganz normal miteinander so reden, auch aus dem Kopf, weil wenn sie schon sagen, ich bin der Einzige, der mit denen redet. Ich habe ja kein Problem mit denen zu reden, so. Ähm. Aber, dass dann immer so dieses, dieses, wisst ihr, was ich so hasse über dieses, was ist denn gerade? Dieses, dieses Schuld zusprechen, so. Das ist das Ding. Ich mir so denke, warum muss man sich immer so die Schuld zuschieben, weil wir haben ja an dem Tag wirklich nichts gemacht, außer nur noch geguckt, dass wir da wegkommen. Das war halt in der Gruppe. Und sobald einer, also es ist auch so, sobald einer schießt in der Gruppe, das war ja eine riesengroße Gruppe. Wir wussten ja alle gleich angezogen, Gang, alle dasselbe, es ist deren Outfit. Dann hast du Schussfreigabe, es ist egal, weil dann ziehen ja die anderen auch die Waffen mit. Und das war an dem Tag halt, ne? Und es wird halt vor Gericht, wird es für den schlecht aussehen, weil der zuerst geschossen hat, aus der Mitte raus. Und das wird sehr schlecht, also der wird richtig lang sitzen. Weil ich schätze mal, dass der dafür auch verantwortlich gemacht wird für das Chaos, da bin ich ganz sicher. Wie ihr gesagt habt, ist es scheißegal, was der Köpfe rollt, aber da werden wir noch schauen vor Gericht, was da noch dabei rauskommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Klingt dann wieder sehr nett. Ihr habt ja andere Emotionen. Ja, das stimmt schon. Super. Aber, ähm, ich denke mir so, ich bin, ich bin ein Cop, der mit den Leuten auch reden kann. Hast du eh gehört? Es kredet keiner mit denen. Und dann komme ich schon her und bin so nett und traue mich das, dass ich mich da hinstelle. Alleine auch noch dazu. Und dreht halt mit denen, ne? Aber das ist immer dieses Schuldzuschieben. Äh, die Cops sind schuld, die Cops sind schuld. Ich muss euch ehrlich sagen, die Cops auf RLO sind, sind, wenn du das vergleichst mit anderen Servern, wirklich top. Also das kannst, also es ist wirklich krass, was die an Leistung bringen und sich auch an die Gesetze halten, natürlich. Ich meine an dem Tag hätte ich einfach, wenn die das verlangt hätten, auch wenn es Zeit gekostet hätte, ich hätte an dem Tag einfach wirklich dieses Dokument gebracht. Auch wenn wir das schon hatten, ich hätte es einfach vorbei gebracht. Einfach nur, um denen sicherlich zu zeigen, es ist unterschrieben, es ist fertig. Weil sonst kannst du ihnen ja alles erzählen, ne? Das ist das Ding. Und das hatten die an dem Tag einfach nicht. Und das war das Problem, was die halt hatten, ne? Warum dann das ja auch so ein bisschen eskaliert ist. Muss halt auch beide Seiten klar verstehen. Und ich halt an dem Tag hätte ich einfach das Dokument gegeben, fertig. Dann hätten die nicht rumgeholt, ja, Dokument hier, Dokument da. Dann hätte ich das einfach erledigt gehabt, ne? Verstehe ich halt auch nicht, warum mir... Das Discord hatte zwar keine Zeit, aber dann schwieg ich jemanden, die holte ich ja das Dokument ab. Aber an dem Tag wurde das so durchgegeben, scheiß drauf. Äh, wir haben das Dokument, es ist da und da muss ich auch nichts vorlegen. So auf so Art und Weise. Aber das ist halt auch nicht so geil. Es wurde ja trotzdem angefragt und das Dokument war ja da und... Ja, schauen wir mal, wie es vor Gericht ausgehen wird. Weil wir hatten ja, äh, die Suchungsbefehl, haben wir ja geholt. So, wir gehen jetzt mal die Dings ausziehen. Bitte, wir gehen jetzt mal 10-7. King4107. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Und dann, äh, schmeißen wir uns ein bisschen mit Jens in die Kiste, hätte ich gesagt. Jawoll. Okay. Dieses Mi, 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 das hasse ich. Wie die Pest, wenn jemand kurz vorbeulen ist. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Bitte heulen Sie mir nicht voll. Bitte nicht vollheulen, danke. Mi, 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 Mi. Nee, das ist einfach wirklich so. Also, äh, manchmal denke ich mich. Bruder, es ist Gott sei Dank nur RP. Ich hoffe, dass es in real... Ich hoffe, dass... Weißt du, was ich einfach mal hoffe? Wenn die so abgehen in die RP, ich hoffe wirklich, dass die das so gut IC machen, dass sie es nicht OOC nehmen. Ich hoffe es wirklich. Weil, wenn ich dann so Mi, Mi, Mi mach, mach ich natürlich, äh, Mi, Mi an Charakter, nicht an den in real life. Weil es gab schon Situationen, kann ich euch erzählen, ähm, da hat jemand etwas OOC, äh, genommen, nur weil ich IC, ähm, mit dem Charakter bisschen was gemacht hab, war der OOC mad auf mich. Und das ist halt auch nicht schön. Man soll jetzt niemals IC, OOC vermischen, ne. Wenn ich, wenn ich mich über jemanden lustig mach oder so, meine ich das natürlich nicht OOC, sondern IC Charakter. Das ist halt, das checken leider auch viele nicht. Bär Bär. Da darf man auch nicht zu dingstel sein. So. Dann will ich sagen, geht's mal los. Ich lese gleich vor, Leute, aber wir schmeißen uns gleich mal auf den Server. Aber der Charakter vom, vom, ähm, also der Charakter, der jetzt vor mir stand, der sich so, so, der so pisst war. Also den kann ich mir immer P gar nicht, ne. Ich kann mit gar nicht umgehen, gut. So. Einmal raus. Einmal raus, aber schnell. Gut. Rein in die Olga. Auf Rage. Ich hoffe, ich crash heute nicht weg. Letztes Mal öfters mal weggecrashed. So. Michelle, ich grüße dich. Jetzt erst kann ich mal die 200 Euro vorlesen. Michelle, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, Michelle. Liebe und Kuss geht raus an dich, Michelle. Vielen, vielen, vielen herzlichen Reiz da. Wirklich. 200 Euro Superchat, meine lieben Damen und Herren. Hauen wir doch mal einen Herzring raus. Oder hauen wir doch mal einen raus. Und Leute, lasst ein Like da auf die 8k Likes, aber los geht's hier. Auf die 8k Likes. Auf die 8k Likes. Auf die 8k Likes. Los geht's. Schau mal raus hier. Oh, GTA war geaggressiert. Super. Hey, Earth. Hey. 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 Das will ich gleich wieder nachvollziehen an dem Tag, wegen diesem Dokument. Das ist das, was mich auch ein bisschen getriggert hat. Dass sie nicht einfach dieses blöde Dokument vorgezeigt haben. Weil dann wäre alles, finde ich, von der Polizei richtig gelaufen. Also das einzige, was sie denen vorwerfen können ist, dass das Dokument, auch wenn das existiert hat, zu dem Zeitpunkt, aber propre. Ganz ehrlich. Ich hätte mich an dem Park herangesetzt, die Hätte ich da, die Leitung gehabt und hätte gesagt, komm, schick mir mal das Dokument her. Fertig. Hätte ich einfach gemacht. Aber wenn dann gesagt wird von Chiefs Ebene, ja, ähm, wir haben das Dokument und wir kacken letztlich mit denen rum, dann muss ich dem auch nachgehen und muss die festnehmen. Ist halt so. Aber sonst muss ich sagen, also, dass der geschossen hat, das war das Ding gesagt, aber Esel, was er selber schuld hat, habe ich auch gesagt, ja, wenn ich schieße, ist es halt sein Ding. Äh, Lolxjorden. Mit 5 Euro und Fies, Achtung, Flachwitz. Warum fallen manche Bilder von der Wand? Sie kennen die Rahmenbedingungen nicht. Da geht auf jeden Fall Kuss raus. Creator-Later-Clip, Met-RP-Echse. Das feier ich. Wie gesagt, ich hoffe, dass die OOC das nicht mitnehmen. Das hoffe ich immer. Dass die immer nur E-Ziel-Made sind und nicht OOC. Gab's doch auch schon Leute, die sind OOC aufs PD-Made. Die nehmen das wieder mit, dann hassen die die alle und das ist auch nicht gut. Ich will bei RLO, kennt ihr diese ganzen Server, wo diese ganzen Streamer drauf spielen, wo die einfach OOC sich alle hassen, kennt ihr das? Also, ich glaube, ich glaube, ihr wisst, von welchen Servern ich gerade rede und von welchen Streamern ich gerade rede, wo sich die Leute real life hassen, weil sie in einem Spiel Streitigkeiten haben. Und das ist was, was ich bei RLO vermeiden möchte. Deshalb haben wir auch im Regelwerk, nehmt niemals OOC mit, äh, I-C mit nach OOC, dass ihr da euch gegenseitig hasst oder so habt euch alle lieb. Es ist nur ein Spiel. Und ihr kennt dieses Server, es ist, das ist RLO, wir wollen das nicht. Das ist ganz schlimm. Dann hassen sich die Leute einfach so, das ist, das verstehe ich bis heute nicht, wie man das kann. Zum Beispiel, beste Beispiel Steffi, Alter, die könnte ich manchmal echt einen Arschschritt geben, so von, also die war heute richtig nett, aber sonst manchmal echt, wenn ich grob bin, mit dem Bus damals, hätte ich ja so einen Arschschritt verpassen können. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist halt ein I-C, mein Gott. Juckt mich OOC 0, was da im Game passiert. Und auch das mit dem Kartell, was da passiert ist. I-C, OOC ist mir das egal. Da habe ich kein Problem mit dem oder so. Aber deshalb, ich verstehe das nicht, wenn Leute sich so gegenseitig hassen anfangen, nur weil sie I-C nicht miteinander klarkommen. Ich weiß nicht. Muss nicht sein. So, ganz wichtig. Genau, das ist wichtig und richtig, das ist einblenden. Ich logge mich mal schön ein. Ich hoffe, das ist mein richtiges Passwort. Oh, ist mein Gott. Das ist mein richtiges Passwort, Alter. So, sind wir gleich mal rein. Da. Letzter Aufenthaltsort, Wine-Motels. Ah, super. Ich bin noch am Asche-Welt gespawnt. Ah, das ist ja toll. Das ist ja super. Da freue ich mich. Das ist ganz, ganz nice. Box Office. Geh mal einmal ins Fox Box Office. Das ist ja mal creepy gewesen. Das ist doch sonst keine Sau. Und ich spawn einfach hier. Ich habe so eine krasse Stream-Verzögerung, die sollten das gar nicht wissen, ne? Gut, ich muss noch mal gucken. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Ich muss da hin. Ich bin gar nicht da, Leute. Ich bin gar nicht da. Botgamer, 109, danke schön. Schöne Grüße, geht zurück. Michelle, danke nochmal für zweimal 50 Euro. Michelle, das sind insgesamt 300 Euro, die du mir vorhin gespendet hast. Vielen Dank, Michelle, wirklich. Ich hoffe, Michelle ist noch da. Es hat ein bisschen gedauert zu vorlesen. Da geht nochmal kurz raus. Aber du hast einen schönen Herzring bekommen, Michelle. Aber nicht so viel hier rausballern. Das sind 300 Euro nur von Michelle, Alter. Bruder, muss los. Vielen, vielen Reiz haben an Michelle an dieser Stelle. Also ich hoffe, ich komme jetzt zum Auto. Ich hätte irgendwie Bock, hier einfach ins Gangviertel zu fahren, Leute, um zu von ihnen. Jetzt habe ich Bock, einfach ins Gangviertel fahren. Ja. Am liebsten habe ich es ja, wenn ich so die die Ding ein bisschen verarscht. weißt du, die Gangs, ich war hin und sage so, ja, was ist der los? Was geht? Hörst du mal kürzer Zeit? Weil die, die Grove mag uns anscheinend nicht mehr. Da gab es den inzwischen, vor allem müssen wir mal gucken. Die konnte ich sonst immer gut leiden. So, Mandy Dirks von Augen 50 und vor 44 Minuten. Ich fühle mich so scheiße. Bist der Beste von Mandy Dirks. Oder habe ich das vorgelesen? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich dann so kacke. Wenn ich das nicht vorlese, Alter. Bist der Beste. Kuss geht raus in dich, Mandy. Mandy, die Guss geht raus. Wir schmeißen ihn gleich die Prügel raus. Ja, ja, hallo. Sag ja, ist der hier. Ja, hallo, der hier. Nur kurz gucken. Ich habe, ähm, so, Parkplatz, Kaffee. Mit meinem Tesla rum, weil der von selber fahren kann. Ich liebe den Tesla. Mein Lieblingsauto auf Grand. Holt euch den Tesla. Aber ist nicht mehr cool sicher, glaube ich. Ich habe das Model letzt gewechselt, oder so. Das ich ja jetzt mal probiert. So. Haben das Model wirklich gewechselt vom Tesla? Nee, ist dasselbe, oder? Müssten wir mal vergleichen mit dem, mit dem alten Tesla. Wobei, doch, mir kommt vor. Ach, vielleicht. Ich weiß nicht. Haben die gewechselt? Wenn wir zu meinem, äh, Grundstück. Zu meinem kleinen Stück kommt. So, Botgamer auch nochmal vielen Dank. Marcel, ah! Auf RLO wäre es schon wieder Überschlag gewesen. Nur eine Frage, wie konnten die aus einem Ferrari umsteigen? Der Kollege war doch so dicht dran. Äh, ja, ist halt zu dem Zeitpunkt passiert anscheinend. Die haben angehalten, so ein Ferrari rumgestiegen. Und der Kollege, der so dicht dran war, der war ja, ähm, der hatte ja Kopfschmerzen gehabt vorhin. Der hatte ja Kopfschmerzen gehabt. Schau, wer da ist. Ich glaube, das ist wer da von uns. Ich glaube nicht. Also, die Uhrzeit. Ich kann eh mal gucken. Ich glaube, die Uhrzeit bin ich allein. Okay, scheiße. Ah, da ja, vier Familienmitglieder sind da, oder? Mitglieder? Ich bin da. Ah, doch, sind ein paar da. Maximalist da. Spitzbube, Mitarbeiter. Spitzbube, also Neulinge sind da, äh, sonst. Probe Mitarbeiter, die können noch nicht in Funk. Das heißt, wir haben zwei Leute im Funk. Wow. Wow. Ah, Alter, wirklich jetzt. Ja, Gott sei Dank, habe ich eine Batterie dabei, ne? Habe ich nicht erst eine Batterie gekauft? Doch, nee. Gut, das Gute ist, ich wohne gleich nebenan. Das heißt, ich, ähm, ich wohne ja hier. Ne, nicht hier, hier in dem, hier wohne ich. Ähm, ja, äh, toll, super. Leider gibt es hier kein Skateboard. Wäre geil, wenn es das geben würde. Wäre nice, wenn es das hier geben würde. Jetzt kann ich hier alles hochbrennen. So, äh, Alpha, die Dankung von Euromax, die Dankung von Fünfer. Danke. Mein Arm ist gebrochen, das ist aber vorgelesen. Da auch immer gute Besserung. Chef aus Warson, danke für 1,90. Mandy Dierks, auch noch mit Zwanni, das ist das jetzt vorlesen, das tut mir sehr leid. Es dauert heute halt ein bisschen länger. Ein bisschen länger dauert es im Vorlesen. Tut mir leid, Leute. Es tut mir sehr leid. Master of Hardcore Germany, willst du sagen, in naher Zukunft öffnet die Burnshase oder nicht? Kann ich jetzt noch nicht sagen, pauschal. Das ist random, wenn wir die aufmachen. Auf jeden Fall immer Instagram checken und so und dann, oh, Leuchtschuh, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Oh. Mein Auto ist leider eh komplett eh wieder auf eh leer. Batterie. Wir hätten das hier umgeskinnt. Das ist neu. Mein Gott, ich hasse es auch. Wenn sie hier hinten eingestiegen, ich kenne das Problem. Ah, ne, ich habe keinen Führerschein mehr. Ah, nein, laber nicht. Ach, nee. Ach, nee, Alter, es muss wieder erhauen. Eben auch eine Frage. kannst du mich mal mitnehmen? Ich habe keinen Führerschein mehr. Mir gefällt. Ich müsste mal neue machen. Ja, wäre sehr lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Übrigens der Gast am schwarzen Kasten und bei der Brustdopfen. Ja, genau das hätte ich froh gehabt. Ich muss natürlich gucken. Ah, perfekt. Dann fahrt du los. So, Schwarzmarkt. Ah, oh mein Gott. Ich fang mir doch nicht damals. Oh, Schatzsuche möchte ich heute machen. Ja, schön. Sorry. Keine Ahnung, wo das sein soll. Warum ich dir so do... Was ist denn das hier? Schwarzmarkt, 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 Wo ist denn der Schwarzmarkt? Also, Black Market. Ich brauche einen... Auftragsmäheer, illegale Markt. Ah, das ist neu. Cool. Ich brauche einen Führer schon für 10.000, den kaufe ich mir. Polizeipapier, fähige Polizeidokumente, was kann ich denn da wieder hin machen? Du bist kein Gangster. Achso, Papier für Geld können wir kaufen. Luftverkehrslizenz für 40.000. Hallo. Aber gerne doch. Für 40.000? Sehr gerne. Jetzt hast du können Flugzeuge kaufen. Dankeschön. Auto, 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 Auto. Wollen wir die Sachen ab? Führerschein machen wir jetzt zum abholen und den Fluglizenzschein. Das hätte ich eh schon länger mal holen sollen, den Fluglizenzschein. Der war relativ billig für 40k. Ich möchte ein Paket abholen. Ja. Ja. Alles her. Warte, was ist das hier? Äh. Okay. Mir haben Leute Pakete geschenkt. Äh, schließen. Was ist das hier? Lesen. Pakete. Pakete. Der Text. Hi. Danke. Ah. Geld nehmen. Gerne. Shit. Wie. Was ist das denn? Nein, was ist, ich will das haben. Was ist das Geiles? Muss irgendwas loswerden. Kack, ich habe so viele Sachen dabei. Es hat ja so ein, ja gut, das Oberteil brauche ich jetzt nicht. Das lasse ich mal fallen. Ähm, was brauche ich denn noch nicht? Die Maske brauche ich jetzt nicht. Ich habe mir so, ich habe so viele Masken geschenkt. Die brauche ich alle nicht. Ach, die, was ist das? Ein Schieber Backpack? Das ist doch ein Schieber Backpack, oder? Ach, laber nicht. Was ist das? Oh mein Gott, was ist, was ist das? Ne, das ist ein fetter Hamster, ist das, oder? Wer hat mir diesen fetten Hamster da geschenkt? Was steht denn da drauf? Ein super Hamster. Oh mein Gott, das ist ein super Hamster, ist das, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe einen fetten Hamster bekommen. Danke an denjenigen, der mir den geschenkt hat. Was ist das? Ich weiß nicht, was mir die Leute schenken. Das ist teilweise geschenkt. Ein Blumenstrauß hat eine Karte. Ey, was, Carlo, was schenkst du mir da alles? Ich will das gar nicht haben. Entzählt der Text, Moin, ich brauche, bin auch in einer Familie, ich würde gerne mit dir reden. Liebe Grüße. Na gut, das löschen wir mal. Alter, die schenkt mir so viele Sachen, die ich, ja, Jens Benz, danke für den Text. Alter, der haut mich hier mit Scheiße zu, bekriechen das alles wieder weg. Was ist das denn eigentlich? Oh mein Gott. Ich finde den Hamster lustiger, der ist doch mal richtig nice. Fette Hamster. Den werde ich den ganzen Tag irgendwo rumtragen, sage ich euch. Ey, was haue ich denn jetzt weg? Die Karte brauche ich, die Pillen brauche ich. Die Waffe kann ich rüberziehen. Was brauche ich denn nicht? Was ist denn da drin? Kupfer. Ah, das Kupfer brauche ich nicht. Der hat mir den Kupfer geschenkt. Das Kupfer lasse ich fallen. Das Grand Shirt brauche ich jetzt auch nicht. Soll sich das ja irgendwer bedienen dran an den Sachen? Ich schaue noch, was mir die Leute noch gesendet haben. Lotterie. Das sind alles Masken, die ich nicht brauche. Lotterie. Danke. Oh, den nehme ich mit. Jens Benz löschen. Komm. Bist du jetzt den ganzen Tag bei der Post? Das Problem ist, wir haben die Leute so viele Sachen zugesehen, dass ich die loswerden muss, sonst ist mein Postfach voll. Ach so. Ich muss alles weg tun, warte mal. Okay. Ich lasse hier alles voll. Du kannst auch aufnehmen. Es sind gute Sachen dabei teilweise. Oh, Zigaretten. Kannst du mitnehmen? Warte, was brauche ich denn noch? Brauchst du die? Ach nee, behalte ich dir süß. Aber schau mal, willst du den haben da? Diesen Drachen da? Ja, also das war aber schon nett. Ich kann dir den geben. Warte mal, ich schaue, dass ich dir den geben kann. So. Oh nee, ich kann ihn nicht geben. Ach so, weil der im Rucksack ist. Jetzt, warte. Warum kann ich ihn nicht geben? Ich muss nochmal probieren, warte. Kuss. Was hast du bekommen? Ich habe, ich habe das Beste bekommen. Ich habe so einen fetten Homster mit so einem super Mannschaft bekommen. Wow. Yo, man, shit. Die Investor ist pissed. Warum die Zigaretten? Die, ja. Also ich habe sogar mehr. Oh mein Gott, Alter, das gibt es doch gar nicht wie viel. Oh mein Gott, das ist mir zu viel. Warte mal, dann hole ich hier noch eine Blume, die brauche ich nicht. So, dann brauche ich auch, oh, die Schuhe brauche ich nicht. So. Wenn wir leuchtende Schuhe haben, wir liegen da am Boden. Liegen leuchtende Schuhe. So, jetzt habe ich es. noch eine Stunde, in der wir schafft, ein bisschen aufgeräumt. So. Könnt ihr mich zur Tankstelle bringen? Oder ne, am besten zum, äh, ich bräuchte Batterien. Ja, ganz lieber. Batterien brauche ich, ja. Mein Tesla steht rum. Leider, da ist, also nicht kaputt, da ist keine Batterie mehr. Ähm, passt das ja schon gut, mein Kiddens. Das ist eh gleich schon an der Ecke. So, danke schön. Au. So, du bist ja. Ein bisschen länger, so. Perfekt, zweimal Borderine gekauft, und auf zum Tesla. Wo stehen wir am Anwesen? Ich habe es markiert. Aber vielleicht. Perfekt. Kevin, was ist, grün rennt über die Wiese, eine Gurke, grüße an den Röber. Das ist aber Fugl so, Kevin, sogar. Pff, oh, schmierig. Perfekt. Ja, genau. Erdrütschen in der Luft, geh auf, wegen uns. Manu Brink, weißt du was, wenn ich verkehrt, und Crater Delta, Clip, alles zu spielen, wollen nur sagen, du bist der Bayste, da geht auch mal kurz, außer dich. Vielen Dank. Badannenbrot, moin, was habe ich verpasst? Spaß, geiler Streamer, alles. Der Kev, liebe deiner Streamer, ist meine einzige Abdenkung. Gruß. Nun kann ich ablenken. Oh, da ist er. Ich bin nicht drauf, es kommt sogar mal, ich habe es in der Löse. Dankeschön. So. Äh, lade das Fahrzeug, das ist es, ladegerät benutzen. Jetzt haben wir es. Klar, das Ding noch schnell komplett noch auf und dann, ich habe jetzt so ein bisschen tanken. Ja, muss es komplett aufdingsen. Die Zapfsäule, das ist die nächste, das ist das einzig blöde am Elektroauto, du musst immer zu dieser blöden Zapfsäule fahren. Also der, zu der Aufladesäule, das geht mal, ein Puppes. Oh, Baby, oh, Baby. Leute, was habt ihr, was habt ihr denn, äh, äh, ah, sind wir für die Idee, was ihr jetzt machen könnt, weil ich hätte irgendwie Bock drauf, diese Schatzkarte zu finden, oder nach mal bei der Grove vorbeizufahren und zu fragen, ob die mich noch kennen. Kennst du mich noch? Hallo, kennst du mich noch? Ne, irgendwie Bock drauf, bei der Grove vorbeizufahren, ob sie mich noch kennen. Und, äh, ich würde gerne die Schatzkarte finden. Ich lade mal das Auto auf, ja. Und ich muss auf Toilette, merke ich gerade. Ich parke mich hier schnell ein und ich bin gleich wieder da, wobei, aufgrund ist das ein bisschen blöd, ne, mit der Toilette gehen. Naja, komm, scheiß drauf, ich bin gleich wieder da, Leute. In, äh, zwei Seconds. Gebt mir ganz schön zwei Sekunden. Muss ganz schnell auf Klo. Och, nicht. Robert, Robert, unser Respekt. Robert. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 sein, beim Casino? Ah, wo? Der Chat muss mir helfen. Casino. Beim PD. Ah, dann ist es das andere PD. Okay. Alles klar. Dann Casino-PD. Alles klar. Ja, Chat hilft mir. Kuss geht raus an den Chat. Casino-PD, sagt ihr. Das ist das Wineboot-PD drüben, ne? Dann gucken wir da gleich mal hin. Ich bin gespannt, ob's stimmt. Schauen wir mal. Dort, wo du gekocht hast, in der Treppe. In der Treppe. Ja, doch, du ordentlich. Oder? So sah das jetzt nicht aus. Das sah jetzt nicht an der Treppe aus. Aber es ist dort in die Richtung, hast du schon recht. Kommen wir da mal hin. Der Funk, er geht grad schwer. Ich muss hier den Schatz finden. Ich geh auf die Schatzsuche. Uff. Einer schreibt, unter Bennys ist es. Ja, schaut mal. Also die meisten im Chat haben gleich geschrieben, ist es da ein PD? Für mich sieht es nämlich auch aus wie so ein PD-Gebäude von außen. Aber, äh, wir schauen mal. Wir schauen mal nach. Wir schauen mal rein. Ach komm. Ah, Hilfe. Ja, guck mal rein. Das, ah, hier irgendwo, ne? Weil das sieht sehr schon danach aus, dass das hier irgendwo ist. Äh, ist es nicht gleich hier? Das PD-Gebäude ist es nicht, ne? Ah, doch, das könnte... Ah, hier. Doch, doch, das könnte sein. Ne, das ist es aber nicht. Hä? Wo soll es... Maze-Bring-Tower ist es? Ne, das ist es nicht. Mal gucken. Schatz. Das ist so ein Gebäude, so rüber. Und dann ist hier vorne so eine Absperrung. So eine Ecke ist drin. So eine Absperrung. So ein Eck-Gebäude. Eck, Eck, Eck. Die Eck-Ecke. Oder hier. Ne. Ach, Leute. Ist doch schwieriger als gedacht, das Ganze. Ich dachte, es ist gleich hier. Einer meinte, irgendwo dort, wo ich gekocht habe. Mal mit dem... Ne, da ist es aber auch nicht. Casino kann es nicht sein. Das Casino hat keine Streifen. Hast du recht. Ich dachte jetzt an das Gebäude hier vorne. Aber das sieht so clean aus. Das dachte ich jetzt gerade ist es. Aber es ist auch nicht. Hier, das Ding hier, ne? Wobei... Da ist ja kein Zaun dran oder so, ne? Ne, das ist vorne. Ein Eck-Gebäude, wo dann so ein grünes Ding rauf... Ah, warte mal. Das sieht mir stark nach... Ähm... Wisst ihr, was das aussieht? Das ist an der Hinterseite des Casinos. Das ist nicht die Hinterseite vom Casino. Niemals. Das sieht mir stark nach... Ähm... Human Labs aus. Ich glaube, das ist Human Labs. Hinten sind ja auch solche... So die Grasflächen, die so quer nach oben gehen. Weil hier im Casino gibt es... Also ich kenne im Casino... Keine Grasflächen, die nach oben gehen. Schauen wir uns das mal an. Oder hier hinten am Casino. Hier, meint ihr, ne? Ne, da gibt es keine Grasfläche, die so quer geht. Wisst ihr, was ich meine? Wo die Treppe hoch geht. Oben muss das irgendwo sein... Ich schaue sonst mal. Aber das... Also mir kommt das vor wie... Also Schule ist es auch nicht. Jetzt komme ich wieder zum Anwesen. Ja, ich kann gerade nicht. Auch später. Also ich hätte jetzt gesagt Human Labs. Ehrlich gesagt. Also auf den ersten Blick. Der Parkplatz sieht so aus. Human Labs. Und diese Tür hier. Also das ist sonst nicht. Also einer meint... Ne, das ist doch... Ne, das ist doch Human Labs, oder? Ich schaue nochmal dort, wo der gesagt hat, wo ich mal gekocht habe. In diesem Haus drin. Das war hier irgendwo. Ähm... Ne, das ist es nicht. Das Ding ist halt... Jetzt ist dunkel. Jetzt ist es noch schlechter. Sonst... Jetzt ist es richtig dunkel. Da, wo ich gekocht habe, war auf irgendeinem hohen Gebäude in der Nähe. Da musste eins daneben gestanden haben. Aber ich glaube nicht, dass es dort ist. Ich glaube wirklich, dass es... Richtung Human Labs geht. Also wie es beim besten Willen nicht, wo das sonst sein sollte. 1000% hinter dem Pidi. Ach, warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich mache immer das Handy falsch auf. Ne, das ist nicht das Pidi. Das ist nicht das Pidi. M-m. Also entweder Human Labs könnte es sein, oder... FIB Tower hintereingang. Ganz viele schreiben FIB Tower. Wir fanden uns FIB Tower im Dingviertel. Perfekt. Da fangen wir mal FIB Tower... Machen wir das mal. FIB Tower hintereingang habe ich ganz oft gesehen. Und wenn es das nicht ist, würde ich sagen, fangen wir Human Labs an. 10, 15 Minuten hätte ich gesagt. Bis dahin. Schön, wir haben. FIB Tower. Ich möchte mir echt helfen, weil er sagt, ich will nämlich diese... Oh mein Gott. Ich will diese eine Maske da haben. Deshalb will ich eigentlich diese ganze Schatzkarte da finden. Weil du kriegst ja diese eine Kiste mit dieser Maske da drin. Und das hätte ich übelst gern. Und jetzt ist halt das Ding, du kriegst das nur, wenn du diese Challenge hier machst. Also FIB... Ne, das kann ich natürlich der Hintereingang sagen. Vom FBI Tower. FIB Tower. Hier ist FIB. SWAT Gebäude. Ja, stimmt. SWAT Gebäude könnte es auch sein. Das ist Snooze Gebäude, meinst du? Wie komme ich jetzt da hoch? Wie jetzt zum Teufel komme ich da jetzt wieder hoch? Voll geil. Ich verfahren hier. Hier muss ich einfach das Ding rauf. Dann komme ich da hin. FIB Tower hinter Eingang. Wie viele das heute geschrieben haben. Ja, beim Pillbox hinten. Was? Das ist Pillbox? Warte, warte. Ich habe jetzt, du sagst, das ist doch der Pillbox-Eingang. Stimmt, das ist Pillbox, glaube ich. Pillbox-Eingang. Ich schaue nur schnell FIB Tower und dann Pillbox. Das könnte wirklich Pillbox sein. Oh, Schandl mit einer tollen Idee. Ne, das ist nicht hier. Das ist, ne, da ist ja keiner. Ne, 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 das muss wo sein, wo du parken kannst. Hier ist links ein Parkplatz, dann kannst du wirklich Pillbox unten, unten am Pillbox. Könnte sein. Wir fahren mal hin. Schandl hat vielleicht recht. Pillbox Tower. Äh, Pillbox Tower, sag ich schon. Pillbox Hospital. Ist Hospital? Das könnte es tatsächlich sein, jetzt wo es mir kommt. Da gibt es ja so ein, das ist ja auch so quer, glaube ich, hinten, ne? Ah, da kommst du aber nicht rein. Ah, nein, das kann es auch nicht sein. Da kommst du nicht hin. Ne, 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 ne. Schandl ist es es nicht. Ist es es nicht. Ne, das ist es nicht. Wir brauchen irgendwas, wo das quer runter geht. Es muss irgendwo eine Location geben, wo hier oben quer dieses Gras runter geht. Das kann es doch nicht sein. Das ist bei der Schule die Turnhalle. Nein, das ist auch nicht die Turnhalle. Schau mal, hier vorne ist ein Parkplatz und hier ist No Parking. Das ist 100 pro nicht an der Schule. Oder warte mal, ist das... Warte mal, ne, das ist nicht die Schule. Da ist ja kein Parkplatz. Also, ganz viel schreiben Turnhalle, Autohändler, das PD, Flughafen. Warte mal, Flughafen-PD vielleicht. Ist das das Flughafen-PD? Mir kommt das so dermaßen bekannt vor, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Was könnte das sein? Das Apartment in den FIB-Gebäuden. Ich weiß es nicht. Ne, Human Labs. Autohändler ist es nicht. Das sehe ich. Das ist... Richtig, ein anderes Autohaus, natürlich. Du musst beim FLB-Tau auf die Rückseite. Weißt du was, ich check das nochmal ab. So viele sagen FLB-Gebäude immer noch, obwohl ich schon dort war. Ich schaue nochmal hin. Und sonst fahren wir nochmal, ähm... Mir kommt das so dermaßen bekannt vor. Du meinst hier hinten, ne? Rückseite. Ach, Chat, das ist jetzt aber was... Da habe ich jetzt was Feuerwehr. Da gibt es so eine Grasfläche. Ja, du hast recht. Da gibt es so eine quere Grasfläche. Beim, beim, ähm... Hier gibt es die aber nicht, hier beim FLB-Tower, oder? Aber diese Grasfläche gibt es ja. Bei der Schule gibt es so eine, glaube ich. Aber hier nicht. Ich glaube nicht, dass beim FLB-Gebäude hinten irgendwie... Gibt es die überhaupt lang gehen? Muss ich schon gerade aufregen. Also, ganz ehrlich, beim FLB-Gebäude hier hinten, da ist doch nirgends so ein Parking-Spot. Aber schaut mal auf dem Bild, da sieht man es doch. Da ist ein Parkplatz. Da ist so eine... Seht ihr das gelbe? Das ist doch Parking. No Parking steht hier. Also, ich hätte zwei Sachen noch. Nuss-Gebäude hätte ich noch. Flughafen. Irgendwas am Flughafen könnte ich mir noch vorstellen. Das ist es doch nicht. Das ist unmöglich, dass das ist. Schule können wir ja schauen. Aber Schule kann es auch nicht sein, weil Schule hat dieses No Parking-Sign nicht. Das ist so ein... Die Schule kann ich innen und ausfällig. Da steht nirgends No Parking oder so. Es muss also... Hat er wirklich für sein Auto ins FLB-Gebäude... Ich glaube es nicht. Ach, der steht hier mit FLB drauf. Okay. Ja, ich fahre mal zur Schule. Ich will das finden, Leute. Ich will das Ding finden. Streamsniper! Museum auf dem Berg können es auch... Ach stimmt, das könnte es auch sein. Warte mal. Ist es nicht dieses... Ah, ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Ich glaube, ich weiß es, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das ist, ähm... Das ist es, glaube ich, sogar. Mhm. Viele denken, das ist hinten beim PD, beim Mission Road PD. Das ist es aber nicht. Das kann ich auch reden und auswendig. Das ist es nicht. Das alte PD von Eredlo, das ist es. Das ist nicht das PD, Leute. Das ist nicht das PD. Sehr sicher ist es das nicht. Aber ich erkenne da gerade, was das hier... Es sieht, äh, es sieht für mich aus wie Human Labs. Bei, bei allem Respekt. Ich glaube, es ist Human Labs. Oder... Also Human Labs könnte es sein. Oder diese... Ich muss... Ich habe jetzt gesehen, dass dieser Ziegelstein, der da drauf ist. An der Schule könnte das auch sein. Da gibt es auch so ein Gebäude mit so einem Ziegelstein. So einen komischen roten. Wenn ihr ganz genau guckt, ist da so ein bisschen roter Ziegelstein dabei. Da guckt man mal hin. Und der hat mir gerade ein Google Spreadsheets gesendet. Soll ich da draufklicken? HTML View. Von J&Zone. Da klicke ich lieber nicht drauf. Der hat mir gerade einen Link gesendet. Ein Docs, Google, also ein Google Docs Dokument. Gehe mal nicht draufklicken. Felix Wilms, danke für einen Euro. Vielen Dank. Ich fahre mal zur Schule. Und Felix Wilms, danke nochmal für zweimal einen Euro. Da geht auch mal ein Lieblingskuss raus. Also Theaterschule Human Labs News könnte es sein, denke ich mir. Es muss irgendwas Großes sein, weil es gibt keine kleinen Gebäude, wo so ein No Barking-Sign einfach da steht. Das macht keinen Sinn. Es muss was Großes sein. Also ein großes Gebäude. Wie Schule oder Human Labs oder vielleicht sogar hier oben. Das ist der Sound auf der Spinde. So hier, schau mal, weil hier gibt es ja auch diese... Ich fahre mal da lang, kann ich da eigentlich... Schau mal, das ist das Gebäude, das ist hier vorne. Aber da gibt es auch nirgendwo dieses No Parking. Ich wüsste bei Gott nicht, wo hier dieses No Parking steht in der Schule. Schaut mal, da ist doch nirgendwo so ein Parkplatz, wo einfach nur Parking steht mit so einem... Und schau mal, hier gibt es ja diese Wiese so ein bisschen. Seht ihr da oben diese Wiese? Die geht ja auch so ein bisschen so runter, aber das ist es nicht. Das ist falsch. Die Schule ist es auch nicht. Ich glaube, es ist Human Labs immer noch. Beim Autohaus. Nee, beim Autohaus ist das doch auch nicht. Warum soll das beim Autohaus sein? Inwiefern? Das sieht doch nicht aus wie vom Autohaus. Nee, das ist Human... Ich fahre Human Labs, Leute. Ich glaube, es ist Human Labs. Auch wenn ich da jetzt übelst weit fahre, ich vermute es. Und ich werde da jetzt hinfahren. Oder wir fahren da mal hin. Wir fahren eh mal da vorbei. Das wird jetzt eine Reise, aber es macht Spaß. Es macht Spaß, nach zu suchen. Es kann auch Military sein. Stimmt, Military. Aber die würden doch never mich ins Military reinschicken, Alter. Da bin ich ja direkt tot gefühlt. Die schießen da ja direkt auf einen. Also ich glaube nicht, dass die das so machen, dass du ins Military reingehst. Und dann umgeschossen wirst. Und dann war es das. So. Gib die Cam-Bag, wir sehen gar nichts. Ja, man sieht das Bild doch drüber. Man sieht es doch. Autohändler, 100%. Welcher Autohändler? Muss ist es nicht. Ein PD-Gebäude. Das ist eine Liste mit einem aktiven Standorten von der Schatz. Ah, okay. Danke. Will ich es aber schon legit finden. Mit meinem Chat in Verbindung. Will ich es schon legit finden? Aua. So. Will ich es schon legit finden, Leute. Das ist das Eck von einem hohen Apartment. Also für alle, die es jetzt nochmal sehen wollen. So sieht es aus. Wartet. So. So sieht das Ding aus. Das ist, ähm. Für mich sieht das wie Human Labs aus. Das ist ein Hochhaus beim Filmgebiet, schreibt jemand. Ach, warte mal. Ist das da, wo die Garage rechts reingeht? Das könnte es auch sein. Ja, hast recht. Lass uns kurz gucken. Ich schau mal. GTA 5. Human Labs gucke ich schnell. Wie da die Textur aussieht vom Gebäude. Weil mir kommt doch immer vor, dass das Human Labs... Bevor ich da jetzt alles hinfahre. Für mich sieht es noch immer aus. Human Labs. Schauen wir mal. Human Labs Research. Warum ist mein Internet so langsam heute? Irgendwie lädt das bei mir grad nicht. Das ist über dem Autohaus links vom B. Schreibt einer. Drum glaube ich immer noch. Das sieht so aus. Ey, das sieht... Bei Human Labs sieht es genauso aus. Mit diesem Gras da drüber. Aber das ist es glaube ich tatsächlich nicht. Wenn ich mir das so genauer anbetrachte. Warum sollten wir mich nach Human Labs schicken? Das ist echt schwer, Alter. Das ist ein Autohändler-Theater. Da, wo es Labyrinth ist. Ne, das ist glaube ich nicht. Aber... Was hat wer gesagt? Tiefgarage-Theater. In der Pühne schon vor 15 Minuten. Irgendwie kommt mir das so krass bekannt vor. Das ist unglaublich. Oh, ne. Stream-Sniper. Stream-Sniper. Oh, oh. Stinky. Stream-Sniping. Wo ist er denn? Da fahr ich mal nieder. Nochmal VDM. Hat er... Hat er Bock auf VDM? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Guck. Das ist er doch gewesen, oder? Wo ist er denn jetzt hin? Das ist er doch, oder? Aua! Das Autohaus links unten von dem B. Unter dem B. Also... Schau mal gleich. Schließt er so auf mich? Ich hoffe. Unter dem B saßt du. Autohaus. Unter dem B. Da? Unter dem Autohaus? Glaubst du wirklich? Das ist doch der Typ, der so Stream-Sniper. Und ne? Mhm. Oh, ja, Bach. In der Green, so kannst du eh nichts machen. Warte. 21073. Das ist Stream-Sniping. Und äh... 21073. Das machen wir. 21073. Und Stream-Sniper. Jawohl. Ah, jetzt darf ich nicht hinten einsteigen, in vorne. Upala. Den hätte ich jetzt schon gerne weggefetzt, aber wir sind in der Green Zone, da kann ich ja nicht schießen. Den hätte ich jetzt schon gerne weggefetzt. Mal gucken, habe ich doch was im Inventory? Ah, ich habe doch meine, meine Dings habe ich doch dabei. So, ich fahre da mal hin, wo die Leute gesagt haben. Ah, Hilfe. Was war das denn gerade? Ich fahre da mal hin, wo das die Leute gesagt haben. 21073. Ist das was Falsches geschrieben? Gut, jetzt... Ich kann mir zahlen nicht, Leute. 21.073. 21.073, was? Ah! Ach komm. Jetzt wird sie ja da falsch eingesperrt. Dann kommst du, sie warten. Ich bin immer noch auf der Suche. Human Labs, hundertprozentig. Einer meint sich hier beim, äh, unter dem B, beim Dings hier, so sein, unter dem B hier. Beim Autohändler, hier unter dem B. Da soll es sein, beim Autohändler? Also, endlich bin ich wieder komplett lost. Das ist nämlich hier unter dem B, ne? Unter dem... Ach, warte, vielleicht hier unter... Ach, das meinen die. Das Apart mit unter dem B. Ah, das B meinen die Leute, wie es wahrscheinlich. Äh, jo. Äh, Apartment unter dem B. Die Frogis, wo ist das jetzt, Sadler? Dann kannst du das Apartment da sein, nach vorne, oder? Unter dem B, beim Autohändler. Also, ich schwöre, ich hatte doch nie in meinem... Ah, da ist es! Da ist es! Da ist es! Da ist er! Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Danke, Leute. Wer auch immer gesagt hat, es ist hier. Ich habe es gefunden. Ah, endlich. Ehre. Da ist es! Ah, ich habe einen Wüstenschal-Container bekommen. Ich bin gespannt, was ich bekomme. Einen Wüstenschal-Container. So, öffne den Container. Ich hoffe, ich kriege jetzt diesen Wüstenschal. Auf dem bin ich nicht richtig heiß. Ach, komm, das ist wieder Dreck, alter, komm. Ich würde mich so freuen über so Container und sowas. Oh, ich fahre mal hin. Also, die Leute hatten wirklich recht. Heftig. Also, die Leute, die das... Ich wäre jetzt einfach... Stell dir mal vor, ich wäre jetzt einfach alles hochgefahren. Richtig Human Labs. Ich war mir so sicher. Jetzt komme ich aber nicht durch Anwesen. Die wollen ja was klären hier. Ich habe gesagt, 10 bis 15 Minuten. Und es ist sich leicht verspätet ausgegangen. Das ist ja was los hier, du. Warum denn da wären wir mit einer Waffe rum? Jo, hallo. Warum die ganz geschossen? Hallo, Jens. Nein, ich bin nicht gut. Ach so, okay. Alles klar. Gummelbärchen kommen. Oh, jetzt wollen sie sich ja wieder noch an der Feste haben. Das ist aber schon lange. Das ist ja eigentlich schon mal geschossen. Entschuldigung, ich hatte gerade etwas ganz Wichtiges zu tun. Wir warten sie ganz kurz. Hallo? Ja, hallo. So, die wollten eigentlich da Vertrag machen, dass sie wir mit ihr noch vereinigen. Und der Tobias hat das mit ihr ausgemacht und das ist okay anscheinend. Einen Vertrag machen? Haben wir nicht letztes Mal schon, hat ja letztes Mal schon wer bezahlt, was, ne? Ne, das ist was anderes, glaube ich. Das ist, keine Ahnung, der Tobias hat das ausgemacht und gesagt, das ist okay. Und jetzt wollen sie mit dir reden. Aber ich habe nur mit dir reden. Ja, ich weiß von gar nichts. Ich weiß nur, dass irgendwer letztes Mal, wenn du bezahlt hast, 200.000. Das war das letzte auf dem Stand, wo ich war. Und es ist da eine Problematik gegeben, dass dann sogar die Polizei gekommen ist. Das war der letzte Stand der Dinge. Ja, aber inzwischen ist es jetzt schon alles gut mit einer bis zum letzten Mal gut gewesen. Das war jetzt alles okay. Seitdem wir das bezahlt haben und ja. Und jetzt wollen die sozusagen eben zur Vereinigung klären es machen. Keine Ahnung. In die Vereinigung. Ich weiß nicht genau, was ich sonst über. Wenn wir reden können, wäre es auch nicht das Problem. Aber was schört denn gerade nicht da vor mir? Ich kann das auch mal hinfinden, wenn du weißt. Hallo? Hallo? So, ich frage mich, schaut man schon, oder? Ja, ja. Wir hören Sie, hören Sie. Okay, dann hört man nur den, ist komisch. Ich habe probiert gerade sein Bestes. Also, ich höre den auch nicht. Ja, keiner konnte den anscheinend hören gerade. Ja, gut. Ja, verstehe. Der kommt gleich wieder. Ja, alles gut. Wenn das okay ist, der kommt gleich wieder. Ja, natürlich kein Problem. Aber Sie sind schon die, die letztes Mal da waren, wo dann die Polizei da auf der Ding war. Das hat die mit dem weissen Gummigern. Ja, genau. Nee, nee. Der eine glitzert sogar in der Nacht. Unglaublich. Ich muss da kurz was gucken. Ja, Leute, bis zum Superpreis. Fünf Stunden, ne? Da kriegst du einen Superpreis. Ich hoffe, ich kriege noch eine Schatzkarte. Ich habe voll Bock drauf. Mila, ich wünsche dir noch eine wunderschöne gute Nacht. Dankeschön, Mila. Vielen vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt, was die, äh, was es jetzt geht. Report erneuern. Ja, was, äh, das ist halt. Ich mache, äh, so kommt ein Report. Geh'n doch runter! Hobe mit der... ...Slot! Mein Gott! Das ist jetzt die zwei Nächelproben. 21 07 3 war das, ne? So. Ding Springer! Ich habe ja nicht meine Waffe dabei. Äh, der Hugo ist wie du da. Hallo, der Herr. Hallo, Sie machen... Ja, jetzt? Ja, jetzt funktioniert, oder? Hörst du mich auch? Gibt alles? Ähm, das steckt genau zu meiner Lenden. Ich höre noch immer Lenden, ne? Hallo? Äh, da, ich höre ihn. Ich höre ihn auch. Warte mal, Sir. Hallo? Ja, der Jens hat sie, glaube ich, nicht. Es ist ja unglaublich, warte mal. Also, es ist... Es gibt's doch gar nicht so was. Da habe ich mir einmal wieder gehabt, nix. Paul, komm mal mit. Ja. Oh, jetzt? Warten Sie? Hallo? Reden Sie mal. Also, ich sehe ihn. Sie sehen mal. Hallo, die Herren. Hallo? Jetzt hören wir dich, Hugo, ja? Ja. Mein Gott, geht's draussen wieder zu, ja? Jens? Jens? Ja, soll mal reden. Ja, so ein Huber. Kann nur mal der Kollege neben ihm reden. Also, ich höre nicht. Das ist der, der, der Hugo da. Ich höre nicht. Wirklich nicht. Also, ich muss... Geh mal nochmal weg, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Äh, da geht vielleicht noch ins Haus hin und wieder raus. Vielleicht was ist das? Hallo, warte, jetzt hier. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gehört. Hallo? Wo? Ne, ich schau dir nicht. Also, ich weiß, ne? Mein Gott. Also, es geht mir mal irgendwo anders hin. Geh mal hin, das Haus, oder ich weiß nicht. Es ist ja unglaublich. Ja, lass mal irgendwo anders hin. Ja, lass mal irgendwo anders hin. Ja, lass mal mal hinten. Jetzt kannst du dich, dass ich dich nicht hören kann. Mit den schönen Schuhen, ab in den Sand. Ich höre dann halt wirklich nicht den Typen. Das ist ganz komisch. Vielleicht hab ich dir nur was geschrieben. Jens, kannst du mich hören? Ich kann mich hören, ja. Hi, ich stelle mal kurz die Hand, ja. So. Genau, ähm, wir sind von Alcatraz. Wir waren letztens schon da, weil es eine kleine... ...Auseinandersetzung gab. Und, ähm, ja genau, wir haben jetzt 200.000 von dem Kollegen von mir bekommen. Und das war ja auch nicht mit einem bestimmten Grund. Und wir haben ein bisschen, naja, sagen wir mal, geredet in der Familie. Und ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, ja, wir wollten fragen, ob es möglich wäre, dass wir eine Familienfusion einstellen könnten. Verstehst du? Eine Familienfusion, du meinst, dass wir uns verbünden. Genau. Also, ähm, naja... Aber eine Frage, wie kommt man auf die Idee, zu verbünden, wenn man dafür noch Stress hat? Also, ich verstehe das gar nicht so ganz, wie man auf die Idee kommt. Genau, da komme ich jetzt noch zu. Ja. Ja, der Kollege wollte das eigentlich klären, aber der hat gerade ein paar Kopfschmerzen. Er meinte, er kommt gleich wieder. Ähm, genau. Weißt du, was eine Familienfusion genau ist? Ja, äh, eine Familie führt sich zusammen zu der nächsten. Also, man muss halt schon eine Familie so ein bisschen aussuchen und die gehört dann zusammen, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, es würde einige Vorteile für dich und deine Leute geben. Beispielsweise, ähm, von vertrauenswürdigen Quellen wurde mir zugeflüstert, dass ihr, ja, ein paar Probleme zum Beispiel mit euren Mitgliedern habt, dass ihr einfach viele seid, aber nicht so aktive, wenn du verstehst. Ja. Genau, bei uns ist das halt so. Wir haben ziemlich wieder aktive Leute. Ähm, deine Familie, also ich schätze mal, du wirst ja nicht so oft da sein, deine Familie wird ziemlich oft gescheppert und, ähm, ja, angenommen, ihr würdet jetzt zu uns kommen, dann hättet ihr eine ruhigere Lage, weil wir eben nicht so viel Stress haben mit verschiedenen Leuten. Eins kannst du mir glauben, wenn wir die Familie fusionieren, dann habt ihr das selbe Problem wie wir. Hm, naja. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich weiß ja, woran es liegt, ist ja nicht, ist ja nicht so nachher gegriffen, warum das so ist. Ja, weil wir haben jetzt auch ein starkes Bindnis und, ähm, ja, wir können auf jeden Fall dagegenhalten, so. Ähm, genau, ihr könnt euch das natürlich nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ähm, wir kümmern uns natürlich um die Familie, während du nicht da bist, beziehungsweise mit Events, Familienpunkte, die Ausrüstung organisieren wir und halt, wir sind eine sehr disziplinierte Familie, beziehungsweise mit der Ordnung. Wir schauen da ziemlich drauf, dass die Leute keine Scheiße bauen, wir werden die sanktionieren. Oder halt, wenn es auch zu weit kommt, natürlich, außer Familie, ja. Ähm, genau, wie gesagt, das wäre eine Entlassung für dich und deine Familie. Ja, ich weiß nicht, ob das so vonstatten geht. Und ich sage dir, wie es ist, es wird sich dadurch nicht verbessern. Sobald wir, sobald wir eine Familie sind, wird ihr genauso weggeschämmert, hundertprozentig. Äh, ich habe eine Frage ganz kurz. Ja. Wir haben schon mit dem Herrn Tobias gesprochen, hat er ihn schon irgendwas weitergeleitet? Mir? Nee, nix. Er war auch eigentlich der gleichen Meinung, er meinte, er wollte halt noch mal mit ihm reden, aber im Moment ist er, glaube ich, leider nicht brauche, was sein. Ja, wie gesagt, ich muss so... Nee, der ist noch brauche. Also ich glaube, das ist keine gute Idee, vor allem ihr werdet es dann, also wenn es so weit wäre, es wird sich nicht verbessern. Ich höre dich sehr, sehr schlecht wegen dem Regen. Ich weiß, ja, ist sehr laut. Wir können auch gerne ins Haus gehen, gehen wir einfach ins Haus. Ja, das ist das, was wir wollen. Und nicht ausrutschen. Ein bisschen, ein bisschen Gewitter heute, ein bisschen gewittrig. Aber ey, das bringt sich nichts. Der Grund, warum er weggeschämmert da die ganze Zeit ist, weil die Leute natürlich wissen, dass ich lives überwürde und sie wissen ja ganz genau alles über die Familie. Ach so, wegen dem Ding, ja. Oh, bitte. So, machen wir mal auf die Tür, machen wir mal, dass wir alle Platz haben. So. So, hier ist besser. So, hört man mich noch? Perfekt. Jetzt ist ja besser, dann hört man sich besser hier drinnen auch. Und es ist schön warm. Gut. So, Jens, hörst du mich jetzt besser? Ich schaue dich besser, ja. Okay, perfekt. Genau. Du meinst ja, das wird nicht besser mit dem Scheppern. Ich möchte dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Wir haben Leute, die ziemlich gut im Scheppern sind, also wir werden auf jeden Fall dagegen halten können. Das Ding ist, ich glaube, ich kann mich nie damit anfreunden, wenn die Familie hier komplett aufgelöst ist und man hat dann einfach eine ganz andere Familie, mit der man zusammenarbeitet hat. Ich meine, die fusionieren hin oder her. Das Ding ist, dass ich meine Familie nicht aufgeben möchte eigentlich. Ja. Und ich glaube, ich glaube, ich weiß, was sie meint und wer immer da ist, aber für mich ist eigentlich so, ich suche eigentlich jemanden, der immer da ist. Und meine Aufgabe wird, das ist das, was bei mir das Problem ist, einer, der immer da ist, zu finden, der das aufbauen kann. Ich kann das unmöglich selber aufbauen. Und wenn ich jemanden habe, der das kann, dann wird es ja auch richtig gut funktionieren. Nur haben wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen einstecken müssen, die letzten Male. Aber das Ding ist, das mit dem Wegscheppern wird sich nicht ändern. Sobald wir zusammen fusioniert werden, dann scheppert es trotzdem immer durch. Ja, wie gesagt, das wäre natürlich auch ein wenig Unterhaltung für deine und unsere Leute. Und auch eine Übung. Aber wir können auf jeden Fall dagegen halten, da bin ich mir sicher. Aber er ist mir nicht so sicher. Also man müsste auch wissen, es gibt Leute, die vorne und hinterher aus dem Nichts kommen, die wissen immer, wo du bist. Schon komisch. Also ich sage so, ich glaube, ich könnte mich mit der AD nicht anfreunden. So, naja, noch was, was ich dazu sagen möchte. Wir sind jetzt dabei, also wir sind schon im Prinzip eine inoffizielle Familie. Ich glaube, das sagt dir was, oder? Ja, das haben wir auch. Jetzt? Ja, hallo. Sagt dir das was? Ja, ja, klar. Kann ich leider nicht hören. Hörst du mich jetzt, hallo? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, es sagt mir schon was, ja. Genau, und bei uns sind die Leute halt eben da, weil sie aktiv sind und besuchen unsere Leute selber aus. Und nicht, weil wir eine gut laufende TV-Sendung haben, wenn du verstehst, weißt du? Ach so, meinst du das? Was ist eine gut, wie kommst du auf die Idee auf die gut laufende TV-Sendung? Naja, da wurden wir, ich hab dich ja auch schon mal hier im Fernsehen hin und da gesehen. Also, dem bin ich nicht bewusst, dass ich mal irgendwo in dem Fernseher war. Ich bin ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Tobias meinte das ja auch zu mir, deswegen. Ja, aber das ist irgendwie eine falsche Tatsache. Aber da wäre, ich glaube, irgendwie die verwechseln mich mit irgendeinem Schauspieler. Also, immer wenn ich vorhin komme, denken die spinnen hier immer noch, ich bin das gar nicht. Ach, dann merke. Ja, weiß nicht, was Tobias mit einem Möpigen gemacht hat, der meinte irgendwie, du hast eine... Mit deinem Arm die ganze Zeit. Ich auch, ne, 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 also ich weiß nicht, ich hab weder eine TV-Sendung, ich hab da nichts zu tun, ich hab die ganze normale Familie. Nur manchmal, manchmal kurz davor, ich hab eine TV-Sendung, weil mir Leute die ganze Zeit wissen, wo ich bin und mir hinterher gehen und die ganze Zeit lochen von mir wollen. Das meine ich, ja. Ja, das hat nichts mit mir, ich hab keine TV-Sendung, sehe ich so aus, als bin ich im TV oder was? Ja, weiß ich nicht, das könnte ja jeder prinzipiell sein. Ja, ich denke ich aber auch nicht, muss auf die Idee auch kommen. Ja. Ja. Also mein Ding ist, pass mal auf, folgendes. Wir können auf jeden Fall dagegen halten. Um das geht es nicht, folgendes, pass mal auf, pass mal auf, mein Ding ist, ich werd meine Familie nicht aufgeben. Ich brauch nur jemanden, der die richtig leitet und vielleicht, dass wir hier ein bisschen strenger werden, aber ich glaub niemals, dass ich mit jemandem eine Familie zusammen scheppern kann, also zusammen scheppern, zusammenführen kann. In dem Sinne, das glaub ich, könnte ich nicht. Ja, wir können, also ich lass dich da auf jeden Fall mal eine Nacht drüber schlafen, weil wir würden das Ganze natürlich übernehmen. Wir haben da auch verschiedene Rollen, der... Ja klar, alles klar, geht. Okay, ähm, genau. Gibt's sonst noch irgendwer zu uns, Jungs? Hugo kommt gleich wieder. Kommt er gleich? Ja. Okay, ja, dann würde ich ja nochmal ganz kurz, äh, einen kurzen Moment warten, wenn das okay ist, ja? Ja, natürlich. Ich liebe über die Schuhe aus. Das ist ganz schlimm, ich hab so eine Pferdeserie, Alter, ich schwöre, Alter. Ich schwöre, ist das schlecht. Da merkst du, dass die Leute eher da sind, um so scheppern und nicht, um RP zu spielen. Sie haben doch eine TV-Serie, das hat ihr Kollege auch gesagt, ich immer so, was? Nein, ich hab über RP nichts mit irgendwie YouTube oder so zu tun, nichts, rein gar nichts. Schade, er hat nur wieder verpasst. Du kannst auch zurückspulen, das gibt eine Zurückspül-Funktion. Wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr immer, jederzeit zurückspulen. So viel ich weiß. Brauch mal eine neue Frisur. Axel, aus welchem Texture-Pack besteht dein Texture-Pack? Kann ich dir sagen, ähm, Misa und Sortex. Also wenn ihr euch Sortex holt, ist es fast gleich. Sortex hab ich sehr viel Text zugenommen. Ich sollte vielleicht mal auf meiner Website meinen Texture-Pack verlinken, so. Oder mal, am besten wäre, wenn ich fragen könnte, ob ich's veröffentlichen dürfte. Da müsste ich Sortex und Misa fragen, aber ich glaub, ich darf das nicht. Ich muss mich mal fragen, weil ich möchte ja keine Urheberrechtsverletzung begehen und irgendwas hochladen, was nicht mir gehört. Weil die Texturen hab halt nicht ich gemacht. Ist ja so. Und das ist das Ding. Da hat's nen Router geschmissen. Da hat's gerade live den Router wieder geschmissen um 1.07 Uhr. Das ist wieder perfekt. Jawohl. Das taugt mir. Das ist immer wieder rein, Alter. Das ist wieder vom Feind der Router. Da geht noch meine Liebe raus an meinen Lieblingsrouter. Ich nenne meinen Router ab heute Marvin den Router. Da ist jetzt Marvin der Router, hätte ich gesagt, ne? Perfekt. Ne, die haben die Zurückspulfunktion aus YouTube rausgenommen. Was? Die gibt's nicht mehr? Ach, laber nicht. Warte, das... Ich kann auch zurückspulen, die auf den... Warte, ist das vielleicht am Handy anders? Laber nicht. Die haben die Zurückspulfunktion rausgenommen. Vielleicht... Lass mal kurz gucken. Ich geh mal kurz auf meinen Livestream. Xion, so. Und jetzt geh ich da drauf. Also ich kann zurückspulen. Auch auf dem Handy. Ich kann auf dem Handy zurückspulen. Also die Funktion ist da. Die gibt's noch nicht. Also bei mir geht die noch, die Zurückspulfunktion. Das ist nämlich etwas, was sehr viele Leute auf YouTube geil finden, was es auf Twitch nicht gibt. Du kannst einen Stream zurückspulen. Die lügen. Ja, klar gibt's doch. Denk ich mir auch. Vielleicht haben die irgendwie an ihrer App was falsch gemacht und es gibt kein Zurückspulen mehr. Du kommst an deinen Router, genau. Perfekt. Totaler Schwachsinn. Ja gut, da wurde ich gerade angelogen im Chat. Der meinte nämlich, das geht nicht. Das war ein Joke. Ein toller Joke, Alter. Ich mach mir gerade Sorgen. Es geht nicht mehr, weil ich gesagt habe, man kann ja zurückspulen. Ich wurde geprankt. Danke für den Prank. Danke. Das war aber ein ganz... Wir haben alle gelacht. Das war gerade ein lustiger Joke, oder? Wo ist er denn hier? Man kann nicht mehr zurückspulen. Habt ihr gehört? Auf YouTube, man kann nicht zurückspulen. Wo ist das Publikum? Ja, ja. Danke, danke, danke. Und wisst ihr, was auch auf YouTube nicht geht? Man kann nicht mehr liken. Wo ist denn die Lache jetzt? Hallo? Ah, da ist sie. Danke, danke, danke. Und wisst ihr, was man auf YouTube auch nicht kann? Man kann auf YouTube nicht mehr abonnieren. Es ist einfach nicht lustig. Und ach, wisst ihr was? Und auf YouTube, das ist ganz lustig. Auf YouTube kann man keine Live-Streams mehr machen. Das ist unglaublich, ne? Und auf YouTube... Nee, komm, jetzt lassen wir es aber. War echt... Also ein lustiger Joke war das. Ein ganz lustiger. Ein Kracher. Ein absoluter Kracher war das gerade. So, weißt du, ich will den Leuten helfen, wenn sie fragen. Ich habe RLO verpasst und ich sage denen ja, dann spule er zurück. So. Geil. Ich hoffe, ich komme jetzt noch rein in die Lobby, Alter. Ich hoffe, das klappt noch. Zu lustig. Richtig, ja, lustig sind wir heute unterwegs. Hab gehört, auf YouTube kann man auch nicht mehr Socken zu... Ja, das geht auch nicht mehr. Kannst keine Socken mehr auf YouTube inhalieren. Das geht nicht mehr. Haben sie rausgenommen, die Funktion. Und auf YouTube gibt es auch kein YouTube mehr. Ja, das habe ich auch gehört. YouTube heißt jetzt nicht mehr YouTube, sondern Tube. Das heißt nur noch... Röhre. Du Röhre. Wissen Sie, warum YouTube YouTube heißt? Weil man sich selber broadcasten muss. Warum so viel Geld in GrandRP? Weil ich in GrandRP die... Ich habe ja eine Partnerschaft mit GrandRP. Ich bekomme da ja diese GrandRP-Coins. Bekomme ich ja gratis. Also ich kaufe die nicht. Ich kriege die von denen geschenkt. Und wenn du dann diese Kisten aufmachst, dann kriegst du ja auch immer ein bisschen Ingame-Währung raus. Und deshalb habe ich so viel Kohle immer. Also das ist halt... Auf YouTube gibt es kein Content-Manager. Sie haben alles gelöscht. Das ist das auch. Irgendwie komme ich nicht mehr ins Game rein. Ich habe irgendwas kaputt gemacht jetzt durch den Reconnect für meinen Router. Mein Router hat irgendwas zerstört. Ah, jetzt geht es wieder. Gut. Ich lock mich gerade ein. Ich kann auch nicht mehr kommentieren. Ich habe auch gehört, der Chat funktioniert nicht mehr. YouTube kostet 30 Euro im Monat. Kannst du mal einen Finstern-Stream machen? Vielleicht mal. Da hätte ich irgendwie mal Bock drauf jetzt. Weil Sputti auch gemacht hat. Kannst du mal auf Twitch-Stream? Ich habe gehört, YouTube ist jetzt Twitch geworden. Hast du auch gehört? Ich habe auch noch ein bisschen Money. Nee, das ist halt... Das ist Real Money. Du kannst ja keine Videos mehr gucken. Das ist unglaublich. Die haben einfach die Videofunktion ausgestellt bei YouTube. Jetzt kannst du nur noch Livestreams machen. Das ist schon gehört, Leute. Man kann auf YouTube keine Videos mehr anschauen. Ich sehe aber wirklich die Idee, die Abo-Funktion zu entfernen. Warum denn? Echt haben die die Idee. Also das wäre doch dumm. Man sieht sich manchmal, wie viele Abonnenten ein Kanal hat. Das wäre doch richtig dumm. Also ich glaube, das werden sie nicht entfernen. Für was hast du denn eine Million Abonnenten Playbutton oder so? Den Playbutton. Ergebotene. Ergebotene. So. Willkommen zurück, Leute. Wir gehen zurück ins Haus. Äh, Haus. Also hier denkt, was ist mit mir los? Ja, guter. Äh, hallo? Hallo. Ah, moin, moin. Ah, jetzt hören wir uns mal ein. Ich glaube, jetzt hören wir uns. Ja, hallo. Ah, siehst du mich? Ah, okay, okay. Ja, jetzt geht es endlich. Ja, jetzt funktioniert eigentlich ja drin. Ich habe mich gerade auch ein bisschen problematisch gehabt. Und jetzt, ja, guten Tag. Ja, irgendjemand macht Auge im Start. Also hier ist irgendjemand total zu Auge gemacht. Ja, ich glaube, ich habe vorhin ein Blunderstück verzehrt und seitdem habe ich Probleme mit den Ohren. Ja. Oh Gott, ein Rätsel. Ja, äh, was wurde dir denn besprochen? Weil ich war gerade nicht da. Nein, es wurde nur eine Gang-Fusion oder eine Familien-Fusion wurde gerade geredet, dass wir uns zusammen fusionieren und zu einer Gang werden. Mein Gott, ich zeig dich. Ja, ich fang, also ich fang einfach mal von vorne an. Und du kannst mich ja unterbrechen, wenn irgendwas schon gesagt wurde oder so. Oh, das ist unglaublich. Ich höre ja nicht von Jens. Wie bitte? Nee, der macht ja gerade einen Aufstand da drüben. Leise da drüben, wir haben gerade ein Gespräch. Ich muss sagen, dein Akzent, ich liebe dich wirklich. Ich bin aus Frankfurt hier eingereist und verstehe dein Akzent nicht so gut, aber ich muss immer mal so fünf Sekunden überlegen. Der hat mir vorher den ganzen Tag gekriegt, dass wir den Dad trennen sollten. Fingest du eigentlich den Homster, den ich heute bekommen habe, auch lustig? Den Homster? Ich glaube, das ist ein Homster. Ich muss kurz meine Brille ausziehen, dann sehe ich das besser. Ich ziehe kurz meine Brille aus. Der ist super. Oh, ne, mein Hund. So. Warte mal, da ich jetzt nicht mehr treten. Was steht da drauf? Weißt du, was noch cooler wäre, wenn das ein echter Homster wäre? Das ist ein super Homster. Aber das ist ein super Homster. Ja, krass. Das ist ein super Homster. Den habe ich halt dir geschenkt bekommen. Habe ich ihn gefunden. In der Post ist er drin gelegen. Habe ich ihn mitgenommen. Jedenfalls, ich habe deinen Kollegen, also das ist aber auf neuem Standbild. Ich habe den Kollegen erzählt, mit der Funktionierung wird du das wahrscheinlich nicht. Aber er hat gesagt, ich soll mal drüber schlafen. Ja, also was ich sagen kann, wir haben halt vor zwei Tagen mit Tobias geredet und wir sind halt hier in Frieden gekommen und haben uns, also was heißt, wir haben uns entschuldigt, weil das war ja von beiden Seiten ein Problem mit diesem 200K. Ja, da haben wir erst mal darüber geredet. Ja, da haben wir darüber geredet und später haben wir dann halt mit unserer, also unter uns als Familie nochmal darüber gesprochen, weil bei euch, also ich schien korrekt zu sein, zumindest als wir mit Tobias gesprochen haben, schien er korrekt zu sein. Und dann haben wir jetzt von mir gedacht, wenn der so cool ist, dann sind vielleicht oder hoffentlich auch die anderen so cool. Dann sind wir da halt nochmal hergekommen, haben euch geredet und haben halt unser Plan mit dieser Funktionierung so vorgestellt. Und was diese Punkte dabei waren, war, dass wir halt als Gemeinsames wahrscheinlich stärker werden. Vor allem halt unser OG, der gerade leider nicht da ist, der ist schlafen, hat halt, also seine Familie, ich weiss nicht, wir haben den Himmel, eine Bewerbung für die In-Off geschickt und dort sieht man unsere Geschichte. Da oben? Ja, ja, man sieht sich das über dem, also das in den Wolken versteckt. Sind Sie gläubig oder wie? Glauben Sie an den Gott? Ja, nein, nein, wir haben so einen Ballon und so einen Brief und der wird dann hochgeschickt. Und Sie glauben, das kommt dann direkt zu Gott in den Himmel? Ich, also, ich glaube es, ja, der Glaube ist es. Haben Sie schon mal Physik studiert? Eigentlich, wenn Sie überlegen, ein Luftballon, wenn der eine gewisse Höhe erreicht, platzt der und dann fliegt er wieder runter. Und dann kommt der Zettel unten auf der Erde an. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, vielleicht ist der genau bei der richtigen Person vor die Füße gefallen. Sie glauben, dass Gott auf der Erde wohnt? Nein, das glaube ich nicht. Aber keiner sagt, dass Gott wirklich im Himmel ist. Ja, aber warum halten Sie doch den Brief in den Himmel? Das verstehe ich nicht. Ja, aber er kann ja, also er kann im Himmel sein, er kann auf der Erde sein. Es muss ja nicht, er muss ja nicht an einem festen Standpunkt, also, ja, er muss nicht an einem festen Standpunkt sein. So, und wie wollen Sie doch wissen, dass der den Brief bekommen hat? Glauben Sie einfach daran, dass er den Brief bekommt? Den Glauben kann man halt nicht beweisen. Deswegen ist es ja der Glaube. Man glaubt etwas. Okay, also stimmt, man glaubt etwas, man weiß es nicht. Ja, es ist sogar mehr als eine Hoffnung, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, also haben wir auf jeden Fall diesen Brief, wie ich glaube, an den Himmel geschickt. Ja, was stand da drin? Wie bitte? Was stand da genau drin? Ja, da stand halt die Geschichte von unserer Familie. Und ich würde dir kurz so ein paar Sachen erzählen. Also unsere Familie ist ja Alcatraz und es gibt ein Gefängnis, welches Alcatraz-Hei. Genau. Und wir als Familie sind aus diesem Gefängnis ausgebrochen, als Familie. Und unser Familienoutfit ist die Farbe weiß, unsere Autos sind weiß. Und wie wir aus dem Gefängnis rausgekommen sind, war, dass wir von einem Polizisten einen weißen Kompass geklaut haben, einen weißen Löffel und einen weißen Messer. Und mit diesen Gegenständen haben wir Löcher gebaut und haben aus Regenjacken und ein bisschen Holz, die Regenjacken, auch die Farbe weiß, ein Boot gebaut und sind nach Los Santos gekommen. Das heißt, sie kamen ursprünglich von San Francisco? Genau, ja. Sie haben dort Scheiße gebaut, sind von Alcatraz her, aber dann... Nein, wir wurden unschuldig in Gefängnis gebracht, weil uns wurde von... Schundel in Gefängnis geöffnet. Nein, nein, nein. Warten Sie mal, ein kurzer Anhaltspunkt. Vor wie vielen Jahren soll das gewesen sein? Ähm, vor 20 Jahren war das... War vor 20 Jahren noch Alcatraz offen? Also vor 20 Jahren sind wir ausgebrochen, so rum. Ja, warte mal, vor 20 Jahren war doch Alcatraz nicht mein Betrieb, oder? Ja, ja, ja. Wir haben jetzt 2022, Alcatraz ist, äh, 19... Ja, Alcatraz ist ja erst im Nachhinein gegründet worden. Ja, aber der Ausbruch vor 20 Jahren... Da sind sie ausgebrochen... Das macht doch keinen Sinn, wenn sie vor 20 Jahren ausgebrochen sind. Wüssten Sie also 2002 von Alcatraz, aber 2002 war das doch gar nicht mein Betrieb, oder? Nein, leider habe ich mich, ähm, also ich meinte, vor 20 Jahren sind wir hier in Los Santos angekommen. Und wann sind sie ausgebrochen? 1900... Also unser OG, seine Großeltern, sind 1965 ausgebrochen. Ja, aber ich dachte, Sie sind doch alle ausgebrochen. Ja, ja, unser OG... Wie bitte? Ich dachte, Sie sind ausgebrochen, ich verstehe das gerade nicht so ganz. Ja, ja, unsere Familie ist ausgebrochen, richtig? Ja, Ihre Vorfahren. Ja, unser nächster Vorfahren, ja. Okay. Ja, so, okay, jetzt verstehe ich das. Also ich dachte, Sie wären ausgebrochen. Das hätte ja gar kein Sinn ergeben. Wir sind ja, wir sind ja die nächste Generation unter, also sind wir nicht so weit weg, genau. Achso, okay. Ist das jetzt solle Geschwister? Wie bitte? Ist das jetzt solle Geschwister, oder wie? Wir sind alle Brüder, oder wie? Weit, ja, weit es geht. Ich kann die Story auseinandernehmen, weil ich weiß, dass Alcatraz schon seit Jahrzehnten zu ist. Wir sind in anderen Richtungen geströmt, was auch immer. Und wir suchen halt noch die weiteren Familienmitglieder, die vielleicht ihre Söhne noch irgendwo haben. Aber, ja, wir suchen und hoffen, wir finden alle. Laut dem, was unser Großvater uns gesagt hat, sind es noch mindestens 20, die irgendwo sein sollen. Wir haben eine große Familie, ja. Und die werden wir hoffentlich irgendwo finden. Interessant. Ja, und Simon, deshalb wollen Sie mit uns fusionieren, damit wir mit dieser coolen Story da auf Gottesweise dann irgendwie, oder wie? Nein, nein, ich wollte erst mal nur erzählen, wer wir sind. Weil, wenn ich irgendwas vorstelle, musst du erst mal verstehen, wer wir sind oder warum. Unsere Familie, ja, genau. Okay, also. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ja. Wir wollten erst mal halt die Geschichte unserer Familie erzählen, damit du einen Grund, die du uns bekommst. Ja, natürlich. Verstehe ich. Genau. Ja, und jetzt erzähle ich mehr zu der Familie. Und zwar habe ich das erzählt, weil ich damit sagen will, wie stark unsere Familie als eines ist. Und wie stark wir diese Bindung haben. Weil ich weiß nicht, wie viele Familien hier in dem Staat solch eine Bindung, also so eine Vergangenheit hat, dass sie heute hier sich noch getroffen haben. Irgendwie keine Streitigkeiten haben, sich untereinander supporten. Es gibt Familien, wo hunderte von Leuten einfach hingegangen sind. Also vielleicht, weil das Haus so groß und schön ist oder weil die Autos so extrem teuer sind, was auch immer. Aber bei uns war der erste Grund oder zumindest das Fundament kam aus Zusammenhalt und Liebe, sage ich jetzt mal. Und halt natürlich, die Familie wählt man sich nicht aus. Deswegen sind wir halt eine Familie. Der Pico neben mir, der Fabi, der ist ein Hund natürlich, aber ich liebe ihn trotzdem. Achso. Okay, ja, wie gesagt, ich habe schon vorhin in dem Fabi gesagt bezüglich der Familie, dass ich mir alles nicht vorstellen kann. Okay. Aber er hat gesagt, ich soll einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen. Aber ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen, dass das funktioniert. Die Sache ist, wir haben heute schon mit Tobias geredet und wir dachten, er hätte dir schon alles erzählt, weil wir mit ihm natürlich alles detaillierter besprochen, weil wir, also Tobias zumindest wusste nicht, wann du vielleicht wieder aufwächst oder was auch immer. Und deswegen haben wir das Ganze mit Tobias erst mal besprochen und er hat versucht, dich anscheinend zu, also wach zu rütteln. Aber du bist nicht aufgewacht, also so kannst du rüber. Ich habe auch seine Nummer, ich habe die Chatzeit auf meinem Handy. Ja. Und deswegen haben wir das versucht, so kurz und knackig dir zu erklären, weil wir schon mit der Einstellung hergekommen sind, dass Tobias dir schon alles erzählt hat. Aber das Ding ist, wenn ihr fusionieren wollt, dann müssen wir in eure Gegend, in eure Familie. Das ist ja das Ding und das kann ich nicht machen. Darf ich, dürfte ich den Grund fragen, wieso das nicht möglich sein sollte? Warum das nicht möglich ist? Ich habe schon zum einen, also wir sind schon einmal fusioniert mit einer anderen Familie. Okay. Vor, ich glaube, überlegen. Vor einem Monat, doch, vor einem Monat sind wir schon fusioniert einmal. Wenn ich jetzt nochmal fusioniere, Na problematisch irgendwie ist. Also seid ihr unter deren Namen gekommen oder sind die unter euren Namen gekommen? Ne, ne, ist schon unter meinem Namen. Okay. Und ich will auch das so beibehalten. Ich möchte jetzt nicht die Familie so aufgeben und dann in eine andere Familie rein. Ich weiß nicht. Hat ja auch eine, ich sag mal, Story darunter, ne? Na klar. Ja, wir verstehen das so. Aber deine Leute kommen natürlich mit, also wenn die das auch möchten, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, ich möchte hier eigentlich meine Familie selber groß sehen. So wie man es am besten sagt. Aber uns fehlt derzeit das größte Problem an vielen Mitgliedern, die viel aktiv sind. Aber da müssen wir gucken. Müssen wir mal eine Sitzung machen, was wir da am besten machen. Das Problem ist, dass ich selber auch nicht drüber gucken kann, weil ich selber nicht so aktiv bin. Ja, das hat uns Tobias gesagt. Und deswegen haben wir gedacht, dass es ja umso mehr passt. Weil bei uns, wir sind 30 in der Familie, also wir sind 30 Brüder und eine Schwester. Und Gesundheit, Gesundheit. Knapp 50 sogar. Und ja, okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, wie gesagt, ich bin erstmal happy, so wie es ist. Und ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das was wird. Okay. Aber dann trotzdem fürs Angebot. Das ist so cringe. Cringe. Hallo. Prost. Jetzt hör ich schon wieder mal. Perfekt. Der Kollege hat gerade ein paar Kopfschmerzen. Ja, ich merke es gerade. Aufschluss, ich bin jetzt keine Spendung. Also, danke für Golden Sky für den Euro. Danke. Das ist Golden Sky. Ja, hallo. Ja, ich hör mal wieder mal. Hört man mich wieder? Ja, jetzt hört man sie. Doch, doch. Ja, also, da wird ja schon alles erklärt. Also, hoffentlich. Ich war ja nicht da. Und da entsteht nicht so viel Interesse. Vielleicht kann Tobias ja nochmal mit dir reden. Unabhängig von uns. Ja, also das rede ich mal mit ihm. Aber ich bin jetzt noch nicht so, ich sag mal. Überzeugt. Nee, nicht so. Ja. Also, das Einzige, was ich nochmal sagen wollte. Letztes Mal, ne? Wo wir, äh, wo, 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 wo die Waffe gegen uns da gerichtet wurde im Haus. Mhm. Ähm. Folgendes. Wenn ihr ein Problem habt mit irgendwelchen Mitarbeitern bei uns in der Familie, dann könnt ihr zu uns kommen und sagen, wer das Problem verursacht hat. Weil wir haben sehr viele. Und es gibt auch Leute, die scheiße bauen. Wir haben sehr viele Leute auf Probe. Und wenn die scheiße bauen, muss ich ihnen ehrlich sagen, da können, da können die Leitungen öfters nichts dafür. Ich weiß oft nicht, worauf es geht. Dann kommen Leute zu mir und sagen, irgendwer hat ihnen das Bein gepisst. Dann frage ich, wer ist es? Sagen sie, wissen sie nicht. Ja. Ja, das war auch das Ding bei uns. Also, einer von uns wurde ja auch von, also einer von euch hat den irgendwie provoziert oder so. Wir wissen halt auch nicht, wer das war. Nee, das war auch eine Geschichte. Ich könnte es nochmal die Geschichte erklären, wenn es direkt war. Ich glaube, das musst du nicht mehr erklären, aber ich wollte einfach nur damit sagen, wir wussten halt selber nicht genau, wer das war. Also, das ist schwierig. Genau, gerade weil ihr so viele auf Probe habt, wie du sagst, kann man das ja nicht identifizieren. Ich fand es dann halt blöd, dass man das nicht dann so klären konnte, weil man da gleich mit Waffen und so ankommt. Und vor allem, ich konnte den einen nicht verstehen. Und dann habe ich ihm halt immer so ein bisschen ins Wort, weil ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe den nicht verstanden. Kein Wort. Und dann hieß es, ja, sie tun hier immer ins Wort reinfallen, jetzt reicht es, jetzt werden wir uns halt Waffen gegen sie richten, jetzt nehmen sie mal alle die Hände hoch. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das Ding ist, ich habe den Herrn nicht verstanden. Ich habe seine Geschichte nicht verstanden, weil der so leise war und das hat er nicht verstanden. Da sind die richtig durchgedreht an dem Tag. Mit der Maske, war das der? Mit der Maske, genau. Ich habe den nicht verstanden. Mit der Perchmaske wieder. Genau, ich habe den nicht verstanden an dem Tag. Gar nichts. Ja, der hat auch immer so ein paar Stimmprobleme, also den hört man generell ein bisschen. Ja, aber dann fand ich das so komisch, dass es dann hieß, ja, sie unterbrechen die ganze Zeit, jetzt machen wir da mal die Waffen in die Fresse und dann Hände nach oben. Das habe ich nicht verstanden, weil ich wollte das eigentlich klären an dem Tag. Und dann rastet der aus, weil ich den halt nicht verstanden habe. Ja, weil ganz ehrlich, was soll ich denn sagen? Soll ich denen sonst einfach die ganze Zeit zuhören und dann höre ich die nicht und verstehe gar nichts? Oder soll ich denen das Wort fallen und sagen, ich verstehe sie nicht? Kannst du es nochmal wiederholen? Ja. Ja, ich wollte es halt erklären, ich wollte es erklären, dann ist es halt reingeplatzt und ja, es war ein bisschen stressig, alle haben irgendwie durcheinander geredet und dann wurde alles ein bisschen stressig, keine Ahnung. Ja, ich sage, ich will da keinen Stress haben oder sonst was und wenn ihr ein Problem mit irgendwen habt, dann kommt ihr zu mir und sagt, was da los ist oder kommt ihr an Kollegen und dann können wir da gucken, wer das ist und dann schmeißen wir den raus. Wenn ihr irgendwelche Stressprobleme mit irgendwen anfängt, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne, ich glaube, das ist da was anderes klingt wie, es gibt anscheinend etwas mitgerückt auf so eine Familie, die quasi aus unserer Familie ausgibt, aber nicht unsere Familie ist und das machen es auch nicht andere Familien. Also ich war der Kollege, der von anscheinend, sage ich jetzt mal, euren Leuten bedroht wurde beziehungsweise versucht, die haben halt versucht, mich zu scheppern, die waren halt im Anwesen und das war halt so ein blauer Wagen, relativ tief gelegt und weißer Wagen. Ja, was ich mitgerückt habe, dass die Familie immer sehr gut getarnt ist, dass anscheinend suchen die ja schon viele Familien und es gibt ein hohes Preis gehört schon, anscheinend was ich so mitgerückt habe und das stimmt. Und das machen es auch mit anderer Familie, nicht nur mit uns und ändern auch Standorte fast täglich wahrscheinlich. Also vielleicht war das das da, was kann ich mir auch vorstellen, dass das die Situation ausgelöst hat, aber ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt 100% stimmt. Und ihr halt so für mich gekriegt haben. Den blauen Wagen habe ich tatsächlich in der Nähe schon mal gesehen, aber ich habe den Namen leider vergessen, den wir waren, gehört. Ja, ich geheißen, dass es seine Fonds, also ich will mir nicht vorstellen, ich würde es reinwerfen, halt. Naja, wenn ich ihn auf jeden Fall mal sehen sollte, dann komme ich nochmal auf euch zu, ja? Ja, bitte machen wir das so, machen wir das so. Aber wie ihr gerade gesagt habt, es gibt anscheinend Leute, die sich dann aus uns ausgeben. Ja. Oh, das ist ja auch nicht so gut, wenn die sich aus uns ausgeben, dann sind das nicht die, also ist halt ihr. Muss mal gucken. Ja, ja, schauen wir dann nochmal. Gut. Sollte Fragen öffnen? Äh, bei mir wäre es alles gut, hast du noch irgendwas? Ist er bei mir? Ja, extra. Die anderen denk ich mir auch nicht, dann passt's. Da bauen wir doch durch, oder? Gut. Kogu, man hört dich nicht. Nee, man hört dich wieder nicht. Also, äh, ich glaube ich, wieder auf Verkaufschweizen. Hallo, jetzt hört man sie wieder. Ja, ich wollte einfach nur sagen, ähm, wir müssen jetzt einfach mal auf Tobias warten, vielleicht sagt, er kann dich noch überzeugen, aber... Ich glaube nicht. Aber du glaubst, ich glaube ja auch an den Himmel, du glaubst an sowas. Vielleicht kann man das auch nicht. Jeder glaubt an seine Sache. Nee, gut, dann brauchen wir doch durch, oder? Ja. Ja, dann wer ist er dann? Gut. Okay, dann, äh, ja genau, wir bedanken uns trotzdem für das Gespräch. Und... Jo, ebenfalls. Ja, hoffentlich aber im Positiven. Ich will keinen Stress mit irgendwem. Ja, natürlich, 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 natürlich. So. So, dann noch eine angenehme Nacht, ja? Jo, ebenfalls angenehme Nacht. Jawohl, ebenfalls. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Tschau, tschau. So, kann der Lover weg? Ja. Enttitel steht Relief Online und, äh, GAP. Ähm, Jens, ich würde das rausklicken, wieder zusperren. Jawohl. Machst du das, was soll ich? Ich kann das noch machen. Achso, mach ich das hier. Gut. Ich dachte, du kannst auch. Perfekt. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, schau, was mich hinkriegt. Ja, weil es gibt ein paar Sachen, was wir besprechen sollten. Achso, dann sagt er. Ja, soll man das drin machen, oder? Wir können es auch dreisen besprechen. Jawohl. Der Tobias hat mal und der Herbert haben ein paar Sachen gesorgt. Also, erstens, wir brauchen mal ein paar Autos, die muss man versichern müssen. Vier Autos ungefähr, damit man die draußen vor der Store hinstellen kann. Das ist ja auch nicht. Ja, aber welche? Ist das egal, welche Autos? Ja, ich weiß nicht, wir haben vier Autos, aber welchen da weiß nicht, dass man halt vorne ein bisschen was hinstellen kann. Dann müssen wir halt so ein SAP fahren und das da machen. Ja, aber wir haben da so viele Autos drin, oder brauchen wir die alle? Nein, brauchen wir nicht, oder? Ich verstehe nicht, weil wir haben so viele Autos in der Garage gerade drinstehen, warum man die nicht rausnehmen, da haben wir genug zum raus hinstellen. Ja, aber ich glaube, die dürfen mal nicht draußen stehen, weil die sonst druckgeschleppt werden oder so. Ja, aber welche Autos, wenn man dann, ich bin ja trauriert, welche Autos, wir müssen vier Autos kaufen für die Firma. Nein, nein, kaufen, einfach versichern lassen. Vor unserer Autos, einfach aufzubringen zum SAP und die dann versichern lassen. Ach so, damit die immer versichert sind, ist doch nicht kostenen Stehen. Ja, ich glaube schon, ich war es auch nicht genau, das funktioniert, aber so ist es mit so, wenn man das meint, ja, müssen wir gucken. So, soll ich auch wieder bezahlen? Ja, ich müsste gucken, äh, weil ich habe die Autos ja nicht versichert, aber ich habe die angemeldet, das ist das, was ich gemacht habe. Ja, genau. Sonst müssten wir irgendwelche billigen Autos versichern, weil das Problem ist, je teurer die Autos, desto teurer die Versicherung. Ja, genau, also, wir müssten in der Olle machen, wenn es vier sein oder drei oder vier oder so oder fünf, genügt das vollkommen, sonst hat er immer ständig so viele Kosten treffen, so. Ja, sonst können wir, wir sind jetzt zu dritt, sonst fahren wir zu dritt mit drei Autos so und versichern die einfach. Ja. Machen wir das schnell. Dann fahren wir mit drei Autos so. Ich packe schon die Kiste ein, oder ich glaube, ich lasse die da stehen dabei. Das ist schön. Sehr. So, die Frage ist, was können wir gut fahren, wie wärst du mit der G-Klasse? Durch die G-Klassen, oder? Ja, da müssen wir gucken, wobei die kann ja auch nicht jeder fahren. Nö, die kann nicht. Ja, wir bräuchten sonst Autos, die die Leute fahren können direkt. Lass mal schauen. Das ist 11. Ich meine, sonst könnten wir die billigsten drei Autos hier nehmen. Ja. Dann nimm mal die, passt schon. Dann ist die Versicherung auch nicht so teuer. Dann nehmen wir die drei hier und dann fahren wir raus. Achso, ja. All kannst du fahren. Ich glaube, ich kann nicht fahren. Ne. Ja, dann müssen wir zu Arme fahren. Warum kannst du nicht fahren? Äh, ja, ja. Ja, ja, das ist grobe. Grobe. Pass auf, ich mach sonst einfach Upgrade schnell. Warte. Jo. So. Gut. Mein Gott. Ja, wir kommen, wir kommen im Club, wir gehen jetzt gleich mit dir. Schönen Tag. Scheint neu zu sein. Ich muss den Funk an. Check, check. Funk. Ah, perfekte Mikro-Zonk. Perfekt. Äh, oh, mein Tank ist gleich leer, ne? Bestimmt, meine Art. Ja, hast du Kanister dabei, im Fall der Fälle? Ähm, nah, aber auf dem Weg ist der Tank, stimmt. Ja, ne, da werde ich mal lang dahin, aber ich schaue es nicht. Ne, ich habe auch kein Kanister, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das geht sich aus. Dann melden wir mal die drei Autos an und dann, äh, passt das. Machen wir mal drei angemeldete Autos. Ah, versicherte Autos angemeldet sind es, ja. Die drei günstigsten KFZs, die Skid-Bones, sind halt echt günstig. Aber so viele, vielleicht sollten wir ein paar Autos nachstellen. Ich muss ja noch aus der Versicherung holen. Das ist ja meine, meine Aufgabe. Autos kaufen, Autos aus der Versicherung holen. Äh, das muss ich ja alles managen jedes Mal. Aber hey, immerhin geiles Autos. Aber hey, immerhin geiles Autos. Ach, komm. Jetzt Kanister. Na, nicht nach hinten. Oh, nee, das ist nach hinten einsteigen. Ich bin immer so auf Poppis. Also, wenn ich was ändern könnte auf Grant, dann wäre es das hinten einsteigen. Los geht's. Auf geht's, sagt Palito, Leute. Uh, uh. Der Palito-Zug geht los. Jetzt muss ich, muss ich Ken sagen. Ich möchte nicht mehr kann, gell. Einfach Ken. Vergiss, Ken-Vibes. Boah, fuck, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch Leid da haben. Vielleicht geht das jetzt noch mal in Wasser. Ja, probier mir halt, wenn nicht dann halt nicht. Ja, wir sind unter anderem. Werden die U-Zert passen? Ja, schau mal halt mal, ne? Was hältst du von der Aktion oder von diesen Alcatraz-Leuten? Boah, ich kann eigentlich beide Seiten voll verstehen. Also, ich sehe, ich bin üffend. Und ich bin mit der nachführende, die sind auch für die korrekte Typen. Aber ich kann auch der Sicht verstehen, wo du sagst, du willst das alleine machen. Oder, dass du das, ähm, uns übernehmen willst, alleine dran findest, wie läuft das auch für okay. Ja, alleine will ich es anders übernehmen. Es geht nur darum, ich möchte nicht die ganze Gruppe aufgeben oder denen das übergeben. Und ich kenn die gar nicht. Ja, eben. Und ich, am liebsten hätte ich halt jemanden, der was hier komplett aus Vize managen kann und immer da ist. Aber da müssen wir aber ihn suchen, der immer da ist, ne? Findet man so jemanden? Das denn ist der Handy. Das ist auch nicht recht, Hufto. Das ist das Problem. Aber ey, da müsst ihr echt jetzt fragen, wer ist denn immer da? Wer kann das immer managen? Was steht dir vor? Du hast jemanden, der immer da ist. Ja, ähm, Tobias, Herbert und so. Die sind Hufto. Okay, wow. Bei Tobias ist das Ding, wenn der schon mit denen da so zusagt, da ist ja ein schlechtes Gewissen irgendwie. Ich würde halt niemals auf die Idee kommen, so. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Der Herbert, der ist auch immer auf da und der sitzt ja auf in die Frühe. Aber wir müssten ihn suchen, der wirklich, vielleicht sollten wir eher Qualität statt Quantität davor, was ja ein bisschen anders bei uns, haben wir gesagt, stellt alle ein auf Probe, was geht. Ja, dann ist es so wie bei uns, wir haben einen Nice-Grupp-Klitter-Frost. Ich glaube, er weht über die Hälfte, er war noch nie da. Genau, und deshalb hätte ich gesagt, wir machen jetzt einfach die Qualität Offensive, wir holen die raus, die nie da sind und die, die da sind, bleiben. Und dann stellen wir wirklich Leute noch ein, die hier wirklich gut dazu passen. Also nicht mehr so wie der Frau. Weil davor ich dachte, das Beste ist, um zu wachsen, so viele wie mich einzustellen, aber ich habe ein bisschen falsch gedacht, ne. Da haben wir Qualität vor Qualität gemacht, aber wir sollten das vielleicht anders machen. Das ist ja dann schwierig, weil man danach schnell überrequilliert. Das stimmt auch wiederum. Vielleicht sollten wir einfach eine kleinere Gruppe werden, dafür halt aktiver. So, ey, die sind da. Ich glaube, es sind sogar noch Leute da, wenn ich ganz ernst bin. Was es gut ist, geht. Keine Ahnung. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich schaue mal zu dem, ob das bei dem geht. Okay, das Fahrzeug muss in der Nähe sein. Das ist Kennzeichen, ich muss mich mal gucken. 3JTP, so, da funktioniert das. So, der ist versichert, der Wagen, der erste. Ist das ein Problem, oder wo ist denn das dritte Fahrzeug? Das holen wir auch gerade. 3KMF. Da stehen auch nicht. Ich sehe nur zwei. Welchen siehst du nicht? Welchen Wagen siehst du nicht? So, der ist abgestattet. Also, ich sehe die anderen Wagen auch nicht. Ich sehe nur die zwei hier. Stehen die in den Wagen drinnen. Mein Gott, ich hätte da gerade hergefahren. Ja, bei mir steht da kein Auto. Bei mir steht da kein Auto. Ja, ich steig mal ein und komm mal neu her mit der Kiste. Ich steig immer hin. Also, Geh mir, geh mir danken. Geh mir danken für das Schnittsland. Geh mir danken. Also, ich kann ja nur die Versicherung machen, wenn die da steht. Ich weiß mal, was man hier anguckt. Cool. Ich guck mal, du willst was, hm? Das sieht ja richtig geschitten aus. Ich wollte mir das hier mal ansehen von denen. Ich war hier noch nie. Ich guck mal das hier mal an. Das sieht ganz lustig aus, hier drin. Ich bin ganz schick hier drin. Ganz geräumig. Der ist doch immer nicht da mit der Kiste, ne? Hallo. Schönes Auto. Schöner M3. Schick, schick. kann da rein gehen sind jetzt die art ist jetzt so versichert die zwei sind versichert er müsste den dritten holen hallo sechs jetzt weiß ich nicht mein gott das können wir doch vielleicht ein englischen herrufen es kann doch nicht sein dass wir die karren nicht sehen doch also mal probieren ist wirklich nicht da warte mal ich habe die idee pass mal auf mich hallo kannst du mir sagen welches kennzeichnis auto hat ja ich kann mich nicht an 600 perfekt ich habe es versichern können also auch wenn wir es nicht sehen ist es versichert also die drei autos haben jetzt eine versicherung perfekt mein gott und ich stehe schon wieder hinten ein sieht man einsteigen hau hau hilfe er ist schon komplett auf der zweifel wieso bin ich gerade so wir sind so ein auto nicht das ding jetzt sind wir ploppen hinter uns oder blub 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 ach keine ahnung doch sie nicht mal dich so weg fährst mit dem auto ne hallo bei uns stehst du immer noch am pedi drüben ah jetzt sind wir dich wieder jetzt sehen wir das auto auch wieder gut gut ah ja perfekt ich glaube das ist wohl dass so viele autos drüben standen ja kann sein kennst du den fliegenden elch kennst du den fliegenden elch ja jetzt kennst du den ich bin reingefahren hehehe aber da kann ich reinfahren so bin ich wieder da fliegende elch ich wollte den eigentlich von der straße weg drängen na soviel dazu kennst du den fliegenden elch oh ne ach 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 ressourcenübernahme familie blue raven hat die ressourcen damm übernommen ja ich hab auch mal einfach eire aufgenommen ich hab auch mal eire aufgenommen ich hab auch mal eire aufgenommen auf einmal wird das pupf weg vorsicht ja ja dieses maß muss die komisch ha ja ich hab einfach mal den damen übernommen habt ihr gelesen familie blue hat den damen übernommen rausgekriege war ne militärbasismittlung äh traust du dich trauen von der militärbasis also ich werd mich trauen wollen wir das mal probieren wir wären da ich komm mit warte ich komm drauf ich war da vor jahren mal drauf ich war für kurze zeit beim militär ich schau mal was die machen wenn ich da drauf war ob die mich weg haben wollen oder nicht ich frag einfach morgens nicht nach also sieht fast so aus als wäre gerade keiner da wir können ja mal reingucken wir werden festgenommen wir werden festgenommen wir werden festgenommen vielleicht kenn ich das sogar noch wenn ich von früher schau mal dorthin vielleicht sind da leute was machen sie bei uns im militär ich guck ja nur mal gucken ich würde so feiern wenn jetzt wer da wäre wir sind grad in einem illegalen gebiet wir dürfen sie nicht aufhalten Leute das ist äh strengstens verboten hier ich vermute mörder ist aber keine mal gucken oder doch da ist äh milität polizei ich glaube wir haben uns verfahren hey guten tag die damen wir haben uns verfahren ich ist ja ich habe eine frage wir sind ja hier gerade wir suchen den strip club lazy gibt es den hier ich würde hier raus wandern an eurer Stelle Ja ok, dann fahren wir heute raus. Danke! Hat jetzt aber ganz schön nicht rausgewunken. Den Strip klug. Aber ich glaube, der ist noch komplett alleine. Das Gefühl habe ich gerade. Wer sonst ist der Herr? Militärpolizei? Ich hoffe nicht. Ich habe mich blaulicht angemacht. Oh, das war aber easy. Wir sind einfach reingefahren. Also gesagt, ich würde mich jetzt hier nicht aufhalten. Ich habe mir voll gechillt. Ich dachte, ich werde vielleicht umgeballert. Auf RNO bist du da drinnen umgeballert, wenn du da bist. Also, heftig. Da habe ich schon mal Zeit erwartet. So ein Netter war das aber. Bei der Tür geht immer auf den Pop. Die ganze Zeit, ding, ding, höre ich die ganze Zeit. Da habe ich auch Bock mitfahren. Oh ne, der macht mir die ganzen Sachen weg. Ich will selber. Geil. Ding, ding. Xun, du bist der Beste. Danke schön. Ey, Jungs, wir werden verfolgt. Ja, dann halten wir einfach an davon. Einfach anhalten. Einfach anhalten und gucken, was die machen. Das ist doch der BNB von vorhin. Ja. Der war doch schon irgendwo am Palito. Fangen wir mal da hin, machen wir es mal an. Das ist doch der BNB von vorhin. Jetzt leuchten die Schilder. Äh, die Schilder können leuchten. Lass es mir neu, dass Schilder leuchten können. Okay. Maximon hört dich nicht. Mit 171 durch die Landschaft. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Mit 171 durch die Landschaft. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Da sind wir aber gleich stordern. Und fangen wir doch noch mal rechts rüber. Wir fangen bei dem 1 zu 7 vorbei. Also bei dem alten 1 zu 7. Jetzt hier vorbei. Okay, einfach wenn ich in der Hepperwett. Das ist schon laut noch mal hier drin, ne? Weil ja alles fehlt. Wir können die Bomaten machen. Hallo, komm mal da hin. Das Fahrzeug verfügt nicht über einen Autopilot. Das Fahrzeug verfügt nicht über einen Autopilot. Oh, da brennt. Ui. Ja, guck mal hier. Ui. Vor allem wieder geschlafen hier. Ich fahr eigentlich bei den 7 vorbei bei dem alten. Schau mal ob da noch wer da ist. Auf dem Grundstück. Ich denke mal ja. Oder auch nicht. Oder schau mal ob wir das kaufen könnten. Das wäre geil. Schau mal schnell rein. Schau mal schnell. Was kosten würde, wenn wir das haben wollen. Pass Nummer 6. Gesamtwert. Ah, 21 Tage bezahlt. Versicherung 25 Tage. Jean-Pierre. Oh, JP wohnt hier. Ist das der Jean-Pierre? Hm. Das würde mich fragen. Ob das der Jean-Pierre ist, der hier wohnt. Jean-Pierre Crema vielleicht. JP Performance. Ähm, was hat es denn? Das hat sich schon mal anwesend. Nein, ich bin noch unterwegs. Ich bin gleich stark. Ah, okay. Dann können wir die gleich raus am Stellen lassen. Und die jetzt sind für sicher sein. Ich brauche 3 Kilometer. Die geil wird langsam fast wie du. Ja, ich hab auch noch viel dankt. Ja, passt schon. Ist passt schon. Wir sind gleich da. Gleich daheim. Gleich zu Hause. Wir müssen hier doch noch verhelfen bezüglich Autos. aus der Versicherung holen. Ähm, du kannst ja... BD, was kann ich? Zurückrufen, oder? Hast du halt zurückrufen? Ich muss die abhören, die Autos. Ne, aber schau mal. Ja. Das Problem, was wir haben, ist unsere Garage, die funktioniert nicht ganz. Wir haben da schon mal in Engel drüber geredet und sie haben gesagt, sie arbeiten dran, aber... weil... Ja. Wenn man auf die Stellplätze kann, super frisch ist. Okay, verstehe. Das ist schlecht. Ich kann's jetzt nur alle Autos zurückrufen einmal und gucken, ob's... Ne? Das kann ich machen. Aber wir haben sie doch schon mal mit Engel aufgeschaut. Ja, ich... Ich probier's nochmal. Mal probieren. Probier ich mal alle Autos zurückrufen. Das ist schlecht, wenn das nicht funktioniert mit den Autos, wenn die Garage broke ist. Nee. Also, ich kann doch hier alle Fahrzeuge zugrufen, so. Ah, nicht hier. Die, 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 die Gänge, die, die Gänge, die, die Gänge, die Gänge, die Gänge, die Gänge, die Gänge nicht. Hm... Ich lass Lager, Fahrzeuge, die von Ende sind alle Fahrzeuge... Fahrzeuge Management. Ähm... Wo war das nochmal? Ähm, wo war das denn nochmal? Rückgabe von... Ah, hier. Was sind's doch? So, warte... Nee, ich... 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 ich müsste noch zur Versicherung fahren, dann kriegen wir die doch zurück rein. Das ist alles. Ich fahr schon zur Versicherung. Morda, schnell. Man hört euch nicht. Ich fahr schon zur Versicherung. Ja, ich fahr ein wenig. Dann kann ich rein und Auto zu fahren. Also, können wir ja eh alle wieder zurückholen, das ist so das Ding. Ja, weil... Da kann man hinten ja zukaufen und das ist dann, wo die Autos in der Versicherung waren. Ja, das ist... Also, seien. Aber... Du hast die letzten uns dann eh zugerufen und wir haben die dann trotzdem nicht zugerufen können. Das war Instagram. Keine Ahnung. Das ist ein riesiges Problem. Ich dachte, eh wegen... Weil du hast dann eh alle... Ja. Nee. Nee, du hast dann eh alle zugerufen, aber es ist dann immer noch nicht gegangen. Und das ist bis jetzt irgendwie nicht... Das heißt, die Autos, ihr könntest lieber nicht reinsetzen, oder wie? Also, ähm... Die... 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 Die Plätze, die jetzt frei sind, ähm... Schau, aber... Die sind jetzt... Wie viele sind denn das? So... 3... 4... Ungefähr... 4... Oder 3... 4... 5... Stellplätze und die sind halt die meisten GT 63. Und jetzt haben wir halt nicht da einen GT 63 getan. Ja, verstehe ich. Ja, scheinbar. Aber wenn da ausschauen, die Leute kaum sind, dann... Passt das schon immer an. Die werden arbeiten, dass es funktioniert, aber es auch blöds jetzt grad. So... Ich bin mal gespannt, was ich heute zahlen darf hier beim Abschleppel. Was ich nicht gekriegt hab, ist das glaube ich gar nicht so viel. Aber ich hab da schon Millionenbeträge gelassen. Hey, du willst mein Auto auf? Let's get with it then! Ja, fast eine Million taggelassen jetzt. Fast eine Million gott gezeigt. Okay, sehr gut. Let's get with it then! Gut. Aber zurück. Bösser bist du noch? Ja, das ist nämlich gerade nicht. Das ist gerade raged. Wohin jetzt der Auto ist da rein, ist das sicher. Äh, Abschlepper. Bitte? Wohin jetzt der Auto ist da rein, Abschlepper. Ne, ich glaub die sind wieder zurück. Aber ich hab sie rausgeholt, aber fast eine Million gott bezahlt dafür. Ah, scheiße. Für drei Fahrzeuge, ja. Es ist teuer, es ist wirklich sehr teuer. Vielleicht sollten wir mehrere Fahrzeuge versichern dürfen, aber... Ja, ich glaub das ist insgesamt nur der Wert. Glaubst du? Ja, wollen wir... 20 Autos haben oder 15. Je jetzt versichert, das wird schon der Wert, glaube ich. Ja, aber trotzdem. Die Versicherung läuft 30 Tage, glaub ich, ne? Mal gucken. So. Ich hoffe immer, dass alles dann in der Garage zurück ist. Wenn nicht, dann schau ich nochmal. Aber... Mal gucken. So. Das kann ja nicht gut sein. Hm, die kann ich nicht zurück bringen. Dann war eigentlich das weg. da fehlt ein fahrzeug sich gerade das problem ja und davon aus jetzt genau ja da fehlen mehrere du hast jetzt endlich oder zukunft das heißt eigentlich muss man den zukunft zu können aber die sind weg die alles wie weg ich könnte was probiert ich könnte mal neu einparken probiert mal probieren hier so ich praktisch uns einfach nur ein oder so immer ja so muss ich die klassen durchgehen das sind drei klassen mit dem kennzeugen muss ich gucken 2e und äh 2e 7e so dann tun wir da nochmal umparken das ist ja mit dem 3x jetzt passiert das ist ja mein privater den tue ich weg okay das sind die 600 drei stunden zwei stunden sechs sekunden acht minuten vier stunden das müsste da sein der fehlt ein x7 wird er und x7 müsste ich ich muss immer gucken mich den um parker der stand dort und wenn ein paar gestehen um kurz gucken oder der ist vielleicht auch nicht hier stehen die ganzen x7 platz immer noch drei stück das ist der mit 8j den merke ich mir 8j jetzt tja ich glaube jetzt sollten die wieder funktionieren häufig mal ich müsste mal drüben gucken ja ich muss fahren habe ich den freigegebenen wagen kurz gucken familienmanagement fahrzeugmanagement ich glaube den roll sie habe ich nicht freigegeben doch rang 6 rang 6 die rolls die zwei mhm die habe ich freigegeben ich glaube das passt jetzt wieder so ne perfekt dann funktioniert das wieder ich weiß auch nicht was er kaputt gegangen ist aber jetzt sollten die alle wieder funktionieren die autos ja perfekt ich hoffe das ist dann zu mir wenn wir nochmal drüben auch ja das passt ja das sieht gut aus gut gut ok kann man jetzt rausnehmen dann passt das dann gehen wir mal weg hat bis jetzt gedauert das oben zu platzieren aber jetzt haben sie wieder spaß mit den autos dann heißen wir wieder hallo die autos stehen jetzt wie sie sollen wie eine 1 was machen wir jetzt ganz kurz mit städtchen ich würde noch bisschen was sagen ähm ähm der herbert und Tobias haben wir gefragt oder generell die leid ob du vielleicht ein bisschen Geld auf seinem millionkonto da jetzt ein kostet das ist anscheinend wieder sehr ein minus ja kein problem ich fahr zur bank und du es rauf mach ich gleich perfekt ich fahr gleich ja also machst du jetzt gleich kann ich jetzt machen kein problem ja passt dann warte dort perfekt ja kannst du auch mit kommen ist das problem ja passt dann komm ich mit mit guten Tag hallo kommen wir eher noch weiter helfe naja der Jens wenn es kennt mich woher kenn ich sie denn äh wir kennen uns Markus Stecker Ah, Markus, servus. Guten Tag. Woher erkenne ich dich noch einmal in Markus Stecker? Ich bin derjenige, der angeblich heute dich angezogen hat. Ach so, stinkt der Herr Stecker. Ne, sie haben dich ja nicht eingezogen. Ich dachte nur zu dem Moment, wo dir gesagt hat, die sind weg, dann sind sie weg. Und es wurde ja gesagt, dass es für die Familie sein soll, dass es ein Vorteil für uns ist. Was hat ja nie funktioniert, so wie ich es mitbekommen habe. Ja gut, die Kosten waren A, immens, die 55 Millionen. Genau. B, wollte ich mal klarstellen, dass ich die Familie nicht verlassen habe. Oder eher gesagt, die 10 Millionen bekommen habe und danach die Familie verlassen. Sondern allgemein den ganzen Stress, der ja über die Wochen, Monate hier passiert ist. Oder der immer noch aktuell wohl ist. Ich weiß nicht, aktuell Stress. Jetzt haben wir das geklärt mit der einen Familie. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt mit Stress gerade aussieht. Es gab jetzt nur einmal den Konflikt mit den einen da oder sonst. Ne, ich bin halt einfach nur aus dieser nervigen Stresssituation einfach rausgegangen. Ach so, verstehe ich. Die 10 Millionen, ja, kann ich wieder zurückgeben. Das wäre kein Problem. Ne, dieses Problem. Brauchen sie nicht. Also wieso wollen? Ne, brauche ich nicht. Können sie behalten. Sie haben ja selber viel genug ausgegeben dafür und es hat sie eh nichts gebracht, wie ich mitbekommen habe. Oder halt nur wenig. Ja. Ja. Ja, die Schutzgelder allein schon. Da kommt schon eine gute Summe noch zusammen. Ne, das können sie behalten, das Geld. Okay. Ja, wie sie möchten. Ne, wie soll ich zurückziehen? Ich bin hier, weil ich das mal klären wollte, bevor ich hier weiter als Abzieher abgestempelt werde. Ne, werden sie euch jetzt dran. Mein Gott. Herr Gurt. Nächster rein. Guten Tag. Hallo. Schönen guten Abend. Äh, ich wollte fragen, ihr Freunde und ich wollten, äh, der Familie weiter zu uns vorstellen. Jetzt ist gerade schlecht. Jetzt ist gerade schlecht. Moor kämpft Moor wieder. Jetzt kann man gerne Moor. Aber warum geht's dir gerade schlecht? Nein, jetzt geht's jetzt gerade schlecht. Bitte? Wir haben noch bis Oster erledigt. Habt ihr gerade... Habt ihr gerade ein bisschen Feierabend? Ja, der. Kämt's auch noch morgen wieder. Und seiner wird's. Sie kenne ich schon. Ich kenne sie. Ich kenne sie. Für heute. Ich habe sie heute getroffen. Ja, ich glaube, dass ich die auch kenne. Ich habe sie heute angemiaut und angewälzt. Sie wollten mir ein Auto verkaufen. Jetzt kommt noch wer. Kommt rein. Das ist der von vorhin. Warte. Oh mein Gott. Das ist der von vorhin. Das ist der von vorhin. Der war schon von vorhin. Den kenne ich schon. Warte. Ja, warte. Den kenne ich schon. Ich habe nichts. Ja, warte. Ich habe ein bisschen was. Warte. Ich habe auch noch was. Als erstes auch was. Perfekt. Ich habe es selber. Ich habe es selber. Ja, aber der von vorhin ist ein Stück kacke. Ey, aber schon vorhin. Oh mein Gott. Ich sah gerade so. Der gehört einfach so rein. BAM. Ja, ich habe es mir echt ausgedacht, dass der kommen wird. Ich bin aber noch draußen. Oh. Hey, wir haben alles gesichert. Wir haben alles gesichert, Chef. Wir haben den Täter getötet. Ja, Täter getötet. Ja, perfekt. So. Ah, danke. Wir haben es jetzt hier zu blöd hier ein bisschen. Ich habe kein Problem, wenn du wieder mitfährst. Kannst du jetzt rein? Ich werde es mal auf einem Trip. Wieso kann ich nicht einsteigen? Ich würde gerne der Familie beitreten. Ich bin ein sehr guter Schießer. Ich habe eine gute Hand für Schieße. Habe ich gerade gesagt, ja? Ja, jetzt können wir uns morgen wieder, bitte. Okay, dann kommen wir morgen wieder. Sie können gerne morgen wieder, komm. Ich hink sie aber jetzt mit auf eine kleine Ford, ja? Mein Gott. Wer ist denn der Typ überhaupt? Keine Ahnung, der hat sich da reingesetzt. Ich dachte, ich nehme mir einfach mit. Der war vorher schon da, wie ihr bei der Versicherung wart. Achso, schön. Aber nicht am Grundstück, sondern draußen auf der Straße. Perfekt. So. Wir wollten die Bank. Bei der Bank muss ich gebühren zu haben, bei der großen, glaube ich. Ja. Also bei ATMs. Ja, weil, wo muss ich keine Gebühren zahlen? An der Bank. Ja. An der Bank hier, an der Größe. An der Bank. Ich kann nur einen Markier stellen. Ja, sonst, schauen wir mal. Ja. Jetzt fahre ich zu der runter, Boss. Wollen wir da an der Bank? Ja, genau, fahre ich zu der. Schon komisch, dass ich hier, ich habe ja letztes Mal auch Gebühren bezahlt, glaube ich. Ich glaube, da gibt es einen Big Tasty im Sonderngebild. Es löst sich, ne? Kennen Sie den Big Tasty Tester? Ne, was? Ach, was? Egal. Das ist auch nicht. Alles gut. So, können wir mal einzahlen. Oh, ich zeige mich schon. Hey, man. So, wir sind es, äh, Strafzettel, habe ich noch einen Strafzettel offen? Ne, Miete fürs Haus bezahlen, Bargeld in Familienkasse einzahlen. Ja, also es sind auch wieder 5% per Geld. Bei Einzahlen auf den Familiengrundhaben, per Geld... Ich bin doch nicht beim Geldautomat. Warum steht da ATM? Ich bin, ich bin doch... Also bei mir steht da wieder ATM. Ich bin aber gar nicht am ATM. Ich hab hier eben zuerst keinen Sinn. Vielleicht nur bei der grösten Baden. Ja, eine Aussage fahren zu Größen. Das mit mir jetzt, ich hab da echt keinen Sinn möchtet. Da, ich hab da... Ja, jetzt haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Oh, mir wird's gegessen. Das ist so. Ich hab mich erst gestorben, weil ich hinten eingestiegen bin, statt vorne. Das geht mir echt auf den Bbs. So. Jetzt kann ich im Casino auf so ein Familienkonto ein, weil im Casino gibt es auch nicht. Nein, da muss ich nicht los bezahlen. Ich bin nicht schreit. Ich habe auch gegradet. Ich zahle hier keine Prozente, dass ich auf Familienkonto überweise. Sicher nicht. Und da ist jetzt kein Ansteller. Ich könnte kotzen. Nein, wir müssen wirklich rüber fahren. Ich glaube es nicht. Nein, ATM. Ich fahre ins Casino. Wir müssen ins Casino. Alle rein, alle Jungs und Mädels. Alle rein, also wir sind alle Jungs. Jungs, 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 Jungs. Aber wir müssen halt die Sonnenkopf reden. Ich verstehe es nicht. Bisschen da ist nicht schön. Wunsch, Jungs, Jungs, Jungs. So, probieren wir uns hier. Ich will nur einzahlen mein Geld, ohne Gebühren. Ich will doch nur ohne Gebühren zahlen. Ach komm, scheiß drauf. Ich sehe die 50.000 einzahlen. Hier sind 2857. Ja, ich muss hier überall mit Prozenten zahlen, das ist mir egal. Familienkontos so immer. 500.000, soll ich mal 500.000 machen? Nehmen wir mal 2,5 Millionen. So. So, ich habe ein bisschen eingezahlt. Also, du zahlst überall aufs Familienkonto auf, sehe ich gerade. Das macht keinen Unterschied. Ist egal, wo du hingehst, du sollst das immer. So. Wir rennen. Wir müssen unten unser Leben rennen. Es hagelt, es gewittert, meine Damen und Herren. Es ist schon der Zwieg. Boah, Alter. Okay, das ist geil. Da, das schaut richtig aus. Oh, den hätte ich gehabt, den will ich auch haben. Wir ziehen da aus dem Kasten. Das ist doch der mit dem Kniebel da vorne. So vorne. Oh mein, ich schau mal schon. Das ist so eine Quarre. Nein, das ist hier öffnen. Nein, das ist ein Mietort und du kannst mitten. Aber wie, die steht da? Nein, hier gibt es keine Lateride. Und hier oben, wo gibt es Lateride. Boah. Geil. Boah. Fall out. Das ist so ein Zwiegkost. Hier, ganz kurz. Oh, der ist so ein Zwiegkost. Oh, das ist so ein Zwiegkost. Come on me, das ist einfach cool. Oh mein, ich bin hier auf der Zwiegze. Ich bin hier schnell flott, Elektroauto. Oh ja, das ist so ein Zwiegkost. Heftig. Oh, der hat aber keine Bremsen mehr wollen. Ui. Oh, die reifen schon, gell, das ist. Ist so ein Zwiegkost. Aber für mich jetzt 9999 Dollar gezahlt zu mieten. Ja, du kannst ihn eh den ganzen Tag gezogen. Also, kann man den ganzen Tag nochmal rumfahren? Oh, das ist so ein Zwiegkost. Ja. Heftig. Scheiß auf den Tesla, oder? Ja, wisst du, da bleibt man aber mein Tesla-Fertlitz überstellt, wie es immer schnell heißt der Abwand hier. Boah, mit der schaut schon viel geil aus. Lass mal auf die Audi-Bahn fahre ich da mit mir an. Ich fahre, ich fahre mal da und er will nicht, aber mich nicht eher fahre. Boah, den müssen wir auch heute nicht. Kommt ihr wieder zurück? Ja, gleich. Ich fahre nach der Autobahn kurz. Okay. Oh, der kann sich echt schlecht lenken, der Wahn. Nicht so geil zum Lenken, aber sonst ist der Gilt. Ja, muss ich sagen, es regnet jetzt gut, aber... Oh, ein bisschen eher, was hier regnet schon gut. So, mein Vorgeruch ist da rein, Jörg. Ja. Premium Sprit drauf, ah, das ist Elektro und so, ach scheiße. Das ist Elektro, genau. Da gibt es kein Premium Elektrosprit. Fahrrad aber, gell? Ja, Premium Elektrizitätswerk. So, 320 fertig, genau, oder schnell, 322. 335. 335. Da bei einem SGE, da gibt es so eine Lambo-Zente-Norme, keine Ahnung, wie der heißt, das ist auch richtig schnell. Ja, ich sag mal, mein schnellstes Auto, als ich immer es gefunden habe, war, glaube ich, der Performante, der 2018-ahe Lamborghini-Performante, wenn er kaputt ist. Wie schnell ist denn da gefahren? Das ist, glaube ich, fast schon vorbei, gefühlt. Ich fahre vor, naja, bis dahin. Du musst ja nur kaputt fahren, und sobald er kaputt ist, fährt er wie eine gesinnte Sau. Er fährt durch. Ja. Ja, ich glaube, die Mietpreise von 9000 Euro Dollar sind doch der Geldwert und doch, was ich irgendwie dabei ist. Ja, wie gesagt, mit dem Lamborghini-Huva-Counter kann man schon über 400 fahren. Jetzt weiss ich, ob ich damit noch mal fast 5 Monate fahren würde, aber schon sehr knapp an der Grenze. Wie Primium schreit wahrscheinlich. Der ohne, der fährt ohne... Der ohne muss. Das hat nicht passiert, oder? Ich bin rausgeflogen, weil ich nicht... Nein, ich bin rausgeflogen, weil ich mich nicht eingestellt habe. Wie ist das denn? Jens? Ja, mich hat so ein Schlaude rausgeworfen, wo bist du, ne? Du? Ähm... Du bist grün für Backhand, ich bin auch oben bei der Wiesenturm. Achso. Okay. Ich bin weiter hinten, ich glaube, du bist da weiter Viertelkrank. Ja, ich sehe jetzt auch nicht mehr. Auf einmal war es auch da weg. Ah, da... Oh, ich sehe es gut, ja. Ja, ja, genau. Immer schön anrufen, gell. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich angestellt, das ist voll vergessen, du. Perfekt. Ach, zu gut, dass wir rausgefallen. Aber der fährt sich aber auch scheiße, muss ich sagen. Der fährt sich echt dumpig. Fällt gerade auf, ich habe doch einen Döder im Kühlschrank. Ich bin noch rein, aber das ist irgendwie... Oh, nee. So, dann stehen wir da hinten und dann lassen wir den Öffern noch mal, ja. Hallo. Hallo. Wie ist das, du sind wieder da? Was? Wir sind wieder da! Joa. Wie versperrt. Weil mir ist so laut Gewinn so... Ich weiß, komm ja auch. Du scheiße, du scheiße. Fährung an der Untertinger. Gerechtig, du bist nicht leid. Ich habe gerade einen kleinen Unfall gehabt. Okay. Hallo? Ich habe sie gerade nicht gesehen. Tut mir sehr leid, tschüss. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Die haben die geschildert. Die haben, die haben sie gesehen. Weiseln die los. Schwererung und sein. Der ist ein Herd in den Bus. Den habe ich aber auch nicht gezogen. Alles ist aber auch lebt. Ja, irgendwo. Ich habe sicher den Führerschein vom Transport gekauft. So wie ich. So. Ob ich hier weiter... Vorstehe ich jetzt nicht. So. So, die Stau. Das ist so blöde Ball mit der Steine. Das ist alles blöd hier. Er baut so die scheisse Einfahrt so. Unversehrt. Es ist viel zu laut hier. Viel zu laut. Da ist noch ein Anfall du. So. Besser. So. Mein letzter Punkt war jetzt, dass wir Werkrotten oder Tierrot vielleicht zu Unternehmen kaufen. Bisher haben wir das schon gemacht. Unternehmen gekauft. Wir haben ein Büro gekauft. Das hat sich nichts gebracht. Unternehmen. Vorgeschlagen ist jetzt. Kuhstall oder Tankstelle. Jetzt mal. Kuhstall hätte ich doch gut an. Was hat sich gut an? Kuhstall. Kuhstall. Ist das gut? Einfach so. Ich hätte jetzt die Tankstelle gesagt. Aber gut ein Kuhstall. Dann Tankstelle. Egal. Das ist mein Köken. Kuhstall. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht wie die Kuhst. Aber ich glaub sie kostet schon einiges. hinlegen. Aber. Äh. Können wir machen für die Zukunft. Aber ich will auch für einen Kuhstall. Hätte ich gesagt. Ich glaub nicht über zwei Kuhstall. Ich glaub nicht über zwei Kuhstall. Ich glaub mir jetzt Kuhstall. Du bin, du bin. Ciao. Gut. Da leh ich mich mal oben hin. Ich bin froh, dass wenigstens die Sachen erledigt sind. Die ersten. Das mal wieder die Autos haben. Das mal die. Das geklärt haben mit der anderen Familie. Ich hoffe, dass das jetzt auch mal passt. Ja. Ja. Ich bin sehr froh, dass mich der eine da draußen nicht bekommen hat. Der hat mich schon zweimal probiert abschießen und hat es zweimal nicht geschafft, weil der zu schlecht dafür ist. Der hätt mich fast gekriegt. Ja. Mich hätte jetzt ausgewandt. Ja. Ein Problem gibt es da noch. Wie wissen wir jetzt welche Autos von den 10.300 SL wir haben versichert? Steht das nicht am Auto? Ich weiß nicht. Wir haben die Kennzeichen. Bei mir haben wir so viel. Ich glaub schon. Ich lass mich grad gucken. Ich schau schnell. Soll eigentlich am Auto draufstehen, glaub ich. So, wo steht denn das? Ich kann dir sogar sagen welcher versichert ist. Na, versichert. Stell ne da. Ich stell jetzt nur ne da, glaub ich. Das was ich jetzt fand. Ich glaub dem F. Ich glaub der war das oder ne? Ich glaub. Der war das oder ne? Ich glaub. Der ist auf jeden Fall versichert. Der 600. Der ist versichert. Der ist versichert. Äh, lass mal gucken. Ja. Versicherung 30 Tage. Du musst da drauf gehen und gucken. Kannste gucken. Fahrzeuginformation. Und dann siehst du es. Fahrzeuginfos anzeigen. Und dann kriegst du. Versicherung 30 Tage. Ich glaub das sagst du. Gesehen noch ich. Dann ist auf jeden Fall der war versichert. Ich glaub das sind die 3 die hier stehen. Lass mal hier gucken. Sonst stell ich uns die. Ja der ist auch. Okay. Ja. Versichert. Ja der ist auch versichert. Dann sind es die 3 da. Die. Ich glaub das kann man sich merken. Ja die 3 sind es. Ja das merken sie schon. Perfekt. Passt. Wenn nicht lockieren wir die mal um. Dann wissen wir es perfekt. Mhm. Aber die 3 müssen sie sein. Genau. Sonst können wir auch noch alle. Versichern gehen. Das ding ist so. Versicherung musste alle 30 Tage. Nein machen. Ja. So. Da lege ich mich mal hin Jungs. Jo. Gute Nacht. Ich wünsche mich. Die werden mit uns mal hin. Tschö 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 tschö. Bis dann zu Zaun kuscheln oder? Ja. Ja. Ich glaub besser nicht. Jo. 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 Also, den hab ich doch schon. Evolution. Jetzt am Ende. Mein Job, meine Familie. Ach, wo schau ich denn hin? Na, ich verdrück mich jedes Mal so. Was krieg ich noch für 5? Selten halt. Blie, 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 7. Dann gibt's eigentlich nur den, glaub ich, dann für 5, ne? Ah, die gibt's noch. Ah, mit dem Ding. Ah, wobei, den will ich mit dem TT. Oh, die TT, den öffne ich mal. Schau mal, ob da drin ist, wenn ich, dann nicht. 75.000, aber hallo. Immer etwas. 55.000 Dollar. Da wird sie die Rechnung von heute nicht gedeckt. Auf jeden Fall, Leute, ich würd sagen, wir machen jetzt sogar noch mal eine Durchgriffsrunde. Wisst ihr warum? Weil wir lange keine mehr hatten und ich grad einfach Bock drauf hab, auch nach einem 7-Stunden-Stream noch mal die Leute durchzugrüßen, weil wir das lange nicht mehr hatten und das halt auch mal wieder. Also, Leute, wir machen seit langer Zeit mal wieder eine Durchgriffsrunde. Oh, nein. Hilfe, falsche Musik. Ich wollt eigentlich eine Grußmusik reinmachen. Vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Hat mir Spaß gemacht. Und jetzt immer noch live. Also, wer jetzt gegrüßt werden möchte im Chat, der kann jetzt einfach mal reinschreiben in den Chat, weil es sind noch über 2.000 Zuschauer, Alter. Auf jeden Fall, die ganzen Leute, die jetzt noch VIP sind, werden sowieso gegrüßt. Ihr grüßt, wenn ihr gegrüßt vermöchtet, schreibt's grad rein. Jetzt. Durchgriffsrunde, Leute. Zeit langer mal wieder. Ich grüße mal Chuls, äh, Küson, auf jeden Fall Küson. Ehre geht raus. Danke fürs SIP sein. Und Gruß geht raus. Auch schon seit einem Jahr mit als VIP. In Fun Out eine kleine Spende, weil du uns immer noch so toll unterhältst und wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dann, äh, Koroni grüßt mal, Maisparty, Roleplay grüßt mal, 20 Erkan High grüßt mal, Witches TV wird gegrüßt, Prisma Orr grüßt mal, Florian grüßt mal, Hundu grüßt mal, Simzy Boy wird gegrüßt, KMN, Atzel Lord wird gegrüßt, Xyumbest wird gegrüßt, Blue Sky Gamer grüßt mal, Sweet Ghost Chuck wird gegrüßt, Nitrox grüßt, Jonas grüßt ich, dann grüßt mal noch, No Farmers No Fiend grüßt mal, genau. Yassin wird gegrüßt, Moritz grüßt mal noch als VIP, Devin grüßt sich, ähm, Weißer Engel 1 wird gegrüßt, jawohl, die Fußrausspinne, Fußrausspinne grüßt dich, Adan Nagel grüßt mal als VIP, jawohl, Maisparty, Roleplay grüßt mal, nicht, er sagt, achso, ich bitte, ich dachte bitte nicht, also Maisparty grüßt mal, jawohl, Maisparty, Roleplay, Hundu haben wir schon gegrüßt, dann Left4Dead, 5 grüßt mal als VIP, Moritz grüßt mal sowieso als VIP, VIP, wo hab ich schon gegrüßt, äh, Brogamy grüßt mal als VIP, dann Justin grüßt mal, Tim King grüßt sich, GVRC grüßt sich, Sviao grüßt mal noch, YT Fruz grüßt mal, King Bastian grüßt sich, Mikusch grüßt mal, Benju grüßt ich, Jonas grüßt ich, Sadem grüßt ich, Zocker Mattis grüßt ich, Siv NBK auch als VIP gegrüßt, Alex grüßt ich, Alexandra grüßt mal, äh, dann noch, Soulify grüßt ich, PT, Penny grüßt mal noch, also Gruß geht nochmal raus, dann auch an Yassin, dann Eiswürfel, Knöpfchen, äh, Hundchen, Eno88 grüßt mal noch, dann Justin, Kurde Pferdbeere, Achau ist auch im Chat, Gruß geht raus, auch schon seit Jahren dabei, Freddy grüßt natürlich auch nochmal, auf Ehrenbruder Basis, ich grüße meine Schuhe, danke für die treuen Dienste, jawohl, dann Tim912 grüßt mal noch, den Marius bekannter Minecraft Grafikbord, das ist ein geiler Name, wird auch gegrüßt, dann haben wir noch, ähm, Florian Adam grüßt mal, oder was soll ich sagen, Florian Adam, perfekt, jawohl, machen wir so, äh, Aktionskolundeband grüßt mal, Spielvergehen grüßt mal, Salem wird grüßt nochmal, dann Alexandra, habe ich schon gegrüßt, schreibt danke, jawohl, YouTube, Phoenix habe ich zwar schon gegrüßt, weil du grüßt den raus hast, nicht gehört hast, genau, ja, danke Robert vom Eiswürfel, so, Kuss geht raus, so, vielen Dankeschön, Zocker Mattis, jawohl, äh, Hamburger Autofan, oder, nee, Hamburger Autofan, Hamburger, ey, komm, wenn Hamburger steht, das wüsste machen, so, FH4, bestest streamer, äh, kann kein GTA-Armer spielen, schließt dich immer beim Öffnen, du Armer, dann erstmal PC noch aufsetzen, Dark1889, grüße genau raus an dich, Walmart grüßt mal, jawohl, äh, Kili grüßt mal noch, oder Kili, danke auch fürs Zipp sein, grüßen, Kuss geht raus, danke Robert, das ist ja unglaublich von Freddy, jawohl, der echte Robert, no farmers, no food, JW, schreibt danke, kein Problem, ihm wieder gern, Morris, Alan grüßt mal auch noch, dann D, oder Paul soll ich grüßen, jawohl, dann Master ZG, grüßt mal noch, genau, Dennis fragt, wann ist die Bewerbungsdosis über offen, das kann ich dir leider noch nicht sagen, das weiß ich noch nicht, Sandro Gaming grüßt mal noch, Alex, IDKFKD wird auch gegrüßt, geiler Name, Kommando TikTok, kannst du mich grüßen, der mit dem blauen Helikopter, war mein Freund, grüßt mal dich, Kommando TikTok, Konji grüßt mal noch, und Ahirsch wird auch noch gegrüßt, Eiswip, natürlich, so haben wir auch schon, das ist eigentlich mehr gemacht, ne, Alex haben wir auch schon gegrüßt, jawohl, Alter Nagel, auch nochmal herzlichen Chat, genau, Milos grüßt mal auch noch, jawohl, Milos sind noch gegrüßt, so, grüße den, äh, blau geschlagenen Like-Button, danke dafür, meine 2,57 Euro Spende, von Black Adrien, hab ich aber vorgelesen, mit bewirb dich mal, bei einer Gang, das hab ich sogar vorgelesen, grüßt nochmal raus an dich, Black Adrien, aber die Spendel hab ich ja vorgelesen, Freund, hab ich ja gesagt, ich, äh, hab ja der eigene Gang, so gesehen hier, Ah, mit 55 grüßt mal noch, dann King Bastion zu 7, seit 9 Jahren dabei, der Ehrenbruder, oh, was ist denn da los, Server Event Revolver King, mit einem Preisgeld, von 20.000 Dollar, Camero, äh, A2321 grüßt mal natürlich auch noch, danke fürs Moderieren heute, ich grüße meine Frühwürfüße, die mich jeden Tag halten müssen, ja, so, Mitch's TV grüßt mal auch nochmal, Ken Vibes grüßt mal natürlich auch noch, danke auch fürs Moderieren, Bruder, vielen Dank fürs, auch um diese Uhrzeit auch dabei sein, es ist einfach wieder ein 7 Stunden Stream geworden, äh, Tollify mit 2 Euro, das Streams sind echt die besten Digi, Dankeschön, freut mich, freut mich sehr, kann man bei 3.0 wieder Läden überfallen, fragte Alex, lass dich überraschen, Alex, lass dich überraschen, wir werden dir dann einen fetten Trailer für 3.0 drehen, wenn es soweit ist, so Benjamin, für den liebsten und besten Hundi, Dankeschön Benjamin, Grüße gehen zurück, Hans Gans, ich meine, das ist noch gut fürs RP, dann hat es noch mehr Struktur, Leute, bin ein echter Fan und liebe die Streams, was meinst du denn, was hat denn Struktur im RP, das verstehe ich gerade nicht, ich habe gleich die vorige Nachricht nicht gelesen von dir, lass mich mal kurz gucken, ist denn geschrieben, ich sehe leider nicht was geschrieben aus davor, meine Lieber, kein Ahnung, ist sogar noch meins, Hans Gans, äh, Stefan Jens grüßt mal noch, jawohl, Chiara grüßt mal noch, und, äh, Melos schreibt, danke Romer, Tuzzi, wird auch nochmal gegrüßt, jawohl, auch schon seit einem Jahr, ja, dabei waren, äh, Zollify, ich hoffe, Zollify ist richtig, oder Zollify, weil ich denke, mal Zollify soll es heißen, seit einem Jahr dabei, Karl1, statt Karl1, jawohl, Yassin, hab jetzt mit deinen letzten zwei Minecraft Streams einen Dreier-Stream, ja, durchstream jetzt auch schon das sechste Mal hintereinander, glaube ich, schon fast, also hätte ich den einen Tag nicht ausgelassen, ausgelassen, wäre es der zehnte Stream in der Reihe und das gab es mir eigentlich noch nie so, mir eigentlich fast jeder zweite Tag, aber seit Minecraft immer so zwischendurch ist, ne, ähm, jetzt sehr viel gestreamt, äh, TheFrightNinja, dankeschön auch, äh, freut mich, Gruß geht raus, ich hoffe, wir treffen uns mal am Anwesen von Zockermattis, vielleicht, maybe, yes, so, Leute, dann würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss, äh, ksöns kohle Hundeband, hab ich schon vorge, äh, grüßt, vorgelesen, Fuzi, würde er gerne spenden, wenn er was reizen, dann bitte nicht spenden, aber Fuzi, dann Gruß geht so raus an dich, muss er nicht spenden, Fuzi, wenn du ein Like da lässt, dabei bist, abonniert hast, damit, da hast du eh schon alles gemacht, dann, äh, ist das Support, und man muss ja nicht spendeln, oder sonst was, um dabei zu sein, so, Entenhaus grüßt man natürlich noch, ksöns, das kann ich nicht vorlesen, danke, ähm, Jonas Philipp, grüßt man noch, bist super, Robert, also, das ist ja im RP geplant, äh, ich, ich mach jetzt Schluss, es ist, ich, hallo, es ist Ende des RPs, Zollifei, also, so wie du es aussprichst, also, Zollifei, Zollifei, doch, das ist dann richtig, nicht Zollifei, sondern Zollifei, gut, ist richtig ausgesprochen, so, jetzt aber wirklich, ich muss jetzt mal Schluss machen, also Leute, ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, wir machen heute jetzt mal Schluss, vielen Dank für alle, die dabei waren, endlich mal wieder die kleine, aber fehlige Stunde gehabt, das war mal schön wieder, müssten wir öfters machen, also, Kuss geht raus an alle, die dabei waren, Liebe, Kuss, und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, haut rein.